Radio Deutschland 1, das Talkradio für Deutschland. Ruf an und sag uns deine Meinung. Radio Deutschland 1, wir sprechen Klartext. Du hörst die Aufzeichnung der letzten Sendung. Hier ist das Talkradio für Deutschland. So, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Mein Name ist Alex, hier ist Radio Deutschland 1 und wir haben natürlich wieder heute eine Radiosendung und unser Thema ist heute Deutschland ist sicher. Die neue Kriminalstatistik ist da und laut Herrn Seehofer sagt sie, alles ist tippitoppi. Und ein weiteres Thema heute ist die Organspende, denn die wird Pflicht und da möchte ich auch gerne mal wissen, wie ihr darüber denkt. So, ihr könnt anrufen. Wir haben dazu eine Telefonnummer. Es ist die 0651 4686333. Wichtig ist, immer mal wieder probieren, lange klingeln lassen. Nach zwei Minuten kriegt ihr automatisch besetzt. Das heißt aber jetzt nicht, dass es irgendwie ein Problem ist. Das ist immer leider so. Einfach klingeln lassen, immer wieder probieren, dann kommt man auch dran. Und die Cleveren haben natürlich jetzt schon vor der Sendung angerufen und deshalb begrüße ich auf der Leitung 1 den Marco. Marco, guten Abend. Guten Abend, Alex. Und auf Leitung 2 habe ich den Gerd. Hallo Gerd, ich grüße dich. Ja, hallo Alex. Hallöchen. Und auf Leitung 3 habe ich wen? Wer ist denn da dran? Roger. Der Roger, hallo. Ich grüße dich. Gerd, ich glaube, du bist neu bei uns dabei. Kann das sein? Ja, richtig. Wie kommt es dazu, dass du anrufst? Was liegt dir auf dem Herzen? Ja, wie komme ich dazu anzurufen? Also ich habe im Internet die Anzeige, was es war, gefunden und dachte, ich melde mich da mal. Ja. Und mal schauen, was das überhaupt ist, dieser Sende. Okay. Und was da für Themen besprochen werden. Das ist großartig. Also sozusagen noch nichts gehört, aber sofort den Mut gehabt anzurufen. Ja, warum nicht? Ja, gut, weil das normalerweise nicht so ist. Aber ich bin ja überrascht. Ja, Gerd, wie schaut es aus mit den Sicherheitslagen in Deutschland? Deutschland ist eines der sichersten Länder der Welt, sagt der Herr Seehofer. Wie siehst du das? Herr Seehofer sagt viel. Also ich halte es für eine Farb, Kriminalstatistiken zu veröffentlichen. Warum? Es ist nun eine Selbstbeweihräucherung, seine Erfolge zu präsentieren. Aber das ist politikertypisch. Okay. Man braucht ja nur, also wenn ich an die Duckelziffern denke, die solche Kriminalstatistiken immer im Hinterhof haben. Und über die Informationen, die man aus dem Internet ziehen kann, also da habe ich arge Zweifel daran, dass dort so öffentlich präsentiert wird. Ja, okay. Verstehe. Also du hast deine Zweifel daran, dass das alles mit rechten Dingen tut, aber sagst, der Seehofer wollte halt einfach nicht nur gut dastehen. Aber das kann man doch menschlich verstehen, oder? Dass man eher gerne über das Positive berichtet als das Negative. Wenn ich im öffentlichen Licht stehe, habe ich auch eine besondere Verantwortung als Politiker, den Bürgern gegenüber, dem Staat gegenüber. Ich muss die Dinge so benennen, wie sie sind. Mhm. Okay, und du siehst die Sache anders. Ja. Marco, wie siehst denn du die Sache? Ist jetzt alles gut? Ist alles wunderbar? Oder sagst du, nee? Nee, nee. Also in erster Linie ist das erst einmal ein Riesenshausschlag in die Fresse des herrigen Opfer. Und die lief so werden. Mhm. Also es tut mir leid, nein, es tut mir nicht leid, bei mir zählen die Opfer zuerst. Und zu behaupten, da wäre überhaupt nicht, also, ähm, nee, nee. Also dass da kein Staatsanwalt ist und den Kerl eigentlich lastet, das begreife ich nicht. Das ist kriminell, das ist in Seehofer natürlich. Was ist daran jetzt kriminell? Das verstehe ich jetzt nicht. Für mich ist es kriminell, menschenunwürdig. Was? Für mich ist das kriminell, dieses Lügen. Wo hat der denn, wo hat der das denn her, diese Zahlen? Ja, vom BKA. Ja, und das BKA, was ist das? Na, von den wahrscheinlich Polizeibehörden der einzelnen Länder. Das wurde ja in dem Computer alles bei denen erfasst immer. Ich meine, wir wissen ja nun wirklich, dass Seehofer sehr alt ist. Aber ich denke, er ist sehensmächtig und könnte eigentlich auch mal durch eine deutsche Großstadt laufen. Und ich denke einfach mal, das sagt alles. Ja gut, es gibt ja auch in der Statistik veröffentlicht, Dinge, die einen Zuwachs haben. Also wo die Kriminalitätsrate gestiegen ist. Und, ja, aber er sagt eben, es gibt auch Dinge, die zurückgegnäufig gewesen sind. Was denn? Wohnungseinbrüche zum Diebstahl, Wohnungseinbrüche und so weiter und so fort. Und das geht, also Wohnungseinbrüche, da gab es doch mal Statistiken, das kann ja sein, dass es doch genau so viel ist. Aber es ist einfach zu viel. Ja, und man sollte einfach mal gucken, gerade im Bereich Mord und Vergewaltigung, da ist nichts zurückgegangen. Ja gut. Geht doch mal auf die Seite Polizeiversagen nicht. Wo ist denn da was zurückgegangen? Ja gut, aber das verstehe ich natürlich soweit. Aber weil du gesagt hast, den muss man einsperren. Ich meine, der hat halt die Dinge... Ja, das sowieso, das sowieso, merke ich auch. Ja, aber warum denn? Das ist mir ganz klar, wo da die Straftat sein soll. Ja, das weiß ich auch nicht. Ach so, wenn du das nicht weißt, dann darfst du natürlich sowas jetzt sagen, ne? Das ist meine Auffassung, meine persönliche Auffassung. Ja, aber das ist natürlich Quatsch, jemanden einzusperren, der nichts getan hat, ne? Naja, gut, naja, naja. Man kann auch indirekt etwas tun oder irgendwo... Ja, aber indirekt sperrt man dich ja auch nicht ein. Ja. Aber Roger, wie siehst denn du das, Kriminalstatistik? Ja gut, ich habe darüber ja auch ein Video veröffentlicht. Erstmal schönen Dank an deinen Sender, weil jetzt hat sich ja meine Erreichbarkeit verhundertfacht. Das ist ja schon mal was. Vielen Dank für jeden Einzelnen und ich sage mal, Roger Reap, müsst ihr gucken? Ja, also jetzt mal... Nee, danke. Die Werbung jetzt mal überblenden wir jetzt mal. Ja, Frage zum Thema, genau. Genau, also zum Thema, das war ja die größte verhohene Piepelung, also die sich die deutsche Bevölkerung überhaupt hat gefallen lassen müssen. Also es kann nicht sein, dass Sicherheitsempfinden, er hat das ja selbst gesagt, er hat gesagt, wir legen die Parameter an, von den 90er Jahren bis heute. Und wenn man das vergleicht, dann ist da wohl vollkommen klar, dass die 90er Jahre vom Sicherheitsempfinden ein völlig anderes Feeling waren als heute unsere Empfinden der Sicherheit in Deutschland. Wir haben seit 2015 eine stetige Anzahl von steigenden Kriminaldelikten in allen Bereichen. Wir haben eine mafiöse Verstrickung in Deutschland, die keinen Namen mehr kennt. Wir haben No-Go-Areas in Deutschland, wo niemand mehr sich sicher fühlen kann. Und da wagt dieser Mann es zu sagen, und das muss ich wirklich in aller Deutlichkeit sagen, da wagt es dieser Mann zu sagen, wir leben in dem sichersten Land der Erde. Nun mag es ja sein. In eines der sichersten Länder der Erde. Bitte? In eines der sichersten Länder. Ja gut, wer soll denn jetzt ein Äquivalent dazu sein? Ich sag mal, New York, Harlem, das ist vielleicht noch ein bisschen krimineller als Dortmund Nord. Das kann sein. Das will ich nicht bestreiten, aber darum kann es ja nicht gehen. Es kann ja nicht darum gehen, aufzurechnen, ob vielleicht in Mexiko die Drogenmafia noch viel krimineller ist als in Deutschland mittlerweile die Mafia agiert. Wir haben eine organisierte Kriminalität in Deutschland und die muss natürlich bekämpft werden. Und die wird nicht bekämpft. Ich habe die berechtigte Frage gestellt, warum zum Beispiel die Syrer jetzt nicht nach Hause gehen. Syrien hat kein Problem mehr mit dem IS. Das heißt also, der Kriegszustand ist beendet. Wenn dieser Kriegszustand beendet ist, dann darf ich doch wohl die berechtigte Frage stellen, warum diese Flüchtlinge jetzt nicht nach Hause gehen und ihre Heimat wieder aufbauen. Aber das kann ich dir schnell beantworten, Roger, da weiß ich Bescheid. Die gehen natürlich nicht nach Syrien, da gibt es ja kein Geld mehr dann. Haha, ja, aber soweit ich weiß, hat Assad allen Mitbürgern oder ehemaligen Mitbürgern ganz klar angeboten, jeder kann wieder nach Hause kommen. Das ist für mich eine Frage, die überhaupt nicht thematisiert wird. Also es wird nicht thematisiert, dass der Asylgrund im Grunde für 99 Prozent unserer Flüchtlinge weggefallen ist. Das ist doch wohl der Hammer, oder nicht? Ja, das ist der Hammer, aber es sind halt auch alles Fachkräfte. Das darf man nie vergessen. Alex, bitte, das sind doch keine Fachkräfte. Ja, doch. Ja, aber das ist jetzt ein Witz, ne? Ja, war ein Witz. Ich habe noch einen Anrufer, dann komme ich gleich mal zu Marco zu dir, komme ich gleich nochmal, weil du raumtst ja aus Bremen, das ist ja ein ganz kriminelles Pflaster. Ja. Hallo, wer ist in der Leitung? Eugen. Ja, Eugen, hallo, ich grüße dich. Eugen. Hallo. Wie ist es bei dir? Fühlst du dich in Deutschland noch sicher? Ist es ein so sicheres Land, wie der Herr Seehofer uns erzählen möchte? Auf keinen Fall. Wieso hast du persönliche Erfahrungen gemacht? Ja, das hat schon 2016, 2015 angefangen, wo ich immer, wenn ich in den Zug eingestiegen bin, dass ich mich immer umgeschaut habe, was für Leute da rum sitzen. Ja. Oder auch vom Bekannten habe ich mitbekommen, dass wenn Frauen im Zug fahren zur Arbeit, dass sie immer nicht auf dem Sitzen sitzen, sondern gleich neben der Tür stehen. Die Frauen, oder? Wenn eine Frau, das hat eine Frau mit dem Zug zur Arbeit, da sitzen meistens so afrikanische Flüchtlinge und da anfangs saß die Frau noch auf dem Sitzen und danach hat sie ihre Meinung geändert und sie stand immer vor der Türe, Eingangstüre am Zug. Das passiert und so. Aber allgemein ist Deutschland auf keinen Fall sicher. Und da kann Herr Seehofer erzählen, was er will. Ja, das sollte ich verstehen, ja. Marco, du kommst ja aus Bremen und die AfD ist ja so eine PDF-Datei jetzt diese Woche durchs Internet gegangen, weil die AfD bei der Bundesregierung mal so nachgefragt hat und zwar, ich muss mal schnell, um genau das vorzulesen, für die, die es nicht gelesen oder gesehen haben, die AfD wollte wissen von der Bundesregierung, wie es denn zwischen 2013 und 2017, also ein Jahr jetzt vor dieser neuen Kriminalstatistik ausgesehen hat, bei Tatverdächtigen mit Aufenthaltsanlass, also wenn sie Asylbewerber sind, wenn sie Duldung haben, unerlaubter Aufenthalt vorliegt. Da wollten die also wissen, wie schaut es mit diesen Tatverdächtigen aus, die Migrationshintergrund haben, weil das eben in der polizeilichen Kriminalstatistik so nicht abgebildet gewesen ist. Und dann hat also die Bundesregierung da tatsächlich Zahlen rausgelassen. Und interessant ist, um es mal gleich kurz vorwegzunehmen, in ganz Deutschland ist die Zahl der Straftaten durch Asylbewerber, die illegal da sind oder die auch Asyl haben oder die geduldet sind, in den letzten, also seit 2013 bis 2017 im Maximum um 380 Prozent gestiegen, also ums Vierfache. Und Applaus, 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 Marco. Rekord in Bremen. Bremen ist ja sozialdemokratisch regiert momentan. Bremen ist tot. Ja, das ist aber sozialdemokratisch regiert, habe ich es richtig im Kopf. Also die Sozis haben dort wieder ganze Arbeit geleistet, denn Bremen schießt also den Vogel ab, während alle anderen Länder, also jetzt mal Bayern zum Beispiel, die kommen auf 460 Prozent Steigerung der Kriminalität. Baden-Württemberg, was habe ich da, 380. Aber Bremen, Bremen ist Weltspitze. Ja, und zwar ist dort die Kriminalität von Ausländern zwischen 2013 und 2017 tatsächlich um 3.416 Prozent gestiegen. Applaus, Applaus. 3.400 Prozent, das ist also das 34-fache, also Respekt, Marco, da habt ihr euch ja doch in Bremen richtig angestrengt, ne? Ja, ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Ich weiß auch selber nicht, wie das in dieser verseuchten Stadt so werden kann. Das letzte Woche, nächste Woche, hat ja an alle Zuhörer, Sonntag 14.04. um 13 Uhr, Hamburg-Demo. Das haben wir als recht schlecht verstanden. Sag es nochmal, bitte. Kommenden Sonntag, also nicht übermorgen, sondern nächste Woche, am 14.04. Merkel-Mosec-Demo in Hamburg. In Hamburg, okay, aber Hamburg ist ja jetzt, äh, Hamburg ist, das habe ich gerade nicht ausgerechnet, Hamburg ist relativ gut, also da ist es so, äh, jetzt habe ich es ausgerechnet, aber wahrscheinlich so um die 300-Prozent-Steigerung. Also Hamburg ist ja sehr sicher, ganz sicher, also. In Bremen kannst du nicht mehr demonstrieren, das geht gar nicht mehr, weil du bist tot, wenn du das machst. Ja, naja gut, bei 3.400 Prozent kann das ja durchaus sein. Aber, das ist ja dann das andere Thema, haben wir ja auch gleich noch, Organspende. Tod ist ja insofern gut, ne, weil wer tot ist, kann Organe spenden, aber da kommen wir dann später drauf zurück. Also, das gibt sich alles so wegen die Hand, ne, also mehr Kriminalität heißt, mehr Organspenden zukünftig ist also auch was Positives. Aber, das haben wir dahingestellt. Also, Bremen wirklich ganz, ganz weit vorne und was war mit Nordrhein-Islamien? Oh ja, auf 427-Prozent-Steigerung, ja, also auch sehr, sehr gut. Aber auch, zum Beispiel Rheinland-Pfalz, auch sehr gut, 537-Prozent-Steigerung. Also, ganz, ganz toll. Aber Bremen, also ganz, ganz, ganz schlimm. Ganz schlimm. Und wer hat das rausgefunden mit Bremen? Ja, ich habe es rausgefunden, weil ich es ausgerechnet habe. Ja, und wer hat gesagt, dass in Bremen keine Opposition möglich ist, weil der Magnis ein Diktator ist? Weißt das nicht du? Ich habe das nicht gesagt, nein. Doch. Doch. Das hat Oliver Flesch gesagt, wer ein Diktator ist. Ach so. Aha. Aber du hast doch gesagt, dass du in die AfD nicht eintreten könntest, weil in Bremen da so viel Teil ist erherrscht. Ich trete aus privaten Gründen nicht ein, wegen Frank Magnitz. Das hat aber jetzt, na gut, wie gesagt, ich halte Frank Magnitz nicht für die AfD und auch nicht für den Politiker der AfD. Ja, aber du sagst doch, Bremen ist tot. Ja? Wenn Bremen tot ist, dann ist doch genau die Anforderung, da was zu tun, oder nicht? Das würde für mich nicht mehr, nein. Also ich sowieso nicht mehr. Frank Magnitz sitzt im Bundestag, der hat seine Diktator, das war es dann auch schon. Glaubt man nicht, dass du hier in Bremen irgendeinen Wahlkampfstand siehst? Nein. Bremen macht nichts mehr. Also da hat keiner mehr Bock. Ja, toll. Also Bremen macht nichts mehr. Wir reden also über ein Bundesland. Ein Bundesland macht nichts mehr. Ich bin doch nicht in der Politik. Ja, was heißt denn das? Das heißt doch wirklich nur, dass die Lethargie mittlerweile auf einem Standard angekommen ist, ja, der keinen Namen mehr kennt. Also Entschuldigung, wenn Bremen nichts mehr tut, dann ist ja Deutschland tot, oder? Du, aus meiner Sicht, weiß ich nicht. Ich wohne ja selber erst seit zwei Jahren. Ja, ich habe mit der Politik nichts zu tun. Jetzt muss man ja auch mal sagen... Ich komme aus Nordrhein-Westfalen, das ist noch viel schlimmer. Bremen ist ja jetzt auch im Bundesland, da könnte Deutschland auch wirklich gut drauf verzichten, muss man dazu sagen. Zumal uns Bremen ja nur Geld kostet. Also wenn das Bremen jetzt weg wäre von heute auf morgen, wäre das ja nicht so schlimm. Ich sehe es genauso. Ich meine, ich komme aus Augsburg, ich weiß, wer für Bremen ist, den ich zahlen darf. Ja, okay, aber Nordrhein-Westfalen, das sagt dir was, ne? Also Nordrhein-Westfalen ist der absolute Brennpunkt. Wir haben hier... Das geht natürlich schon lange nicht mehr zu Deutschland, Nordrhein-Westfalen oder Duisburg-Markt und solche Städteile da. Nein, das hat mit Deutschland gar nichts mehr zu tun. Bitte? Also Moment mal, also das ist jetzt völliger Quatsch, ja? Nordrhein-Westfalen ist voller deutscher Elemente. Wovon redest du denn? Nordrhein-Westfalen ist eines der wichtigsten Bundesländer dieser Republik, ja? Oder ihr recht macht da? Dann macht doch was. Ja, und das wollen wir jetzt aufgeben, oder was? Kannst du tun, mir ist das egal. Mir ist alles egal geworden. Aber wenn dir alles egal ist... Wir stehen mit zehn. Mir ist alles egal geworden. Was du Nordrhein-Westfalen kennst... Geh mal gut zu, Roger. Warst du schon mal auf der Demo, wenn ja, wo? Und zeig mir das Videomaterial, bis ich heute den Mund aufreißen. Du regst dich darüber auf, dass wir lesbische Politik haben. Denk mal über deine homophobe Einstellung nach. Was? Also alles, was du sagst am Telefon, dann lass mich mal aussprechen, ja? Ja, ja. Das musst du erst mal beweisen. Beweise das doch erst einmal. Was soll ich beweisen? Soll ich beweisen, dass ich meine von 200 Bücher... Soll ich beweisen, was ich gesagt habe? Du, ich kann jetzt auch sagen, ich bin der und der, weil ich gerade Namen über Amazon gelesen habe. Ja, du kannst das aber nachlesen. Mich gibt es. So, und ich habe... Ich glaube generell, Moment. Ich glaube erst generell Leuten etwas, wenn ich den Perso sehe und das dazugehörige Buch. Ja? Ist das okay? So. Nee, Moment. Also du findest es wichtiger, dass jemand sein Gesicht auf einer Demo zeigt, als dass jemand etwas schreibt, was womöglich viele tausend Menschen lesen. Das findest du gut? Ich finde sie demosichtiger. Natürlich finde ich sie demosichtiger. Aus dem einfachen Grunde, weil wir sowieso viel, dass sie wenig sind. Und wenn ich mir dieses Lass mich aussprechen, mein Gott noch mal. Hast du mal benehmen gelernt? Ja, ja, das war ich. Wie war das jetzt? Ich wollte mal danach... Achso, Entschuldigung. Pass mal auf, Marco. Wenn du so frustriert bist, ja? Und du sagst, es ist jetzt so schrecklich, auf die Demos in Bremen zu geben, was ich dir wirklich abnehme. Was man gehört hat aus Bremen, ist es also wirklich schwierig. Aber wenn die Situation in Bremen so ist, dass Bremen verloren ist und die Demos so schlimm sind und du eigentlich jetzt auch schon mit dem Leben abgeschrieben hast, abgeschlossen hast... Im Leben nicht, ich will Bremen. Ja gut, aber Bremen abgeschlossen hast, ja? Dann gehst du einfach nicht mehr auf Demos oder geh einfach nicht mehr auf Demos. Bremen hat gar keine Demos, denn dann müsste ich eine machen und dann, nee, nee, danke. Okay, okay. Das heißt, du möchtest jetzt Bremen verlassen und in Bayern zum Beispiel Asyl beantragen oder sowas? Nein, also ich werde schon wieder nach Bayern zurückgehen. Das weiß ich aber schon seit November letzten Jahres. Also das ist mir schon lange klar. Das habe ich dir, glaube ich, aber auch schon mal gesagt. Also Bremen oder generell, nee. Nein. Darum ist mir das auch irgendwo egal geworden, weil letzten Endes, weißt du, ich sage immer, ich kann irgendeinem Menschen etwas empfehlen, wenn ich den Menschen auch kenne, aber nicht irgendwie Leute, die sich nicht kennen, dann, weißt du, da muss ich nichts zu sagen. Und in Bayern würde Politik Spaß machen, in Hamburg auch, weil ich die AfD in Hamburg kenne, aber in Bremen, um Gottes Willen. Die verziehen sich alle, die machen keinen Wahlkampf mehr, die tun überhaupt nichts. Und die, die dafür bezahlt werden, ja, die schaukeln sich bei der AfD anscheinend lecker die Eier. Aber wenn die Kriminalität so stark in Bremen gestiegen ist, ja? Ich schaue mich nicht mehr raus. Ich schaue mich nicht mehr raus. Ja, aber warum ist denn dann die AfD in Bremen so schwach? Weil es sagen ja viele, oh, es muss erst noch viel, viel schlimmer sein, bis der Deutsche, ja, es muss noch viel, viel schlimmer werden, bevor der Deutsche sagt, ich muss jetzt mal nicht mal die Merkel wählen, ja? Und jetzt ist ja die Situation in Bremen anscheinend, wenn man diese Statistik sieht, sehr, sehr viel schlimmer. Warum ist denn dann die AfD in Bremen immer noch so schwach? Ja, es gibt keine Macht mehr. Was ist denn los für den Bremern? Lassen die sich gerne überfallen oder was ist da los? Nein, also die Bremer generell, das ist, ich habe noch nie, aus meiner Sicht, also formuliere ich das jetzt einigermaßen freundlich. Das kann ich nicht freundlich. Du kannst dich auch unfreundlich formulieren. Gehirn-Gewaschen, das ist, für mich sind die Gehirn-Gewaschen. Aber dann ist ja Bremen das beste Beispiel, dass dieses, dass dieses, dass wenn es noch schlimmer wird, es dann auch nichts ändern wird. Also dieses, was manche hoffen, es muss erst mal nochmal hier ganz schlimm werden und dann werden die Leute umdenken und dann werden wir den Laden wieder aufräumen mit viel Aufwand, das scheint ja dann nicht zu funktionieren, weil Bremen ist das beste Beispiel dann dafür. Ja, aber du bist doch das beste Beispiel, du hast doch Bremen jetzt aufgegeben, ja? Du hast gesagt, Bremen ist nichts mehr zu machen, da ist alles verfilzt, da ist alles komisch. Jetzt erklär mir bitte mal, was sollte man denn jetzt tun, in einer Republik zu sagen, Bremen gehört ja nun mal zu Deutschland, oder nicht? Ja, leider, leider. Ja, und du würdest jetzt nach Bayern gehen, ist das die Einstellung oder ist die Einstellung die richtige, wenn man sagt, ich lebe in Bremen, da muss ich in Bremen auch kämpfen? Roger, entschuldige, das war für mich von Anfang an klar, dass ich im Juli wieder nach Bayern gehe. Das war für mich vor fünf Jahren schon klar. Ich bin kein Bremer, nie gewesen, ich habe hier nur beruflich zwei Jahre etwas gemacht, alles. Aber die Frage ist, nehmen denn die Bayern überhaupt noch Leute, die aus Bremen kommen? Ja, weil das nur von Anfang an nur für zwei Jahre war. Also weil da funktioniert der Grenzschutz ja dann, ne? Nein, nein, also ich würde sowieso jedem raten, also der noch einen normalen Verstand hat in Bremen, ich meine, man kann es ja auch sehen im Internet, im Internet oder auf YouTube, dass jeder Bremer, der auf eine Demo gegangen ist in Bremen, du wirst verfolgt, du wirst transaliert, du kannst wirklich damit rechnen, umgebracht zu werden im schlimmsten Fall, ja. Also Entschuldigung, das halte ich auch für absoluten Quatsch, weil, Entschuldigung, also Bremen gehört zu Deutschland, lass mich das eben sagen, Bremen gehört zu Deutschland. Nein, für mich nicht. Und das bedeutet, wo ich sitze, ich sitze jetzt ganz woanders, da wo ich sitze, da muss ich kämpfen. Ich kann nicht an einen Ort gehen und sagen, der passt mir nicht, weil da ist alles zu schwierig, guck dir doch mal die Situation von dem Martin Zellner im Moment an. Ja, der sitzt da in Österreich, was vollkommen ihn im Grunde outgespaced hat, ja. Ja, was soll er jetzt machen? Soll er jetzt auswandern? Also ich empfehle Go's, also sowieso erstmal generell jedem, der ja noch einen gesunden Verstand hat, ja, auswandern wäre das sinnvoll. Natürlich. Ja, super. Dann wandern wir alle aus und damit ist er auch schon verloren. Ja, und? Ich habe hier keine Kinder. Ja, und dann frage ich mich, wofür du noch einstehst. Wenn du meinst, dass es das Beste ist, dass wir alle abhauen, ja, dann brauchen wir ja für nichts mehr einstehen. Dann ist ja alles egal, was wir tun. Jeder kann machen, was er möchte, oder nicht? Ja, natürlich. Aber ich sage mal, ist das jetzt eine Haltung, die man braucht, um hier eine Veränderung herbeizuführen? Ja, ich glaube, wenn ein Mensch, und da muss ich jetzt nicht offenlegen, was ich alles durchhabe hier, ja, irgendwo mal sagt, er will nicht mehr, er kann nicht mehr, ja, oder an mir hängen noch ein paar Menschen mehr dran, also drei, um genau zu sein, die möchten das nicht mehr, ja, dann ist die Sache durch. Also vielleicht muss man so eine Sache in Bremen noch dazu sagen, in einer der ersten Radiosendungen hier hat mal eine Dame aus Bremen angerufen, die auch bei diesem Frauenmarsch mitgemacht hat, oder mitorganisiert hat, und ich glaube, Marco, du hast es auch schon mal erzählt, da wart ihr dann sieben Demonstranten, glaube ich, auf tausend Antifa-Gegner, die euch lünchen wollten. Da habe ich sogar ein schönes Video davon gesehen. Also Bremen ist schon, ja, mein Gott, also ich kann auf Bremen verzichten, Roger, muss ich ganz einfach sagen. Ja, da können wir die Leute sagen, ich kann nicht nur appellieren, da müssen wir ganz viele Leute nach Bremen schicken. Weil dann ist Bremen ein wichtiges Bundesland. Und man kann so ein Bundesland nicht aufgeben. Ja, aber es ist so klein und es kostet uns so viel Geld. Ach, es ist klein, es ist wichtig. Man könnte auch eine Mauer drumherum machen und das einfach zum großen Asylzentrum umgestalten. Ja, aber dann würde ich gerne nach Bremen ziehen. Weil ich glaube, dann ist Bremen mein richtiger Ort. Wirklich? Also du willst ja dann mit so vielen roten Socken dann in einem großen Früchtlingschein? Nein, ich suche die Konfrontation. Ich rufe doch nicht umsonst immer bei dir an. Verriffst keine Konfrontation, du verlässt dich dem und dann kannst du rennen. Also Leute, wenn wir in einer Republik leben, wo wir nur noch rennen können, ja? Also wenn das wirklich unsere Einstellung ist, dass wir vor anderen rennen, die müssten vor uns rennen. Entschuldigung. Wer jetzt? Ja, natürlich die Anfragen dieser Leute. Wenn es da sieben Leute gibt, die für eine gute Sache demonstrieren und tausende dagegen, da müssen wir doch klarstellen, wo wir stehen. Ja, aber es klappt ja leider nicht. Die Leute kriegst du ja nicht auf die Straße. Der Carsten Ahn war ja jetzt auch auf verschiedenen Demos im Osten und da waren halt immer nur so 50 Hanselchen. Weil die Leute vielleicht sich nicht auf die Straße trauen oder weil sie sagen, es bringt nichts oder vielleicht sind wir doch viel weniger, als wir denken. Ja, ich weiß es ja nicht so genau, aber man darf ja auch eines nicht vergessen. Ich glaube auch, dass viele Menschen das jetzt, was der Seehofer gesagt hat, glauben, weil man erfährt ja von diesen ganzen Delikten, die so den Tag über passieren, in vielen Medien nicht. Wobei, man muss auch sagen, es haben jetzt auch viele Medien den Seehofer kritisiert und da mal ein bisschen Salz in die Wunde gestreut, dass es eben nicht ganz so ist. Aber natürlich jetzt nicht bei ARD und ZDF. Ja, da war alles großartig. Also Deutschland super, super sicher. Aber das ist ja die Masse, sage ich jetzt mal. Ich meine, wer geht schon in Google her und sagt Seehofer Kriminalstatistik und liest sich dann drei, vier Artikel, die irgendwo im Internet sind, drüber durch. Das machen ja nur ganz, ganz, ganz wenige. Und das ist das Problem natürlich. Also ich glaube schon, dass dem Seehofer jetzt erstmal geglaubt wird natürlich. Also wer diesem Mann glaubt, also der muss ja wirklich völlig verblendet sein. Es wäre ja nur eine Leichtigkeit, im Moment eine Liste aufzustellen der Straftaten, die seit 2015 hier diese Republik ereilen. Und ich rede jetzt nur über den Zeitraum ab 2015. Davor will ich gar nicht reden. Wir reden also im Grunde von 786 Straftaten von Migranten am Tag. Das kann man statistisch, empirisch, absolut akkurat nachweisen. Das heißt also, wenn dieser Mann sagt, wir sind das sicherste Land der Erde und er hat 786 Straftaten am Tag, dann möchte ich diesen Mann nach seiner Ehrhaftigkeit fragen, dann möchte ich ihn fragen, ob dieser Mann noch auf diesem Planeten weilt. Aber Gerd, jetzt frage ich dich mal. Er hat also jetzt gesagt, Deutschland ist das sicherste oder eines der sichersten Länder. Das ist ja schon relativ. Was heißt das? Auf welchem Platz sind wir da genau? Aber er fühlt sich jedenfalls sehr sicher in seiner gepanzerten Limousine. Aber er hat schon gesagt, Es wurde ja gleich vorgebaut in dieser Pressekonferenz, für die, die es irgendwie jetzt nicht glauben können, dass es so viel besser geworden ist. Er hat ja gesagt, die Bürger fühlen aber eine gewisse Unsicherheit. Ja, es ist alles, es stimmt nicht, Gerd, aber der Bürger fühlt eben eine gewisse Unsicherheit. Ist das alles nur Gefühl und täuschen wir uns da? Der Bürger, also schon alleine von dem Bürger zu reden. Ich weiß nicht, vielleicht kennt er bloß einen, der in Deutschland wohnt, keine Ahnung. Ja, Mutti. Deutschland hat ja über 80 Millionen Einwohner. Und wenn er alle die Gefühle der 82 oder 80 Millionen Einwohner kennt, nur Respekt. Ich weiß nicht, wo der Mann diese Meinung, oder wodurch er diese Meinung bilden konnte. Dass die Bürger einfach nur ein fehlerhaftes Gefühl haben, so eine Art Phantomschmerz, sag ich jetzt mal. Die meinen, es ist unsicher. Ich habe Schmerzen in den Bandscheiben. Das kommt durch meine Fehlstellung der Wirbelsäule. Aber was anderes kann ich nicht fühlen. Sicherheit kann ich nicht fühlen. Ich kann nicht nur erfahren. Ja, aber er sagt ja, du würdest Unsicherheit fühlen, als Bürger, ja, und dir nur einbilden, dass es irgendwie gefährlicher geworden ist. Ja, also bin ich psychisch krank. Ich bin drogen, wenn man es scheint. Ja. Ja. Naja, gut, okay. Eugen, wie siehst denn du das? Er sagt, also, du fühlst da falsch, wenn du sagst, es ist gefährlicher geworden in der Bahn, wie du vorhin berichtet hast. Du bist da einfach ein bisschen Gata vielleicht im Kopf und siehst das alles falsch. Es ist alles wunderbar geworden. Wenn man mal die Straftaten so anschaut, immer eine Messe, Stecherei, hier und da, früher war sowas gar nicht möglich, oder war sowas gar selten. Und jetzt ist es halt öfters und dann ist es klar, dass man so ein Gefühl bekommen kann, dass man unsicher ist und so. Mhm, mhm. Also ihr nehmt das jetzt sozusagen, diese positive Nachricht der Woche, wollt ihr jetzt einfach nicht glauben. Das ist also schon schlimm. Das kann man nicht glauben. Kann man nicht glauben, ja. Sieht man, dass es nicht so ist. Also um das Sicherheitsgefühl nochmal anzusprechen. Eine Freundin von mir wohnt in Chemnitz. Sie ist Chemnitzerin. Und eine Woche bevor das letztes Jahr dort passiert ist, habe ich sie besucht. Und ich habe gesagt, wir gehen in die Stadt shoppen, ein bisschen was einkaufen. Da hat sie gesagt, nee, ich gehe nicht in die Innenstadt. Dort kannst du dich nicht mehr bewegen. Ich wollte es nicht glauben, aber es ist so. Und eine Woche später haben ja dann die Hetzjagten stattgefunden. in denen Videos existieren. Ich warte immer noch, dass die auch mal veröffentlicht werden. Also es ist schon merkwürdig. Ich kenne es schon seit 1978. Eine völlig andere Situation heutzutage. Also ich vermute in Chemnitz, in Chemnitz ist der Zusammenhalt noch besser, ne? Naja, sicher. Also die Sachsen überhaupt. Die Sachsen überhaupt. Alles, was aus der ehemaligen DDR im Süden dort stattfindet und was sich dort ereignet, der Zusammenhalt ist schon noch da. Apropos Sachsen, ja. Ich habe da gerade noch vor der Sendung die neueste Wahlumfrage auf Bild gelesen aus Sachsen. Und da schaut es ja jetzt wirklich schlecht aus. Also die AfD ist weiterhin bei 25%. Die CDU hat 2% verloren, ist auf 28% gefallen. Also um es mal so zu sagen, es fehlen der AfD noch 3%, bis sie den Ministerpräsidenten stellen können. Und die SPD hat es ganz schlimm erwischt. Mir sind in die Tränen gekommen. Die sind auf 9% gefallen. Wo? In Sachsen. Ja. Also das wird doch sehr, sehr spannend werden. Hat es die FDP über die 5%-Hürde geschafft? Bitte? Hat es die FDP über die 5%-Hürde geschafft? Die FDP hat es aber die 5%-Hürde geschafft, ja. Und wer war 9? Wer war 9? 9 war die SPD. So viel noch, um Gottes willen. Ja, na gut. Ich sage euch, ich gebe auf so eine Meinungsumfragen und so eine Erhebung, die überhaupt nicht. Weil, die Frage ist ja, wer hat sie veranlasst? Wie lautete die Fragestellung? Das ist schon klar. Aber ich meine, es wird trotzdem natürlich wahnsinnig spannend, weil 3% noch aufzuholen von der AfD Richtung CDU, das ist ja wohl im Bereich des Möglichen. Das ist mehr an der Wahrscheinlichkeit, wenn Bockenburg nicht weggegangen wäre. Ja gut, aber die jetzigen Umfragewerte sind ja auch schon erstellt worden, wo der Bockenburg weg ist. Bockenburg ist Sachsen-Anhalt. Noch mal etwas zur Kriminalstatistik, wenn ich das sagen darf. Ich habe ein Buch geschrieben vor einem Jahr und zwar ging es darum, das heißt Merkel und das Verbrechen. Und da hat der Herr Pfeiffer, der ist ja der Leiter der Kriminalstatistikabteilung und der Mann hat damals eine Statistik vorgestellt. Ja, der ist ein Wissenschaftler, der arbeitet nicht beim BKA. Ja, ja, angeblich ist das ein Wissenschaftler, eigentlich ist es ein Politiker. Und dieser Mann hat aber dennoch sehr deutliche Zahlen vorgelegt. Und mich verwundert sehr stark, dass jetzt heute auf einmal diese Zahlen nicht mehr vorzuliegen scheinen, die damals eindeutig veröffentlicht wurden. Der Pfeiffer hat zwar dann zurückgerudert aus verschiedensten Argumentationsketten, aber ich möchte noch auf einen Punkt kommen. Dieses Buch gibt es bei Amazon nicht mehr, aber es gibt es noch bei anderen Anbietern. Und da steht genau drin, was der Pfeiffer damals gesagt hat. Und er hat einen über 300% Anstieg der Kriminalität konstatiert. Das muss man sich mal vorstellen. Und heute tritt der Herr Seehofer vor die Presse und behauptet, wir sind das sicherste Land der Welt. Also wie kann das miteinander Konkurrenz sein? Das soll mir mal einer erklären. Ja gut, das ist halt einfach, er hat halt die Bereiche genommen, die zurückgegangen sind. Ja, und wahrscheinlich ist es einfach auch so, Wohnungseinbrüche rentieren sich halt, weil einfach nicht mehr, weil Drogenhandel und andere Sachen passen, sind einfach vielleicht einfacher und sind lukrativer. Ich hatte übrigens auch Berichte gesehen über den Einzelhandel, weil es ja auch hieß, die Ladendiebstähle sind zurückgegangen, dass viele Ladenbesitzer, sobald ein Flüchtling den Laden betrifft, schon auf Alarmstimmung sind, weil die die Raden klauen sollen und letztendlich wahrscheinlich auch aufgegeben haben, die Sachen immer zur Anzeige zu bringen, weil sie merken, es bringt ja nichts, es passiert ja nichts sozusagen. Ja, genau so ist es, genau so. Also ich habe das beobachten können. Und es war ja auch noch viel bei der Kriminalstatistik und es war ja viel interessanter, wie die Täter verurteilt werden, ob sie verurteilt werden überhaupt, weil man liest ja ständig jetzt, ein Flüchtling, die und die Straftat, habe heute gehört, es ist eine versuchte Vergewaltigung, Freispruch, ja, also man wundert sich ja wirklich. Ja, weil die traumatisiert sind. Richtig. Das sind arme Menschen. Ja, ja. Dem muss man auch diese Freiheit etwas gönnen, Straftaten zu begehen. Die müssen sich auch ein bisschen austoben. Wir haben das in unserer Jugend vielleicht gemacht, die müssen das ja erst mal alles nachholen jetzt. Ja. Ja? Ja, genau. Wo ist das? Bloß, ich, ich, also 300% Steigerung, das ist für mich außerhalb jeder Diskussion. 100% Steigerung ist schon eine horrende Vorstellung. Ja. Dann kommen wir nach Bremen, 3000. Das ist aber ein Fakt. Man muss sich natürlich auf bestimmte Parameter beziehen, wenn man eine, mein Gott, wir wissen doch alle, es gibt keine Statistik, die ehrlich ist, die man nicht selbst gefälscht hat. Reden wir doch mal. Wir wissen, die Arbeitslosenzahlen sind gefälscht. Wir wissen, der angebliche Facharbeitermangel, der existiert nicht. Wir wissen, dass die Inflationsrate nicht stimmt. Mensch Leute, das ist die DDR 3.0. Ja, wir, wir hören ja den ganzen Tag Erfolgsmeldungen von irgendwelchen Staatsmedien, die völlig gleichgeschaltet sind. Und wir hören nur Zahlen, die natürlich so in den Parametern angelegt sind. Mein Gott, so eine empirische Forschung kann ich auch einstellen. Ich kann jetzt heute sagen, es gibt keine Ratten mehr. Ja, das kann ich dir belegen. Aber es gibt Ratten. Ich muss auch noch dazu sagen, die Werte, die die AfD, die ich vorhin vorgelesen habe, bekommen hat, die umfassen ja keine Migranten, die einen deutschen Pass haben. Ja, zum Beispiel. Auch in der jetzigen Kriminalstatistik oder in allen Statistiken ist es ja so, der Migrant, der sich zu seinem türkischen Pass noch einen deutschen geholt hat, der wird nicht, der wird als Deutscher geführt. das weiß ich. Und alleine schon das, dass dies nicht deutlich getrennt wird, das wird natürlich gemacht, um diese Statistik zu schönen. Ich meine, es gibt ja nur den einen Grund. Ich weiß nicht, ob ihr bei PI News jetzt gehört habt, dass jetzt der Hauptmesserstecher in Deutschland, das hat ja eine empirische Studie ergeben, heißt Michael. Ja. Das habt ihr ja gehört, ne? Also der Hauptgefährliche in Deutschland ist der Michael. Ja, ja. Der sticht mit dem Messer zu. Die Frage lautet ja, das ist angeblich belegt. die Vornamen der Deutschen. Die Frage lautete, wie sind die Vornamen der Deutschen, die am meisten als Messerstecher aufreden? Ja. Ja. Es wurde nicht nach Messerstechern gefragt, wie die Messerstecher heißen, wie der häufigst genannte Name ist, sondern der Deutschen. Also ich weiß auch nicht genau, wie die Frage war, aber ich habe ein Video gesehen von einem Rechtsanwalt und der hat es so erklärt, dass die Frage dahingehend, wie es also zu diesen Messerdelikten kommt. Ein Messerdelikt ist ja heute schon etwas, haben wir ein paar Erinnerungen auch schon gehabt, wenn du nur ein falsches Messer mitführst, weil du Handwerker bist zum Beispiel und wirst dann kontrolliert und hast dieses Werkzeug dabei, dieses Messer und du heißt dann Michael, dann bist du schon in der Statistik als der Waffenstatistik ein Messer drin. Aber da hast du ja noch nicht zugestochen. Habe ich auch gesehen, in dem Video. Also ich habe jetzt, muss ich mal sagen, in den letzten drei Jahren, seitdem die vielen Fachkräfte, Goldstücke zu uns gekommen sind, keine Meldung gelesen, dass Michael aus Erkenspeck irgendwie eine 17-Jährige abgestochen hat, habe ich nicht gehört. Also das ist mir... Ja, zumal auch jedem eigentlich klar sein müssen, ist, dass natürlich der Messerstecher, ich sage mal, ein Deutscher, der eine kriminelle Tat begeht, der ist allein schon kulturell so geprägt, der benutzt kein Messer. Eben. Ja, der benutzt was anderes. Das liegt schon auf der Hand. Das ist eine Sache, die braucht man nicht mehr erklären. Also ein Michael nimmt kein Messer. Das liegt dem Deutschen völlig fern. Das ist keine Waffe für den Deutschen. Ja, das ist ja schon lächerlich. Also das allein zu begreifen, also wenn ich, und ich würde niemals was Böses tun, und wenn ich das tun würde, da würde ich doch kein Messer nehmen. Also allein das ist schon kulturell, ja, völlig fremd. Und dann zu behaupten, wir haben Michael, der zweite war glaube ich Jan, der dritte hieß irgendwie Wolfgang, ich weiß nicht mehr genau. Ja, genau. Das ist völlig abstrus. Das ist völlig abstrus, weil es auch unserer kulturellen Tradition überhaupt nicht entspricht, ein Messer zu benutzen. Ja, also das ist alles eine sehr komische Geschichte. Eigentlich müsste man mal wieder ein paar Talkshows jetzt dazu im Fernsehen machen, aber ihr habt ja mitbekommen, es wird über alles andere diskutiert, Brexit und bla bla bla, zum tausendsten Mal. Wahnsinn. Damit die Leute nicht aufwachen. Genau. Es sind andere Themen, Klimathemen sind jetzt auch ganz wichtig, weil es ist einfach alles wichtiger, aber was nützt mir das, wenn die Sonne schön scheint, aber dann einer kommt und der einem im Messer niedersticht. Habt ihr das mit dem Klima eigentlich gehört, dass Kinder Klimakiller sind? Habt ihr das auf den Demos auch mal gesehen? Die Schilder? Und behaupten die das ja wirklich? Dass die was? Kinder sind Klimakiller. Ja, selbstverständlich sind die Klimakiller. Das gilt natürlich nur für deutsche Kinder, natürlich. Aber was viel schlimmer ist bei der ganzen Diskussion, das ist mir nämlich aufgefallen. Achso, Entschuldigung, Gerd. Ja, die Kinder atmen CO2 aus. Ja. Es wundert mich, dass es darauf noch keine Abgaben gibt. Keine Steuern. Das ist das eine. Vor allem im Schulsport wird wahnsinnig viel ausgeatmet. Ich bin ja der Meinung, Schulsport muss jetzt verboten werden. Ja, aber ich möchte trotzdem noch mal was zu dieser Klimadebatte sagen. Ich bin vollkommen auf eurer Linie. Nur eine Sache möchte ich auch sagen. Hier wird was verwechselt. Das habe ich schon mehrfach gesagt. Die Umweltkatastrophe, die ist real. Was aber nicht real ist, ist die Verseuchung durch CO2 unserer Umwelt. Das ist überhaupt nicht das Problem. Das Problem ist zum Beispiel im Moment diese 5G-Masten, die jetzt errichtet werden, dass unsere Digitalisierung mittlerweile zu einer vollkommenen Verseuchung, unsere Plastiksachen, unsere Autos, natürlich, das stimmt. Aber was nicht stimmt, ist das, das ist ein Ablenkungsmanöver im Grunde, sage ich mal, von den Sachen, die wirklich wichtig sind. Und eins ist auch wahr. Und das muss man natürlich auch mal sehen. Natürlich ist die Überbevölkerung ein Hauptproblem unserer momentanen Situation. So ist es. Oder nicht der Deutschen. Doch, unsere Deutschen. Denn ein Argument, Moment mal, in Deutschland werden jetzt mittlerweile 4 Millionen Kinder sind in den letzten 15 Jahren geboren in Deutschland. Ja, die sind nicht deutscher Natur, aber das ist eine andere Sache. Aber die sind geboren worden. Genau. Denn das ist jetzt ein Punkt, Gregor, nee, Quatsch, Roger, ein Punkt, den natürlich in der ganzen Diskussion keiner genannt hat, der ist mir diese Woche tatsächlich wie vor den Schub von den Augen gefallen, warum Deutschland die Klimaziele nicht erreicht. Und Leute, jetzt haltet euch fest, natürlich sind die ganzen Asylanten dran schuld. Wir haben um die 2,5 Millionen hierher geholt, also da sind die Flüchtlinge dabei, aber die, die auch so noch gekommen sind, die aus Spanien oder die Italiener, die hierher gekommen sind zum Arbeiten. Und wir bekommen ja jedes Jahr eine Viertelmillion mehr dazu. Deutschland kann die Klimaziele gar nicht erreichen, weil wir haben so viele Ausatmer, CO2-Ausatmer dazu bekommen, die mit dem Bus fahren, die fressen, die schlafen, die neue Wohnungen brauchen, die geheizt werden müssen. Ist doch völlig klar, dass wir bei diesen Flüchtlingsmengen, die wir haben, die CO2-Ziele nicht erreichen können. Und dieses Argument ist doch das beste Argument. wenn wir die 4 Millionen wieder zurückschicken, wo sie hergekommen sind oder die 2 Millionen zumindestens. Wir sparen nicht nur wahnsinnig viel Geld, sondern wir könnten dann vielleicht sogar die Klimaziele erreichen. Ja, aber da stechen sich die Grünen ja selber aus. Ja, ich weiß, das ist ja das Problem. Deshalb könnte man ja die Grünen damit so wunderbar, aber es wird halt leider, also es ist so ein schönes Argument, das würde ich gerne in der Talkshow mal im Fernsehen mit dem Grünen diskutieren. Ja, aber eins ist doch klar, also ich sag mal, die Überbevölkerung, das ist nun wirklich ein Problem. Und natürlich ist der Mensch der größte Verursacher von Schäden an der Natur. Und das ist doch gar keine Frage. Also ich finde nur diese Polarisierung so schlimm. Es geht doch nicht um CO2. Es geht darum, dass jeder Mensch mit diesen Ressourcen unserer Umwelt, mit den Tieren, nicht vernünftig umgeht. Ja, das ist eine klare Sache. Da bin ich auf Seite der Grünen, da bin ich wirklich auf Seite aller Leute, die sagen, die Tiere und unsere Umwelt müssen wir schützen. Ja, vollkommen klar. Aber das hat mit CO2 überhaupt nichts zu tun. CO2 lenkt nur ab von den wirklichen Problemen. Und wenn wir die Überbevölkerung nicht in den Griff kriegen und das wird wahrscheinlich die Natur bald von ganz alleine erledigen, ja, dass sie sagen, was wird passieren, eine Krankheit oder was weiß ich wird da passieren oder eine Wirtschaftsrevolution oder irgendetwas, ja, weil wir haben einfach effektiv zu viele Menschen. und das ist wirklich ein Problem. Und das kann man ja nicht dadurch lösen, dass man sagt, wir reduzieren CO2. Das Problem ist tatsächlich die absolute, total Überbevölkerung dieser Welt. so und jetzt muss ich zum Thema Organspende schwenken, weil ich dann auch noch eine neue Runde starten würde. Aber du hast auch eine gute Vorlage, Roger, geliefert, über Bevölkerung, die Organspende, die jetzt gekommen ist, also sprich, dass jeder Organspender ist, außer er widerspricht, ist ja dann genau problematisch für die Bevölkerung. Damit wird das Leben von kranken Menschen ja verlängert. Ich sage es ganz provokant jetzt natürlich, logischerweise, mit diesen Organspenden eigentlich doch dann der völlig falsche Schritt. Man würde sagen müssen, Organspenden werden verboten. Wenn die Leute eher sterben, ist es gut fürs Klima. Ja, bevor du jetzt die neue Runde startest, noch einen Satz, dann kannst du mich rausschmeißen. Ich wollte einfach das Thema jetzt mal wechseln. Ja, Organspende. Das ist auch ein sehr wichtiges Thema, weil ich denke, was wir da erleben, ich habe jetzt letztlich diese Hart-Aber-Fair-Sendung gesehen. Die war ganz schlimm. Und zwar, eins ist doch klar, wir haben es hier mit einem Geschäft zu tun. Das heißt also, der Mensch ist ungefähr 45.000 bis 60.000 Euro wert. Also wenn ich mich heute ausschlachten lasse, dann könnte ich 60.000 Euro verdienen. Es geht um ein Geschäft. Wer will, dass er von oben bis unten ausgeweidet wird. Und dafür, sage ich mal, wildfremde, kapitalistische Interessen, der kann das gerne tun. Für mich ist eindeutig klar, einen Organspendeausweis habe ich nur in der Form, dass da ganz klar drin steht, dass ich niemals zulasse, dass irgendjemand Hand an meinen Körper legt. Habe ich auch. Wollte ich auch gerade empfehlen. Und das habe ich mir erst seit heute. Also das heißt, du bist, Roger, du bist gegen Organspende. Absolut. Oder gegen diese jetzige neue Lösung. Es geht hier um ein Komplex der Pharmaindustrie. Ich weiß nicht, ich habe das auch, ich habe ein Video darüber, ist egal. Ich habe gesagt, die Ausweidung des Körpers kann sich ja niemand vorstellen. Wir haben heute noch keinen wirklichen Begriff darüber, was Tod wirklich ist. der Gehirntod ist noch lange nicht bewiesen als der wirkliche Tod. Früher war ein Mensch tot, wenn er nicht mehr warm war. Heute ist das ganz anders und diese Skala wird auch immer weiter runtergehen. Ich gebe mal ein Szenario. Da ist ein reicher Mann, der braucht eine neue Niere und da ist ein Hartz-IV-Empfänger, der hat eine funktionierende Niere. Ich weiß nicht, was passiert denn da? Ja, da wird der Hartz-IV-Empfänger ausgestattet, ist doch klar. Also, wenn wir eines tun können und wenn ich dann auch sehe, dass auf dem Organspendeausweis der Bundesadler prangt, ja, Entschuldigung, da schlägt man her. Ja gut, aber es soll ja jetzt gar keinen Organspendeausweis mehr geben, sondern jeder ist erstmal Organspender und Ende. Ja, das ist unser besser der Organhandel. Nichts anderes. Ja, ich gehe da mit Roger einer Meinung, alleine von der Begriff ist eine Brechheit. Ja. Also, solange bis die Ersatzteile ausgeschlachtet sind, handelt es sich um eine Spende. Also, ohne einen Gegenwert. Und dann geht das Geldverdien los und deshalb lehne ich sowas auch ab. Ja, das muss man ablehnen. Ich habe vor 15 Jahren eine Patientenverfügung gemacht. Ja. Also, wenn ich jetzt in diese Situation käme, dass ich selbst betroffen wäre, ich schließe lebenserhaltende Maßnahmen für mich aus und ich verweigere auch die Organentnahme meiner Organentnahme. Aber Marco, du willst es doch nicht verweigern. Du willst es doch nicht verweigern. Da sind wir uns doch alle einig. Wenn es deine Tochter ist, wenn es dein Sohn ist, ja natürlich würden wir das tun. Ja klar. Das ist doch eine ganz andere Sache. Aber dass man ohne Widerspruchsrecht in die Situation bringt, dass wenn ich irgendwelche Formalitäten, die soll ich ja angeblich sogar beim Einwohnermeldeamt erfüllen, das ist ja schon eine völlig abstruse Voraussetzung. Ja, dass man uns in die Situation bringt, dass wir a priori erstmals Spender sind, wenn wir nicht das Gegenteil bewiesen haben. Das ist genauso, als würde man einen Straftäter, man würde dieses Prinzip des Unschuldigsein, bevor das bewiesen ist, umdrehen. Na ja, gut, okay, jetzt pass auf. Noch mal ganz kurz, der Eugen ist leider aus der Leitung gefallen, den kann ich jetzt gar nicht mehr fragen, aber ihr drei seid gegen Organspende. Ja, ja. Ich möchte auch noch was sagen. Und zwar ist es so, wenn ein Mensch jetzt zum Beispiel Hirntod ist, ich habe eine gute Bekannte, die ist über 60 und ist ein Speed-Safe. Wenn dann die Organe entkommen werden, ich mache mal ein Beispiel, ein Mensch ist Gehirntod, sieht ganz befreit und ohne Schmerz aus. Nach der Organentnahme hatte dieser Mensch ein schmerzverzerrtes Gewicht. Das sagt ja auch jeder, der ehrlich ist. Gut, aber es geht ja darum, jetzt soll ja so sein, dass jeder automatisch erstmal Organspender ist. Ja, ist nicht. Jetzt habt ihr aber zum Beispiel gesagt, Organhandel, damit wird Geld verdient. So ist es ja aber nicht. Das Organ selber kostet ja nichts. Indirekt doch. Die Entnahme des Organs kostet was und der Transport und die Transplantation kostet Geld. Aber das Organ selber wird ja nicht bezahlt. Ja, das ist aber auch so ein Spendenempfänger. Der muss ja weiterbehandelt werden. Genau. Ja, und das kostet Geld. Das macht niemand für uns sonst. Genau, dafür zahlen wir ja alle unsere Krankenversicherung. Ja, es ist ein Geschäft. Also grundsätzlich schließe ich Organspende nicht. Ja, aber dann ist ja jeder, dann ist auch in der Apotheke, wenn du dir was für ein Schnupfen kaufst, ein Geschäft. Ja, das ist das Urteil. Das hat doch nichts. Ja, das weiß man doch. Du kannst doch, wenn du als Menschen ja, und selbst wenn dir was weiß ich, ein starkes Schmerzmittel holst, bist du Herr deiner eigenen Sinne. Aber wenn du irgendwo, weiß ich nicht, wenn du stirbst, dann bist du nicht Herr deiner eigenen Sinne und sagst, ich möchte die Leere abgeben, ich möchte die Lunge abgeben und was man nicht alles noch. Ja, deshalb kannst du ja jetzt dann widersprechen und sagen, das möchte ich nicht. Das tun aber die meisten Menschen nicht, weil sie es doch gar nicht mehr wissen. Denk doch mal an die 80-Jährige Oma, die vielleicht keinen Fernseher hat oder nur an die öffentliche Rechte. Ja, aber vor allen Dingen die Dunkelziffer, die Dunkelziffer derer, die ja überhaupt nicht mehr, da gibt es ja auch, das hat sogar, oder fair, hat sogar der DGD-Chef da, der ehemalige, gesagt, man muss ja auch mal an die Obdachlosen denken, man muss an die denken, das sind Hunderttausende, die keine Krankenversicherung haben, die überhaupt kein Recht zum Widerspruch haben, also im Grunde wird damit ein Recht. Na ja, Moment, langsam, 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 der Widerspruch hat er nichts damit, ob man eine Krankenversicherung hat. Ein Obdachloser würde ihn nicht ins Einwohnermeldeamt begeben. Ja, aber kann er? Er könnte, theoretisch. Er hat ja die gleiche Rechte wie der andere. Ja, aber es ist doch klar, also wenn ich jetzt sage als Beispiel, alle spenden Roger Rehab jetzt 5.000 Euro und man muss dem widersprechen, dann würde ja trotzdem, wenn ich mal ehrlich bin, ganz viel hängen bleiben, oder? Ja, aber trotzdem, dann kannst du auch sagen, der RTL-Zuschauer, der den ganzen Tag nur RTL glotzt, der kriegt das gar nicht mit, die neue Regelung, der ist auch zu doof dann zu sagen, ich widerspreche. Ja, das freut doch dann. Das sind aber mehr wahrscheinlich als die Obdachlosen zusammengezählt. Das Gefährliche an der ganzen Sache ist doch noch, wenn jemand keinen Verwandten mehr hat, dann wird entnommen, wenn er diesen Ausweis sich bei sich hat. Ja, richtig. Also ich sehe das ja auch kritisch, bin aber jetzt erstaunt, wie sehr ihr dagegen seid, weil letztendlich, es gibt ja zu wenig Organe, viele Menschen warten auf die Organe. Moment mal, da war eine Frau in hart oder fair, gleich am Anfang. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ich hatte das aber nicht gesehen. Ja, also die Frau war ja sehr beeindruckend, weil wir hatten es ja hier mit einer Hochleistung Sportlerin zu tun, die aber dennoch ein neues Herz brauchte. Entschuldigung. Also ich sage jetzt mal Folgendes. Und das mag etwas provokativ klingen, aber ich bin ein gesunder Mensch. Mensch, so, ich habe keinen Hochleistungssport gemacht und ich brauchte auch kein neues Herz. Ich gebe mal ein Beispiel. In der Natur. Ein Löwe. Würde ein Löwe jemals auf die Idee kommen, einem Kind oder einer Frau oder einer Löwin ein Herz zu schenken, ja, den der gar nicht kennt? Das ist völlig abstrus. Es ist völlig abstrus. Es ist völlig normal, wenn ich Menschen, die ich liebe, die ich gerne habe, dass ich denen helfen will. Aber wir haben hier wieder so eine überdoktriniierte Gutmenschenheit. Ich spende irgendjemand, irgendetwas, den ich überhaupt nicht kenne, ja. Das ist sowas von krank und es nutzt nur den Leuten, die wirklich damit Geld verdienen. Es nutzt vor allem den Leuten, die ein Organ brauchen. Ich habe mit einem Hörer, ich habe mit einem Hörer telefoniert vor einigen Wochen, den ich schon seit vielen Jahren kenne und der hat eine Lungentransplantation bekommen und der musste erste Zeit lang darauf warten. Der konnte sich kaum noch bewegen und der hat dann, glaube ich, aus Österreich das Organ bekommen und er muss jetzt noch nachversorgt werden und so weiter und so fort. Und wahrscheinlich braucht er in fünf Jahren nochmal ein neues Organ. Fakt ist, aber ansonsten wäre der krepiert, ja. Und nur weil es bei ihm schon so dringend war, ging das dann auch relativ schnell, aber ohne eine Spende wäre der eben gestorben. Ja, gut, aber Alex, ohne eine Spende würde auch wahrscheinlich, würden Millionen Menschen sterben. Ohne einen Autounfall würden auch Millionen Menschen sterben. Wir müssen endlich mal ein bisschen Respekt vor dem Schicksal haben. Wir können nicht alles reparieren. Wir können nicht sagen, wir können den Frühling ändern, wir können den Winter ändern, wir wollen ewig leben. Gut, aber dann müsst ihr das quasi jedes Jahr Millionen Deutsche sterben, weil man im Krankenhaus im Prinzip auch bei Kleinigkeiten, wenn er natürlich mal einen Knochenbruch hat, sagt man, naja, mein Gott, stirb halt jetzt, da machen wir jetzt nichts. Nein, wir können natürlich auch sagen, dass wir unsere Krankensysteme bis nach Ultimo Ratio, bis zum Letzten ausnutzen, ja, um Menschen zu unterstützen, die eigentlich evolutionär, und das muss man einfach mal ganz klar sagen, die einfach ein Problem haben, die Evolution funktioniert doch nicht nach Überleben, sondern die Evolution funktioniert dadurch, dass wir alle unsere Zeit haben. Darf ich das mal sagen? Darf man das noch sagen? Das darf man auch sagen, aber wenn man Menschenleben retten kann, kann man es doch tun. Ja, ich möchte gerne alle Menschen retten, aber wir müssen auch bedenken, dass, wir haben gerade über Überbevölkerung gesprochen, wir müssen aber auch bedenken, dass wenn wir alle Menschen retten, ja, diese Welt nicht mehr zu retten ist. Warum begreift man das? Aber das hat ja jetzt mit Organspenden nichts zu tun. Nein! Doch! Nein! Je mehr wir, je mehr Menschen wir retten, ja, desto mehr wird diese Welt auch bevölkert. Also, also, Entschuldigung, Leute, ihr müsst eigentlich mal begreifen, Leben und Tod, das gehört zusammen. Ja, aber die Menschen sind ja schon da, die ein Organ bekommen. Das ist ja nicht so, dass sie dann nicht geboren werden. Es geht einfach darum, finde ich, dass wenn ein Mensch nicht mehr kann, aus irgendwelchen gesundheitlichen Gründen, davor habe ich 2015 mal gekämpft, dazu stehe ich auch heute noch, dass wir das Sterbehilfegesetz verlockern müssten. Ja, natürlich. Und was wir in der Schweiz, müssen wir hier auch mal haben. Und das ist schon lange überfällig. So. Ja, aber es wird, der Mensch wird nicht verrespektiert. Und das ist, für mich ist diese Organspende Sache ein Lebensersatzteillager. Ja? Ja, ja. Die würden dann nicht nur, weil ein Mensch drauf wartet, ein Mensch, ein Mensch schlachten, sondern vorher auch und dann gucken, wo könnte man es einbauen. Allein der Gedanke, da kommt es mir hoch. Wir hatten letztlich das Urteil, das war auch in dieser Woche, von diesem Mann, der am Leben künstlich erhalten wurde. Ihr habt das vielleicht mitbekommen, der da in zwölf Jahre oder was, oder fünf Jahre, ich weiß nicht, da fürchterlich gelitten hat, weil man ihn unbedingt, ne? Wo war denn das? Weißt du, was ich meine? Nee, wo war denn das? Das weiß im Fernsehen überall. Da hat jemand geklagt, weil nämlich sein Vater, der wurde irgendwie am Leben erhalten, im künstlichen Koma und hatte nur noch Leiden, ja? Und der hat geklagt dagegen. Und der hat gesagt, das ist ja eigentlich eine Ungerechtigkeit, weil dieser Mann hatte eigentlich seinen Tod vor sich. Und dieser Tod ist verhindert worden. Aber, ob der gelitten hat, also ich habe es nur am Rande mitbekommen, das weiß ich jetzt gar nicht, ob das irgendwie bewiesen ist, aber das Gericht hat ja die Ärzte freigesprochen. Ja, das finde ich ganz schlimm, weil in dem Fall ist genau der Punkt, ja? Dieser Mann war am Sterben und wir müssen einfach begreifen, das Leben gehört zum Tod und der Tod gehört zum Leben. Und lasst die Sterbenden bitte sterben und lasst die Lebenden bitte leben. Naja, mal schauen, ob wir da noch andere Meinungen zu hören bekommen. Also ganz so aggressiv, wie ihr drei das jetzt seht, sehe ich es jetzt nicht, muss ich gestehen. Aber gut, dann würde ich mich bei euch bedanken und eine nächste Runde aufmachen. Ich sehe das nicht so aggressiv. Also ich bin nicht generell gegen die Organspende. Wer für sich persönlich entscheidet, seine Organe zu spenden, der soll es tun. Aber das staatlich zu verordnen, dass du bei Geburt schon Organspender bist, also das geht mir zu weit. Ja gut, alles klar. Ich bedanke mich bei euch dreien und wir hören uns wieder. Alles klar. Ciao. Tschüss. Ciao. So, der nächste Anrufer. Schauen wir mal, wer da dran ist. Hallo. Der Stefan. Der Stefan. Hallo, ich grüße dich, Stefan. Servus. Jawohl. Ich habe noch einen zweiten Anrufer, den hole ich auch gleich dazu. Wer ist denn da an der Leitung? Hallo? Hallihallo. Hallo? Hallo. Ja, wer ist in der Leitung? Wer ist denn dran? Hier ist der Alfred Weizmann. Nachnamen musst du nicht sagen. Der Alfred, ne? Ja. Alles klar. Alfred, ich grüße dich. Und ja, ich frage euch gleich mal jetzt, wie steht denn ihr jetzt zu dem Thema Organspende? Also ich glaube, Alfred, du kommst ja glaube ich aus Österreich, wenn ich es jetzt sehe, ne? Ja, aber mehr oder weniger. Ich rufe jetzt über Österreich an, aber ja, ich komme eigentlich aus Bayern. Also, okay. Also, es wurde jetzt so geregelt, wer nicht widerspricht, ist automatisch Organspender. Was haltet ihr von der Lösung? Alfred, fang vielleicht mal du an. Ja, da halte ich gar nichts davon. Auch nicht, okay. Warum? Ich habe jetzt gerade so ein kleines Problem mit dem, sind wir jetzt schon live oder nicht? Ja, wir sind schon live. Ja, nebenbei. Genau. Machst du dein Radio einfach leise machen, weil da gibt es einen Zeitversatz und das stört dich wahrscheinlich jetzt gerade. Also, okay. Ne. Ja, das ganze Organspendethema ist natürlich ein unzägliches Thema. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ich befasse mich selber seit Jahren damit, mit dieser Thematik. Und ich war selber schon Ausfüller von einem Organspendeausweis, weil das natürlich auch von den Krankenkassen eben zugesandt oder gesendet worden ist. Man will natürlich immer das Beste tun für, ja, für Leute, die eben Organe brauchen, wenn man selbst vielleicht nicht mehr in der Situation ist, aktiv etwas dazu tun zu können. Das heißt, wenn man im Stäbeprozess oder so weiter ist, dann will man natürlich keine Sinne organisch spenden. Bloß ich bin vor Jahren schon drauf gestoßen, dass es große Initiativen gibt, auch von Eltern, die das für ihre, ja, Kinder dann getan haben, dass sie gesagt haben, okay, der Sohn ist jetzt hirntot, ich will wenigstens andere Leben retten und so weiter. Und die dann erkannt haben, ich habe jetzt unglücklicherweise den ausgeschlachteten Körper meines Sohnes noch einmal gesehen und der war halt mit 20 Jahren oder was der Bub dort war, weiß, haarig und schmerzverzerrt. Da muss man sich natürlich die Frage stellen, wo kommt das dann her, wenn diese Hirntotdiagnose denn so sicher ist, dass keiner mehr was mitbekommt. Also, ich bin halt da ein großer Skeptiker, bin auch im medizinischen Bereich angesiedelt, bin, ja, aufgrund dessen natürlich relativ oft mit dieser Thematik mittlerweile konfrontiert und ich muss wirklich jedem raten, sich genau zu informieren und sich intensiv damit auseinanderzusetzen, weil das nicht so ein einfaches Thema ist, weil Hirntot ist nicht tot, weil tote Organe kann man nicht, oder von toten Menschen kann man keine Organe transplantieren. Das ist natürlich interessant, aber beschäftigen wollen wir uns mit dem Thema ja eigentlich alle irgendwie nicht so richtig. Ich hole noch einen weiteren Anrufer rein, dann komme ich gleich zu Stefan. Hallo, wer ist dran? Hallo? Ja, wer ist denn dran? Frank, ich bin schon die ganze Zeit drin. Hallöchen, wer bist denn du? Hallo, Frank heiße ich. Frank, hallo Frank. Also, ich bin der Meinung, man sollte das jedem selber überlassen. Ich meine, wir sind im Digitalzeihalter, da kann man ja irgendwas verschicken und jeder soll sich da selber entscheiden. Ja, aber... Und jetzt so betreutes Denken, ich persönlich halte davon gar nichts. Na ja gut, vorher war es so, man musste sagen, ich will spenden, jetzt muss man halt sagen, ich will nicht spenden. Das wäre jetzt nicht so eine großartige Veränderung. Nein, aber ich meine, die können einen doch auch Wahlunterlagen zuschicken, dann können sie einen auch selber entscheiden lassen irgendwie. Das sollte ja nicht so ein Problem sein. Du kannst dich jetzt immer noch frei entscheiden. Man hat jetzt nur die Situation so geändert, dass man erstmal Spender ist und nicht umgekehrt erstmal Nichtspender ist, weil man eben zu wenig Spender auch hat. Die Leute sind ja auch faul, die entscheiden sich ja nicht. Man sollte einmal vor die Wahl gestellt werden, mit Widerrufsrechten natürlich und Punkt. Und dann ist das doch klar, entweder bin ich ein Spender oder ich bin keiner und fertig. Und alles andere, also ich persönlich sehe da ein bisschen so ein China-Organhandel hier. Ja gut, der China-Organhandel funktioniert ja ganz anders, dass dort Kriminellen oder Leuten, die sich dagegen nicht wehren können, die Organe entnommen werden, um sie dann für Geld an irgendwelche Leute zu verkaufen. So ist es ja in Deutschland nicht. Naja, aber jetzt mal, ich habe zwei Vorstellungen, wo sie die Grenzen hier alle aufgemacht haben und hier Millionen ohne Pass reingekommen sind. Also das erste, was ich und auch viele andere, die das haben, Organspender. Also weiß ich nicht. Wer Kohle hat, der kriegt auch ein Organ. Und wenn du keine Kohle hast, dann bist du auf der Wadeliste an letzter Stelle fertig. Naja, das ist aber leider nicht so, weil ich habe ja mit einem Hörer gesprochen, der eine Lungentransplantation bekommen hat. Und bei dieser Spenderliste geht es ja wirklich so, dass da nur entscheidend ist, wie lange du noch zu leben hast und wie hoch deine Chancen sind. Egal, da spielt Geld keine Rolle. Du kannst vielleicht, wenn du viel Geld hast, sagen, ich brauche jetzt eine neue Niere, ich fliege jetzt nach China und lasse mir dort von einem chinesischen Arzt irgendeine von irgendeinem Gefangenen, den sie eben die Niere einfach entnommen haben, reinsetzen. Aber das hat ja jetzt nichts mit der deutschen Organspende zu tun. Ja, das sehe ich ein bisschen anders. Ich finde, die Leute sind hier ein bisschen auf Kuschelkurs und alles ist schön hier in Deutschland. Und hier gibt es keine Korruption und hier weiß ich nicht. Also ich sehe das mittlerweile komplett anders. Ich finde, Deutschland ist sehr korrupt. Bloß hier tragen die Korrupten einen Schlips und Kragen und in anderen Ländern vielleicht nicht. Es gab doch schon noch hier mit den Transplantationen und so weiter und so fort Genussskandale. Deswegen schreckt das ja auch viele Leute ab. Also das ist ja noch gar nicht mal so lange her, glaube ich. Ja, aber wenn es jetzt mehr Organe gibt, wenn es also jetzt Genügen gibt in Anführungszeichen, dann wird es ja dann noch gerechter, weil dann ist ja kein Grund mehr da irgendwie zu mauscheln oder zu irgendwas in der Richtung. Naja, aber überleg mal, ich weiß ja nicht, wir steuern auf eine globale Welt hin. Ja, aber die Organspende, die wir jetzt haben, die ist jetzt rein deutsch, vielleicht noch europäisch ein bisschen, weil jetzt zum Beispiel bei der einen Sache, die ich erzählt habe, die Lunge wohl aus Österreich gekommen ist. Ja, aber es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier Organe liefern nach Indien oder die Indiorgane hierher liefern. Ja gut, vielleicht nicht nach Indien, aber in die westlichen Länder. Du musst doch nochmal gucken hier, was auch mit den Apotheken-Skandalen, was hier alles möglich ist. Der hat hier irgendwas zusammengepanscht und hier was weiß ich, was das für Mittel war, was hier richtig teuer war und hier Wasser verkauft oder was der Kugel was. Das war doch gerade jetzt hier. Ja gut, aber Organ kann man jetzt natürlich nicht zusammenpanschen, so ohne weiteres. Nein, aber du bist doch hier irgendwo gespeichert mit deinem ganzen Kram. Wenn da irgendein der Falsche rankommt, dann keine Ahnung, dann knalle ich dich ab, wenn ich eine Million auf dem Konto habe und dann hole ich mir dein Herz. Naja gut, ist ja trotzdem so, dass wenn du jemanden abknallst, du dann auch den als Spender bekommst. So ist es ja auch trotzdem nicht. Naja gut, aber das hat natürlich alles sehr weit hergeholt und hat auch nichts mit der deutschen Organspende zu tun. Alfred, du wolltest noch was sagen. Ja, also ganz ehrlich, ich glaube, da gibt es ein großes Wissensdefizit, was das anbelangt, weil es ja immer heißt, wir haben viel zu wenig Organspende im Land und das ist definitiv falsch. Das weiß ich, weil ich mich mit ganz vielen Leuten aus dem Medizinbereich austausche. Diese Information kommt von jemand, der für die private Krankenversicherung arbeitet. Wir haben nicht zu wenig Spenderorgane, sondern wir haben ein logistisches Problem. Die Organe dann in dieser kurzen Zeit dann hin zu transportieren, wo sie hin sollen. Das ist das Problem und deshalb kommt unser super schlauer Bundesgesundheitsminister drauf, dass er sich dann denkt, wir regeln das so, dass jetzt jeder zum Organspender wird. Dann habe ich nämlich relativ kurze Zugriffszeiten zu Organen. Und das ist halt natürlich der einfachste Weg, wenn ich mal keine Arbeit machen will, weil das ist ja Politiker-Thema, möglichst wenig Arbeit und viel Geld verdienen. Das Thema ist das, es gibt genügend Organspender. Aber die sind ja noch nicht tot, das ist das Problem. Ich bin gleich fertig. Es hapert an der Logistik, dass man diese 10.000 Leute, die es momentan noch reinmessen gibt, die auf ein Spenderorgan warten, ordentlich versorgt. Es gibt deutlich mehr Leute, die Organspender wären und die auch Organspender wären, tatsächlich, weil sie halt verstorben sind und die Organe nutzbar wären für die Leute, die auf ein Organ warten. Bloß ist es halt logistisch nicht umsetzbar. Und das ist das große Problem, über das keiner spricht. Das sind die Fakten. Stefan, wie siehst denn du das in der Organspende? Ist das jetzt eine gute Lösung zu sagen, man ist erst mal Spender oder man widerspricht? Also ich finde, das ist fast schon eine grundsätzlich philosophische Frage bei der ganzen Geschichte, weil was geht es ja eigentlich? Es geht darum, ob ich als Individuum oder ihr als Individuum praktisch die Kontrolle über euer Leben und euren Körper habt. Oder ob es übergeordnete Strukturen wie Staaten oder Konzerne oder was es auch immer gibt, eben das Recht hat, sozusagen diese Sachen zu systemisieren, also praktisch einzubinden in feste Strukturen, die irgendwie geregelt sind. Das finde ich und ich persönlich bin der Meinung, wenn ich jetzt mir auch anschaue, was mittlerweile alles so in Deutschland, aber sagen wir mal weltweit auch passiert, auch immer wieder in der Geschichte passiert ist, ist, dass wir sehen, dass immer wieder totalitäre Systeme, die ja immer letzten Endes Staaten waren, ich bin jetzt kein Libertärer, aber letzten Endes waren es immer Staaten, dass der Totalitarismus, also der über unser Leben, der tief in unser Leben hineinkreift und praktisch, wenn er total ausgeführt wird, der alles bestimmt in unserem Leben, also überall irgendwie mitspielen, mitreden möchte, dass das ja grundsätzlich die Regel ist, dass man sagt, um der Welt etwas Besseres zu tun, um anderen Menschen etwas Besseres zu tun, gebe ich sozusagen Kontrolle ab und schaffe ein System, das sozusagen allen Menschen ermöglicht, irgendwie durch mich zu partizipizieren, also halt Anteil zu haben, also irgendwie einen Vorteil zu haben, indem wir eben zusammenarbeiten und alles miteinander teilen in irgendeiner Weise oder ob ich sage, ich entscheide selbst, was ich mit anderen teile und was nicht und ich persönlich sehe es eben einfach so, auch in der Frage, mein Körper gehört mir selbst, der Körper meiner Familie, meiner Freunde, die Menschen, die mir besonders nahe stehen, ist mir besonders viel wert, auch nach dem Tode, weil es einfach auch was mit Würde zu tun hat. Ich hatte, mein Vater ist beispielsweise vor vier Jahren gestorben und der war halt ein halbes Jahr im Koma gelegen. Also das war auch eine blöde Geschichte, meiner Meinung nach sind die Ärzte daran schuld, ist egal. Dort wurde mir auch immer gesagt, keiner weiß, was er noch mitbekommt. Und natürlich tut man sich als Angehöriger, ja, man zieht jeden Strohhalm und sagt, naja, vielleicht kriegt er ja doch noch was mit und so weiter. Und ich würde da nie die Situation haben wollen, zu sagen, mein Vater, den ich liebe, den ich mein ganzes Leben lang wertgeschätzt habe, dem wird jetzt dann irgendwie ein Organ genommen für einen Menschen. Und das ist jetzt die nächste Frage. Der Mensch, der das bekommt, könnte ja im Prinzip auch ein schlechter Mensch sein. Das ist eine sehr gute Sache, da würde ich dann gerne nachher nochmal diskutieren. Ja, genau. Sehr schön. Ich habe noch einen Anrufer. Hallo, wer ist an der Leitung? Ja, hier ist Amelie. Amelie? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also diese ganze Diskussion ist also ganz schrecklich. Ich würde niemals mein Organ spenden, nur wenn meine Kinder oder meine Verwandten irgendwie ein Organ benötigten und es wäre möglich, dass ich das für die spenden könnte, dann würde ich das tun. Aber nicht für Fremde. Nie im ganzen Leben nicht. Ich finde das eine unmögliche Situation, was da verabschiedet worden ist, dass man ohne Einspruch jetzt praktisch Spender ist. Aber es gibt ja Organe, die kannst du gar nicht an deine Freunde spenden, wie zum Beispiel eine Lunge oder dein Herz oder sonst irgendwas, weil dann erstens du dann tot wärst, beziehungsweise eventuell ist es einfach auch genetisch, Blutgruppe und so weiter und so fort nicht zusammenpasst. Ja, aber warum betäubt man heutzutage Menschen, denen Organe entnommen werden? Warum betäubt man die noch? Denn ich meine, auch wenn sie hirntot sind, das ist eine ganz merkwürdige Geschichte. Denn inzwischen habe ich mich da ein bisschen erkundigt und man hat mir gesagt, dass man teilweise die Menschen betäubt, wenn ihnen die Organe entnommen werden. Das ist doch eine ganz merkwürdige Situation. Entweder sind sie hirntot und spüren nichts mehr. Aber warum macht man das? Ja, gut, das kann ich ja leider nicht beantworten. Darf ich dir sowas sagen? Ja, bitte, Alfred. Ja, also ich hoffe, ich kann da ein bisschen Auflösung reinbringen und so. Die ganze Geschichte kommt ja daher, dass 1900, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich glaube 1969 war die erste Herztransplantation in Südafrika, da wurde von einem toten Menschen im Prinzip ein Herz transplantiert, erfolgreich zunächst und dann war das Problem dann dieses, dass natürlich der, der dieses Transplantat bekommen hat, verstorben ist, natürlich wegen Leichengift und so. Dann ist man draufgekommen, dass das halt nicht funktionieren kann von toten Menschen. Dann hat man dieses Thema eingeführt mit dem Hirntot. Also das ist wirklich, schaut euch das bitte mal an, ihr könnt es googeln, da gibt es ganz tolle Seiten dazu, wo man ganz viel Wissen aufbauen kann, auch von Elternseite, die man irgendwann, wie ich vorher gesagt habe, zugestimmt haben zu einer Organspende von ihren Kindern. Es war das Thema, okay, wie können wir das schaffen, wir müssen Organe von lebenden Menschen transplantieren, weil sonst wird das nicht funktionieren. Also wurde diese Hirntod, ganz kurz, diese Hirntodgeschichte eingeführt, das ist okay und mittlerweile kommt man drauf, dass man sagt, okay, Hirntod ist sogar von dieser Verteilstelle, ich weiß jetzt den kompletten Namen nicht mehr, von der Deutschen Gesellschaft für Organverteilung, wie auch immer, wird es sogar in Frage gestellt, ob diese Hirntoddiagnostik okay ist, um jemanden für Tod zu erklären. Und das poppt jetzt gerade wahnsinnig auf, weil immer mehr Leute sagen, das kann nicht sein, ja, weil der Mensch lebt, es wird von einem lebenden Menschen de facto werden Organe entnommen. Der ist warm, der hat eine rosa Haut, der atmet vielleicht mit Unterstützung und so weiter, aber er wird in diesem Zustand, ich sage es jetzt mal, deftig, halt ausgeschlachtet. Richtig, genau. Also genau so. Also das sind die Fakten, ja, und man hat halt, man muss die Geschichte ein bisschen kennen. Also wie gesagt, mal nachschauen, ich glaube es war 69. Ganz kurz eine Frage stellen, weil ich das als quasi Betroffener mal ganz kurz interessiert, weil Sie ja medizinisch ja drin sind, dem Thema. Aber es ist, glaube ich, schwierig, das mit dem Gehirntod nachzuweisen, weil man es ja, ja, weil man es nicht nachweist, man kann es nicht nachweisen. Das ist das Problem dabei, oder? Ja, nee, das ist richtig. Genau, und das ist die Frage auch. Das Problem ist das, es gibt ganz viele Leute, die wieder aufgewacht sind, obwohl sie medizinisch das Hirntoddiagnostiziert worden sind. Auch schon gehört, ja. Ja, ja, das tut es nämlich auch, richtig. Und genau das ist die Frage. Ich sehe es, würde es nicht, also nein, das könnte ich nicht verantworten, ein Organ freizugeben von meiner Familie, von meinen Kindern oder sonst wie, dass dann der Mensch ausgeschlachtet wird. Nein. Ich finde es überhaupt, das Bild finde ich allein schon schlimm. Das sind Menschen, mit denen ich eine besondere Beziehung hatte, seit meines Lebens irgendwie, dass der zerlegt werden soll. Ich meine, das finde ich einfach übel. Also ich muss jetzt sagen, ich finde die Diskussion jetzt relativ interessant, weil ich gespalten war. Ich fand die Lösung jetzt eigentlich auch gar nicht so schlecht, aber jetzt habt ihr doch einige Argumente gebracht, wo ich denke, dass es vielleicht tatsächlich besser ist, so eine Lösung, dass jeder erst mal Spender ist, dass die doch nicht die richtige ist. Nein, ganz und gar nicht. Nein, das ist überhaupt nicht die richtige Lösung. Ich muss ganz ehrlich eines dazu sagen. Ich bin Siege. Das Wichtigste für mich ist das, ich bin selber Journalist. Ich arbeite im Medizinbereich als Journalist. Und das Wichtigste ist einfach das, sich zu informieren. Ja, nee, das ist richtig. Punkt eins ist das, was mir tagtäglich begegnet, ist das Thema, dass die Leute einfach der Masse nachlaufen, ohne sich selber zu informieren. Das ist natürlich bequem. Und ich habe da so einen Spruch immer oben und drüber jetzt, wo ich sage, Mehrheit ist nicht Wahrheit. Das heißt, bitte an alle Leute, die uns jetzt zuhören, informiert euch bitte selber. Macht euch die Mühe. Es macht auch Spaß, sich zu informieren und sich zu bilden. Jeder kommt zu seinem Ergebnis, was für ihn okay ist. Und ich will da gar nicht, ich will als Journalist nicht Leute beeinflussen. Ich will Leute informieren und ganz umfangreich und ich will alle Informationen bieten, dass sich Leute eine vernünftige Lösung für sich selber bilden können. Das ist das Ziel. Ich will keine Beeinflussung. Ich will Leute so weit bringen, dass sie selber sagen, okay, ich habe mich jetzt umfangreich informiert, in die Richtung, in die Richtung und das ist meine Lösung, weil nur das bringt uns gesellschaftlich nach vorne, wenn man das in allen Bereichen selber macht. Natürlich, verantworten muss es jeder für sich selbst und auch für seine Angehörigen. Und ich würde niemals zustimmen, wenn meinen Kindern was passieren würde, dass einer Organe entnimmt. Niemals. Das würde ich niemals zulassen. Vielleicht, was man dazu auch noch einwerfen könnte, wenn natürlich immer dieses Prinzip immer mehr angewendet wird, dass man sagt, du kommst auf die Welt und von Haus auf gelten bestimmte Gesetze, denen du erst widersprechen musst, von denen du erst mal auch wissen musst. Das heißt ja auch, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Wenn dieses natürlich immer mehr Raum greift, ist natürlich dann auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit da, dass du natürlich nicht mehr her so richtig der Lage bist über dein Leben. Das sehe ich halt auch so ein bisschen. Da gibt es natürlich auch ganz andere Bestimmungen, würde ich sagen, wo wir einfach auch über den Tisch gezogen werden. Es gibt so viele Sachen, wo jetzt schon verabschiedet worden ist, wo wir überhaupt gar keine Meinung mehr dazu äußern dürfen. Wir haben ja hier sowieso in der Bundesrepublik einen Maulkorb. Ja, das stimmt schon. Diese ganze Organspende-Geschichte ist ja sowieso problematisch. Z.B. habe ich mir überlegt, wenn ich jetzt sagen muss, ich möchte nicht spenden, dann wird das Ganze ja in einer Datenbank gespeichert. Was ist denn, wenn ich dann sage, ja, ich möchte nicht spenden, aber ich möchte auch nicht, dass meine Daten in einer elektronischen Datenbank, also mein Nein zur Organspende, in einer Datenbank gespeichert werden soll. Wenn ich jetzt sage, ihr müsst das im Bundesgesundheitsministerium auf einer Karteikarte speichern, das würde ja nicht funktionieren. Wenn ich sterben sollte, wie soll dann, da müsste ja dann erst mal einer die Karteikarten durchblättern. Also sprich, ich muss, wenn ich nicht spenden möchte, auch damit einverstanden sein, dass es elektronisch gespeichert wird. Das ist leider wahr. Das ist richtig. Das ist das Erste, wo ich mich frage, wie das organisiert werden soll, weil jeder kann ja sagen, meine Daten sollen nicht elektronisch verarbeitet werden. Also da muss ja dann, das Nächste, was ich mir überlegt habe, ist, jetzt gibt es ja in Deutschland, es gibt viele Nazis, es gibt viele Linke, es gibt die Antifa und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt sage, ich bin Organspender, dann gibt es ja wahrscheinlich unfassbar viele Leute, die sagen, von einem, der AfD gewählt hat, möchte ich kein Organ. Wie lächerlich ist das? Das ist doch nicht lächerlich, unter Umständen. Jetzt überlegt mal, es gibt irgendwann vielleicht die Möglichkeit, eine Gehirntransplantation zu machen. Ich habe ja in Facebook sogar gelesen, dass die Angela Merkel jetzt schon gesagt hat, dass sie ihr Hirn an AKK abgeben möchte. Das ist ganz schön, die soll jetzt mal zu... Das ist ganz schön. Aber es ist doch jetzt wirklich so. Überlegt euch doch mal die Situation, ein Muslim, der möchte doch jetzt nicht unbedingt vielleicht ein Organ haben, von einem Ungläubigen. Eben. Das ist Problem Nummer eins. und ein Grüner möchte ja vielleicht nicht unbedingt die Niere von einem AfD-Wähler haben. Das kann man doch nachvollziehen irgendwo. Ich möchte eventuell auch nicht unbedingt eine Lunge haben von einem linksgrün versifften Antifa-Trottel, der sich totgesoffen hat. Möchte ich auch nicht haben. Und deshalb ist die Frage, das ist doch gar nicht eine Frage, ob möchte ich, ja, ich möchte Spender sein oder nicht, sondern ich muss auch genau bestimmen können, sollen meine Organe auch Grüne und Linke bekommen können? Und ich muss auch bestimmen können, darf es auch ein Muslim oder ein Asylbewerber bekommen. Das ist doch für mich ganz entscheidend wichtig. Ja, aber ich glaube, da wird man dann gar nicht mehr gefragt. Ist man ein Organspender, dann ist das ganz egal. Dann geht das Organ an den, der es eben braucht. So sieht es aus. Genau. Dann haben Sie keine Sprache mehr. Überhaupt nicht. Und der Organspender, ja, das muss man ja auch mal sagen, der will ja, der das Spendenorgan bekommt, der möchte ja vielleicht auch sagen, um Gottes Willen, nein, ich möchte nicht das von einem AfD-Wähler haben. Also der müsste ja auch, der kann ja, dann muss er seinen Arzt mal fragen, also bevor Sie mir das jetzt reinsetzen, können Sie mir über den Spender was sagen? Ja, wie denkt der über die Zuwanderung? Wie denkt der über die Frau Merkel? Ach, der mag die Frau Merkel gar nicht. Dann will ich die nicht. Ich denke mal, ich glaube, das ist ein bisschen hochgegriffen. Ich glaube, der wird glücklich sein, wenn er sein Organ bekommt, egal von wem. Ja, kann sein. In dem Fall schon. Den populistisch, hallo. Ja, ja, wir sind populistisch. Alfred. Ich finde, das ist total populistisch jetzt an der Stelle. Entschuldigung, wolltest du noch was sagen? Ich wollte noch was sagen. Und zwar, warum fahren denn viele nach Indien und lassen sich dort Nieren transplantieren? Wieso hat man in, in Südamerika Kinder, denen ihre Organe entnommen und sie nachher in den Straßengraben geschmissen? Haben Sie sich da mal Gedanken zu gemacht? Ja, das habe ich doch am Anfang gesagt. Das ist ja in den USA mit der unkontrollierten Einwanderung von Mexiko oder aus den ganzen Mittelamerika. Richtig, Da kommen fremde Leute, also fremde Erwachsene mit fremden Kindern an. Und das hat Trump ja jetzt irgendwie auch gestoppt. Und das ist, also für mich ist das eigentlich klar. Menschenhandel wahrscheinlich oder vielleicht auch Organhandel. Ich weiß das natürlich nicht. Amelie, also das heißt, wenn ich jetzt mein Gehirn, sozusagen mein AfD-Gehirn, ja, wenn ich das jetzt nehmen würde und sagen, ich will das spenden, dann könnte ich damit eventuell irgendeinen linksgrünen Wähler eventuell zum AfD-Wähler machen. Ja, dann könnte ich zu Merkel das komplett umpolen und wir hätten alle, wir müssen uns hier gar nicht absammeln. dann wäre Merkel jetzt hier, keine Ahnung, Adolf 3 und alles wäre gut, ne? Das wäre überhaupt ganz witzig. Ja, das könnte ich. Dann würde ich jetzt eine Aktion, eine bundesweite Aktion starten, eine ganz öffentliche Aktion. AfD-Wähler spenden ihre Hirne für Grüne. Ja, das würde ja schon wieder in solchen Aufruhr gehen, dass die ganze Organspende wahrscheinlich abgeblasen wird, die ganze Regelung, ja, weil dann natürlich viele sagen, um Gottes Willen, die AfD-Wähler wollen jetzt unbedingt, dass ihr Gehirn weitergegeben wird und das könnte ja schrecklich, das könnte bedeuten, dass die Machtverhältnisse in Deutschland verrutschen. Das hätte ja schon müssen folgen. Weil dem Grün-Wähler wird ja dann sein grünes Hirn entnommen und es wird in einem AfD-Hirn reingesetzt und dann ist der ab sofort AfD-Wähler. Das geht ja gar nicht. Ja, nee, das ist eine verkehrte Welt. In dem Fall möglich, wahrscheinlich den Bedarf von Claudia Roth, Katrin Köring-Eckart, Anton Hofreiter und Konsorten abzudecken. Das muss ich mir jetzt gleich aufschreiben, das muss ich mitteilen an das Bundesministerium. Von Claudia Roth möchte ich keine Organe außer Funkszeit. Das muss ich mir gleich dann morgen gleich wegfaxen. Von der muss man wirklich gar nicht schaffe ich an der Alten. Ja, genau, da muss man doch vorsichtig sein. Da muss man sich jetzt Gedanken machen, von welchem Promimann keine Organe haben möchte. Von der Claudia Roth möchte ich also jetzt keins, muss ich gestehen. Da krepriere ich lieber. Von der Claudia Roth irgendwie gerettet zu werden, oder? Das wäre schon irgendwie mies. Nein, nein. Mit das Hirn kriegt man von der Claudia Roth keines. Ja, aber wenn ich jetzt eine Leber von der Claudia Roth bräuchte, dann würde ich mal überlegen, da warte ich nicht noch ein paar Wochen. Dann stellen Sie sich mal vor, Sie kriegen das Organ von hier, von unserem guten Herrn Lindner von der FDP. Ja, ich weiß. Sehr viel. Das muss man auch immer. Der Organspender, Christian Lindner. Ja, aber das wäre mir schon lieber als von der Claudia Roth. Naja, das auf jeden Fall. Also, ich muss jetzt mal eine komplette Liste machen von allen Politikern, die ich ausschließe und die ich notfalls akzeptieren würde. Nur zur Sicherheit. Und vor allem muss ich natürlich auch eine Liste machen, wen ich selber nicht spenden möchte. Das ist ja auch ganz wichtig. Ich würde sagen, Sie spenden nicht und wollen auch gar keins haben. Wenn es jetzt um das Organ, sagen wir mal, eines Familienangehörigen ginge und der würde jetzt tatsächlich im Koma liegen und jetzt würde, was weiß ich, irgendeine hohe Persönlichkeit in Anführungszeichen bei der Antifa, bei einer Demo, was weiß ich, einmal zu hart mit dem Kopf gegen die Wand laufen und dann würde der abverlangen, dass der irgendein Organ von meinem Vater haben würde. Da würde ich dann sagen, kann ich nicht mit leben. Ich habe mir ja auch wirklich sehr viele Sorgen gemacht um unsere ganzen Fachkräfte, die gekommen sind, die ja kaum Deutsch sprechen können. Die kriegen doch jetzt wahrscheinlich gar nicht mit, dass sie widersprechen müssen, dass die jetzt alle potenzielle Organspender geworden sind für Ungläubige oder werden sollen. Das muss ich erstmal rumsprechen. Damit kriegen wir vielleicht die ganze Zuwanderung auch im Griff. Wenn sie das rumspricht bis in den Orient, dass wenn du nach Deutschland kommst, deine Organe an Ungläubige spenden musst, dann sind wir ganz sicher, dann kommt keine Sau mehr. Dann wollen wir das mal hören. Wenn wir uns über die Kohle den Geldhahn abdrehen, dann sind die auch ganz schnell wieder weg. Oder so natürlich. Oder so. So Organe auf die Grenze hängen, da können wir ja auch von Schweinen und Hühnern irgendwas nehmen und dann praktisch da gleich mal fette Schilder hinmachen, wo das dann in blutiger Schrift steht, dann gehen die schon gar nicht über die Grenze wahrscheinlich. Also man muss auch das Positive daran sehen. Es werden ja jetzt schon Schweineherzen verpflanzt, ne? Genau. Wollte ich gerade sagen. Schweineherzen gibt es schon. Ganz viele werden verpflanzt. Genau. Also Herzklappen und so, es kommt ja von Schwein, wird behandelt natürlich und das setzt man dann den Menschen ein. Das ist so das Ziel. Ja. Und stellen Sie sich mal vor, wenn alle dann irgendwie grunzen und so, ich weiß jetzt nicht genau, wie das funktionieren soll. Also ich finde das halt, das ist halt Dr. Frankenstein oder so. Passen Sie mal auf, wenn ein Muslim dann ein Schweineherz eingepflanzt bekommt, ich glaube, dann kriegt er auch keine 72 Jungfrauen in den Himmel kommt. Genau. Das ist ganz, ganz schrecklich. ganz schrecklich. Aber darf ich an der Stelle noch ganz kurz eine Info platzieren. Ich weiß nicht, wie viele das von euch wissen. Ich fand das sehr spannend, weil ich bin ja ein Nutzer von einem iPhone und da ging jetzt vor Tagen so eine Info rum, schau dir mal deinen Notfallpass an. Das ist jetzt nach dem neuen iOS-Update steht das da mit drin und dann kann man da mal nachschauen. Da denke ich mir, okay, ich mache das jetzt so. iOS-Update Notfallpass voreingestellt, also Name und so steht da alles drin. Organspender steht auch drin voreingestellt ja. Aha, okay. Da möchte ich auch ganz klar öffentlich sagen, von Apple-Nutzern möchte ich auch keine Organe haben. Da bin ich ganz knallhart. Ja, okay. Ich fand das nur spannend, weil ich denke mir so, der was nicht weiß, das ist ja sehr interessant, weil alle Leute immer glauben, ja, wenn ich jetzt nicht Organspender bin und so, dann muss man das genau mal lesen, was eigentlich Fakt ist. Vor Jahren sind ja diese Organspenderausweise verschickt worden, kann man dann ausfüllen und sich in den Geldbeutel stecken und so weiter. Alles schön und gut. Ich habe lange mit mir gerungen, ob ich das machen soll. Ich habe es nicht gemacht dann und es steht aber in der Verfügung ja drin, es braucht keinen Organspenderausweis. Es reicht auch ein, ich weiß jetzt nicht mehr den Wortlog genau, so ein ähnliches Dokument, also das heißt, ich kann es jetzt auch auf dem Blatt Papier schreiben oder vielleicht auch im Handy haben. Aha, okay. Also das ist aber das auch gut. Es steht da so nicht drin, aber ist für mich natürlich klar, weil wenn ich dann auf dem Blatt Papier was schreiben kann, dann ist das Handy auch okay. Und es ist, ich muss das Handy nicht entsperren mit meinem Entsperrcode, sondern ich komme auf diesen Notfallpass auch, wenn ich nur drauf klicke, wenn der Sanitäter kommt, ich habe einen schweren Unfall, der klickt drauf, Notfallpass, klickt er drauf, dann steht er drauf, als würde ich sogar ein Spender. Also da muss ich jetzt mal sagen, da muss ich uns doch wiederum Apple loben, das heißt, wenn du ein Apple-Handy hast und du wirst niedergestochen von jemandem, weil er dein Handy haben möchte, dann weiß die Polizei, wenn sie das Handy jedenfalls noch findet, du bist auch gleich Spender. Das ist ja sehr praktisch eigentlich. Ja, jetzt kommt es eigentlich erst, wenn ihr noch kurz zuhören wollt, jetzt kommt eigentlich der Knaller, weil meine Frau und ich, wir haben zur gleichen Zeit unser iPhone gekriegt, wir machen alle Updates immer gleich, also sie hat das gleiche Betriebssystem oben wie ich, ich bin der, der sich bei Facebook, bei Facebook, ich sag's nochmal, deutlich negativ gegen Organspende gewandt hat, also auch mit Hardcore-Diskussionen und so weiter und ich hab das drauf mit dem Notfallpast, meine Frau ist da total raus, ja, die hält sich da total zurück bei den ganzen sozialen Medien, die hat das nicht. Da haben wir uns ja schon gefragt, ja, wie geht das eigentlich, ja, wie weit geht das mit dem, ist das vielleicht echt 1984, George Orwell und Top und so, ich hab keine Ahnung, weil, ich hab's drauf und wir haben das gleiche Handy, wie gesagt, mit dem gleichen Betriebssystem und Du meinst, du meinst, dass das schon übers Internet mitbekommen wurde und dann wurde dir das auch angeboten? Ich weiß es nicht. Weil du wahrscheinlich schon mal nach Organspende schon mal gegoogelt hast, Alfred, hat man quasi, glaube ich mal gesagt, ja, da machen wir gleich mal einen Haken dran, der wird auf alle Fälle wahrscheinlich Spender sein. Nein, ich bin jetzt nicht der Verschwörungstheoretiker, was er auch nicht gibt, ja, aber es ist jetzt auffallend, wenn man halt journalistisch arbeitet, seit ja, 25 Jahren, hat man da einen ganzen scharfen Geist zu der Thematik und es fällt halt dann auf, warum ist das bei ihr nicht so und bei mir ist es so, ja, also ich will da jetzt auch nicht irgendwelche kruden Fantasien da irgendwie schüren irgendwie, ich muss das auch genauer mir ansehen, aber ich finde das schon höchst seltsam, dass das so ist, ja, das ist rein technisch nicht erklärbar. Aber, 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 jetzt würde ich das Thema gerne nochmal wechseln auf unseren guten Herrn Seehofer, wir müssen uns um das Thema Organspender eigentlich keine Gedanken mehr machen, denn wir brauchen ja zukünftig weniger Organe, weil Deutschland jetzt so sicher geworden ist, wie schon seit 20 oder 25 Jahren nicht mehr. Ja, und wer es glaubt, der spinnt. Ja, das haben wir ja alle ganz glücklich, dass es so ist. Eben. Also wenn man hier Kriminalstatistiken von 1990 vergleicht mit jetzt oder so, also da hängt das ja schon mal komplett, weil Kriminalität ändert sich auch. In den 90ern haben sie jeden zweiten Tag das Autoradio geklaut. Das ist jetzt nicht mehr so. Vielleicht Fahrradfahren oder Fahrräder werden weniger geklaut, Eingebruch wird weniger, weil die Leute natürlich auch sicherheitstechnisch aufrüsten. und so weiter. Und er guckt ihm mal jeden Laden an, der hat zwei Securities. Das ist ja alles, weiß ich nicht, hochsicherheitsstack. Genau. Ich habe ja Kollegen auf der Reeperbahn, die stehen an der Tür, die arbeiten nur noch mit Schussweste oder Kettenhemd oder was der Kugel gewirrt. Mit Detektoren. Also da kann ja auch nur noch weniger passieren im Prinzip. Und dann vertuschen sie natürlich hier in Bosted, in Schleswig-Holstein, da ist schon Landenheim. Also ich glaube mehr Asylanten wie Dorfbewohner und da haben sie doch mal in einem Monat glaube ich über 100 Straftaten vertuscht hier. Es ist ja auch so, der Ladenliebstahl, dass der zurückgeht, ist ja auch kein Wunder eigentlich, weil ja die Überwachungstechnik viel billiger geworden ist als noch 1992 oder sowas. Da hat ja vielleicht so eine Kamera, 1000 Euro plus, wenn du mehrere im Laden hast, wirst du ja 20.000 oder 20.000 D-Mark damals losgeworden. Heute kriegst du sowas von Apfel und ein Ei. Dass diese Delikte zurückgehen, ist ja völlig klar. Also trotzdem, Seehofer sagt, Deutschland ist sicherer geworden. Frank, du siehst es wohl offensichtlich nicht so. Nein, ich sehe das aber auch nicht so. In einigen Bereichen natürlich, wie gesagt, wegen Prävention, wegen Eigenschutz und bla bla bla, aber hier in der Gewaltkriminalität. Ich meine, ich komme aus Hamburg, ich bin das gewohnt so. Hier gab es immer Schießereien und Messerstecher. Aber nicht so, ich weiß nicht, du gehst da durch eine Straße und kriegst von hinten 10 Messerstecher ab oder sowas nicht. Amelie, du kommst ja auch aus Hamburg, wie ich aus der Nummer sehe. Ich komme aus Hamburg, genau richtig. Wie ist die Lage dort? Also Bremen, haben wir vorhin schon gehört, ist ganz, ganz, ganz schlimm. Ist also verloren eigentlich, gehört bald nicht mehr zu Deutschland. Also abends, abends kann man hier auch nicht mehr alleine rausgehen. Ja, da kommen drauf an welche Stadtteile, ne? Naja, das ist hier Farms und Berne. Das ist jetzt auch verschieden. Wenn du jetzt hier feiern gehst auf der Reberbahn, da bist du eigentlich noch, da wärst du noch geschützt von den ganzen Türstehern und so, ne? Also das finde ich da noch so ziemlich sicher im Gegensatz zu früher. Also früher war das wesentlich schlimmer, ne? Aber sonst so ist spezielle Stadtteile Willemsburg, Harburg, das ist Daktat, ne? Und Hauptbahnhofgebiet, das ist hier, ja schon immer hier Drogenstrich und Schwulenzähne und so. Ja, St. Georg zum Beispiel auch, schlimm. Und hier auch viele Obdachlose und so was, ne? Ja, ja, aber selbst hier abends würde ich auch nicht mehr so viel rausgehen. Ich bin abends... Wo ist das, da kommst du, ne? Farms und Berne. Farms und Berne, okay. Ja. Ja, aber abends ist es nicht mehr schön. Das ist noch, äh, ja, Stahlshoben, ein Stück weiter ist auch ein bisschen, Ja. Ist schon grenzwertig oder wo ich herkomme, hier ist Eidelstedt, das ist ja auch schon Bagdad, ne? Naja, auch nicht so toll. Eidelstedt. Nee. Nee, aber... Das ist, äh, ganz ehrlich. Du, das ist so ein schleichender Prozess, aber der komme ich jetzt auch nicht von 2015. Der ist schon in den 80ern, haben sie damit schon gestartet, ne? Das, äh, fängt dann mit Russen, Russlanddeutschen an, dann kommen Polen, dann kommen, äh, hier aus den Ostblockländern alle da, dann, äh, Albanien hier durch den Krieg und so, ne? Aber das sind nicht so messeraffin. Aber die, aber die... Doch, also dort wohnen die, also mit, mit, äh, wo das nun Kosovo oder, äh, ich weiß da, wo sie alle hergekommen sind, da war das auch schon, äh, da waren sie auch schon so so Zuhälterkriege und so, dann gibt's ja immer so, ne? Es hat Teilungskämpfe. War härter, ne? Also, das, äh, gab's ja eigentlich schon immer, ne? Aber, äh, wie gesagt, äh, so eine asoziale, äh, Kriminalität, jetzt weiß ich nicht, da gehst du, äh, ich weiß nicht, Jungfinnsstich, ob ihr das kennt? Ja, natürlich. Steht ja hier 400 irgendwelche Mollufkis, die, äh, eigentlich, äh, hier das Kaffee da, den Ruf zerstören und auch die Einnahmen wahrscheinlich und, äh, da mag auch keiner, äh, längst gehen, ne, wenn du irgendwie belästigt wirst, ne? Nee, eigentlich, äh, Kerl, man kann sich ja mal gegen ein oder zwei, kann man auch nochmal umhauen, ne? Aber, ey, gegen 20, äh, irgendwelche wild gewordenen, in der Andertale, hast du dann auch keine Chance, ne? Mhm. Das ist das Problem, das war ja. Äh, und, Amelie, du siehst, das ist hier die Sicherheitslage, also auch sehr kritisch. Sehr, sehr kritisch. Die rotten sich auch immer zusammen, diese jungen Marokkaner. Ja, ja, das hab ich ja gesagt. Ja, und das ist, da kann man, da kann man als Einzel, oder auch wenn man zu zweit ist, nichts mehr Großartiges ausrichten. Mhm. Die sind schlimm. Das ist ganz furchtbar. Was auch schlimm ist, ist hier, äh, das ist jetzt eine andere Kriminalität, Schanz und Sonnigviertel, die, äh, Schigimigi-Wohlfühl-Viertel hier für die, äh, Antifa und so, ne? Oder Demonstrationen, das ist auch eine Katastrophe. Ich war hier, Merkel-muss-weg-Demonstrationen, Dammtor-Bahnhof, also da bin ich ja auch, äh, durch den Bahnhof gegangen, da wurden mich ja schon mit, umschlagen und fotografieren, ne? Mhm. So läuft das denn da, und dann, ja, weiß ich nicht, ich bin jetzt kein ängstlicher Typ, ein, zwei hätte ich mitgenommen, aber, äh, das kann's ja nicht sein, einen alten Mann haben sie da von hinten auf dem Bahnsteig, äh, niedergeschlagen, bewusstlos geschlagen, schwer verletzt, und das passiert halt dann nur, ne? Mhm. Ja, Stefan, wie siehst du das, äh, wie siehst du das, äh, wie siehst du das Herzlagen? Ist es so schön, wie er es... Ich wollte es auch jedem mal aussprechen lassen, weil ich mag das immer nicht immer so unterbricht, ähm, ja, Ja, ich seh's mal so, mit der Statistik, es ist natürlich so, wir wissen natürlich, dass wir eine Regierung haben, oder ein Establishment, wie man's immer so schön nennt, ja, mhm, das halt einfach eindeutig ideologisch behaftet ist, das ganz, ganz klar, äh, äh, Richtung globalistisch, äh, bis hin, so ist mir egal, ist, ähm, und Hauptsache es ist mein Vorteil, und wenn natürlich, und wir haben ja auch immer wieder erlebt, was es jetzt zum Beispiel mit Maaßen war, et cetera, das halt auch echt mal, äh, äh, Sachen angewandt werden, also, was ich, dass halt wirklich über das Recht gebrochen wird, und undemokratisch gehandelt wird, das gelogen wird, et cetera, und, dann hat man Aussagen von, äh, was ich, von der Polizeigewerkschaft, und, äh, auch wieder von Polizisten, et cetera, die halt immer wieder das Gleiche beschreiben, dass eben darauf hingearbeitet wird, dass ja nichts, immer zu viel rauskommt, und das alles immer richtig im linken, liberalen Narrativ berichtet wird, und so, das wissen wir jetzt so, das wissen wir auf jeden Fall, das können wir auch beweisen, und dann denke ich mir immer, und wir wissen natürlich auch, dass ein Haufen Straftaten schon passiert sind, die ganz klar verhindert werden können, nicht nur, dass man die Leute nicht reingelassen hätte, sondern, dass man sie kontrollieren hätte können, feststellen hätten können, was sie in ihrem Land, äh, eventuell angerichtet haben, oder nicht, ja, und es war ja noch rausgekommen, der war schon vorbestraft, hat x Sachen angerichtet, kam dann hierher, wurde nicht kontrolliert, also hätte man eine solche Straftat, oder Mord, Verbrechen eben verhindern können, ja, und das wissen wir ja ganz genau, das wissen wir ja ganz genau, und deswegen, wenn jetzt der Seehofer natürlich, äh, der die ganze Zeit ja irgendwie, immer, äh, praktisch eine Rolle spielt, dann sagt, ne, und unehrlich ist, und immer Sachen ankündigt, und immer wieder zurückrudert, was ja keiner mehr ernst nehmen kann, der das halbwegs mit einem Auge auch nur, äh, betrachtet, äh, wenn der dann natürlich sagt, die Statistik, äh, oder die, die Sicherheit ist besser geworden in Deutschland, naja, wie soll man dem Mann noch vertrauen, das ist ja klar. Also dem kann man ja nicht mehr glauben, dem Typen, ne? Äh, ich kann es jetzt beweisen, aber, also ich würde ja immer ganz gerne, würde ich ja gerne, äh, wirklich journalistisch arbeiten und sagen, ich schaue mir, ich gehe auf die Polizeiwachen und ich schaue mir die, die Fakten wirklich an und ich würde gerne wirklich die krasse Wahrheit, ob in meinem Narrativ oder nicht, genau so wissen, wie es ist, ja, das würde ich gerne wissen und, äh, dann eben entsprechend handeln, aber, wenn ich das noch gleich, äh, kurz mal anfügen, darf noch kurz, es ist natürlich auch nicht das, 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 das Einzige, was passiert. Ich meine, ich sehe mich persönlich als Identitären und ich sage, es wird halt auch ausgetauscht, und wenn man jetzt solche Sachen gerade berichtet hat, äh, von Ihnen, von der Frau in Hamburg, äh, oder von den beiden Hamburgern, dass natürlich sich Gruppen zusammenrotten sozusagen, weil ich sage jetzt nicht zusammenrotten, weil das sagt man ja über uns auch, äh, äh, sondern ich sage mal, dass, dass die in Gruppen auftreten und, äh, natürlich zusammenhalten und tribalistisch, also so, Stammesdenken entwickeln und dass die sich, äh, wenn sie im Exil oder im Ausland sind, noch, noch viel mehr auf ihre eigene Identität beziehen, weil sie ja sozusagen noch zur Minderheit gehören oder einer von vielen Minderheiten sind in diesem Land, dann ist es, dann sind das ganz normale, ähm, Sachen, die hier passieren, die halt passieren, weil die Politik das eben forciert. Das ist ja nur die Konsequenz aus ihrer Politik, dass sie sagen, es kommen unheimlich viele Menschen rein, sie werden nicht kontrolliert und dementsprechend, äh, sind sie sozusagen, tun sie sich hier, äh, ja noch mehr als Gruppe fühlen, identifizieren sich noch damit mehr und dann haben sie vielleicht nichts zu tun, dann sind sie Männer, dann sind sie dementsprechend in ihrer Heimat sozialisiert worden mit ganz anderen Wertvorstellungen, mit einer ganz anderen, mit einem ganz anderen Leben, die sie da geführt haben. Ist ja klar, dass das zu diesem Problem kommt. Das wissen wir so oder so, ob jetzt der Seehofer das sagt, dass es jetzt angeht, ich besser ist, dem soll man da noch... Er sagt ja auch, obwohl es so gut geworden ist, dass er noch viel mehr Kräfte jetzt einstellen möchte. Ich meine, das haben sie vor drei Jahren auch schon gesagt, sie brauchen 15.000 neue Polizisten und jetzt sagt er ja wieder, er braucht neue Kräfte, wir müssen aufrüsten. Passt natürlich zu der Aussage, es ist so viel sicherer geworden, passt das ja dann auch nicht zusammen. Aber Frank, Frank, du wolltest auch noch was sagen? Ja, was soll ich jetzt sagen? Ach so, ich kann das alles bestätigen, weil ich auch viel mit Polizisten und sowas trainiere und mit Sicherheitsleuten. Also, das ist nicht, was wir uns hier verkaufen. Ich kenne das ganze System auch. Das Hauptproblem ist auch, dass die wirklich hier ein System aufgebaut haben in Deutschland. Ich war bestimmt seit den 80ern und die haben die Schlüsselposition hier in den obersten Polizeietagen und so weiter in den Ämtern und dann haben sie mit ihren 68er-Gestrutt da hier irgendwie besetzt. Weil es ist ja kein zu erklären, solche Urteile teilweise. Und es geht auch anders. Wir hatten hier mal in Hamburg Roland Schill. Also, ich weiß nicht, meine Stadtkumpanen, die weiß, das kennt das bestimmt mit Roland Schill. Roland Schill, ganz recht, richtig. Der ist ja in Brasilien. Ja, der hat ja selber gekokst. Aber der hat ja richtig aufgerollt. Ich glaube, das ist doch die schlimmste Stadt in Deutschland. Heute werden ja die Straffälligen noch gehätschelt und getwätschelt von den Richtern. Und wenn eine Frau vergewaltigt worden ist, dann kommt er noch lange nicht in den Bauern. Dann kriegt er immer noch eine Bewährungsstrafe. Für mich gar nicht. Für mich ist das auch eine ganz klare Taktik und ich weiß nicht, wer von euch immer Jascha Monk heißt der Typ. Der hat mal ein Interview gegeben in den ARD-Tagesthemen bei Slomka, glaube ich. Und das sollte sich jeder mal auf YouTube angucken. Also J, Jascha, also Jascha, M-O-U-N-K, Monk. Du meinst, das ist ein Experiment von einer multiethnischen in eine monoehnische Gesellschaft. Das ist ja auch definitiv so. Und da räumt er ja auch ganz definitiv ein, dass es Verwerfungen geben wird. Und jetzt so, das ist glaube ich vom Februar 2018 das Ding. Und ja, ich weiß nicht, man kann ja ein bisschen zurückblicken. Auch wenn ich jetzt alternative Medien gucke, ich gucke auch die vorherigen Sachen, die er da gemacht hat. Und dann kann man ja auch vergleichen, ob das ein Spinner ist oder ob das jetzt zutrifft. Und ja. Bevor ich zum Alfred komme, habe ich noch einen weiteren Anruf inzwischen der Leitung. Es ist der René. Jetzt würde ich mal kurz auflegen. Ja, Amelie, danke fürs Anrufen. Danke, wir hören. Tschüss, ciao. Hallo René. Hallo. René, wie ist es für dich geworden? Fühlst du diese große Sicherheit die der Seehofer verkündet hat? Fühlst du die am eigenen Leib? Ja, ich habe ja meine Safe Spaces überall aufgebaut und ich fühle mich absolut sicher. Aha. Das ist natürlich Quatsch. Ich wollte auf mehrere Punkte eingehen, was glaube ich bis jetzt noch nicht erwähnt wurde. Hier, Fokus. 245 Änderungen in den letzten zehn Jahren an der Definition und den Leitlinien der Kriminalitätsstatistik. Das sagt ja eigentlich schon alle. 245. Ja, genau. Also, man kann da tricksen ohne Ende. Wer mir erzählen will, dass mit einer Masseneinwanderung, die wir immer noch haben, von 200.000 bis 250.000 nach offiziellen Zahlen, wozu ja der Familiennachzug und so weiter zählt ja gar nicht darunter, dass da die Zahlen sinken sollen, das ist komplett irre. Ja, stimmt. Also, das ist natürlich auch ein ganz gutes Argument. Ich habe gehört, die kommen jetzt alle mit dem Flugzeug oder Wasser, Kuckuck. Ja, der Familiennachzug, der kommt, das stimmt, der Flugzeug. Da wollte ich noch mal drauf hinaus. Also, wenn Merkel sagt, 2015 darf sich nicht wiederholen, dann meint sie damit ja natürlich nicht, dass die Masseneinwanderung nicht weiter stattfinden soll, sondern, dass sie eben diese Bilder nicht haben will, dass die Deutschen gar nicht merken, dass diese Masseneinwanderung immer noch stattfindet. Das heißt, die Logistik wurde jetzt verbessert und ja, es fällt den Leuten nicht mehr auf, dass die Einwanderung trotzdem so weitergeht. Wenn du die Leute auf der Straße fragst, dann denken die, die Grenzen sind geschützt, es findet keine Masseneinwanderung mehr statt, weil du nicht diese Horden hast wie 2015. Ja, aber das Gegenteil ist der Fall. Es wurde nur perfektioniert. Aber die Leute müssen... Es gab ja heute eine Meldung hier aus Thessaloniki, glaube ich, dass da auch schon wieder irgendwelche Horden gestartet sind, dann auch gestoppt worden sind und du schiebst, wo ich habe, haben sich dann auch alle kontaktet und das ist ja auch schon wieder fast losgegangen. Alle auf dem Weg nach Mitteleuropa. Der Bürger kapiert ja leider auch nicht, dass die große Wohnungsknappheit, die in den letzten Jahren entstanden ist, natürlich auch mit der Flüchtlinge zusammenhängt, weil die brauchen ja alle eine Wohnung, der Staat muss sie irgendwo unterbringen. Das ist natürlich eine Verschärfung der ganzen Wohnungssituation gewesen. Das ist ja auch schön von Sozialen Halt. Wenn ich hier in Hamburg gucke, da haben die wirklich vom Feinsten für die Flüchtlinge da Blöcke hingezimmert und ich habe da gewohnt 100 Jahre, da hast du nie eine Wohnung gekriegt. Ja, ja. Also, mal was anderes. Da haben wir Türen und dann ist das noch, was wollte ich denn jetzt noch sagen, das ist eben eine Agenda hier, fertig, damit müssen die Leute jetzt mal langsam klarkommen und wer das nicht begreift, der hat eigentlich Pech gehabt. René, ich gebe dir gleich noch mal das Wort, aber ich wollte jetzt auch den Alfred noch mal fragen, der ja, der Bayer ist, der aus Österreich anruft, du bist ja schon geflüchtet offensichtlich, kann das sein? Äh, nein. Nicht? Das scheint nur so. Das scheint nur so. Du bist auch in steuerlichen Gründen wahrscheinlich in Österreich. Nein, ich bin aus steuerlichen Gründen auch in Deutschland. Nein, ich rufe nur jetzt über Firmen, Internet, Telefonie an, weil es dann leichter geht wie sonst, aber was ich ganz klasse finde, dass man jetzt hier am Freitagabend Leute hat, also wie dich natürlich auch und den Stefan, den René und den Frank, das hat für mich ganz schlaue Leute sind, die auch schlaue Sachen von sich geben, wo ich sage, so Leute braucht man eigentlich in der, im operativen Geschäft, ja, und ich bin jemand, der früher mal politisch organisiert war und man möge es mir verzeihen, das war leider die SPD, aber damals war das ja noch was anderes, vor 25 Jahren, das können wir glaube ich nicht verzeihen, das können wir nicht verzeihen, glaube ich, aber leider auch, aber das war der Jugendliche Leichtsinn damals, Alfred, damals warst du noch frisch in den Ohren, ich schäme mich dafür mittlerweile, verstehe ich, verstehe ich, ich meine es ernst, ja, es ist natürlich mit einem kleinen Augenzwinkern, aber mittlerweile ist es halt so, dass ich mich für das Haus Deutschland organisiere und auch Freizeit einbringe, weil ich bin ja nicht mehr Parteimitglied, ich bin da kein, hallo, ganz kurz, ich bin kein Parteimitglied, also ich mache jetzt gar nicht Werbung, um jetzt mehr Leute zu kriegen, sondern ich arbeite da einfach frei mit, weil ich das Parteiprogramm gelesen habe und mich seit einigen Wochen mit den Menschen da auch austausche, die alle sehr streitbar sind und aber auch sehr sympathisch und da geht es zur Sache, das ist so, was ich mir gedacht habe, so muss Politik funktionieren, wir kommen dann immer irgendwie auf einen Nenner und es sind auch alle Leute eingeladen, das Parteiprogramm mitzugestalten, also auch wenn ich da nicht mit dabei bin, es darf jeder mitgestalten, wenn er sich da einlackt, www.dassassdeutschland.de Netzwerk, einfach mitmachen und seine Ideen einbringen, ist da gewünscht und auch gefordert und ich denke mir, das ist halt so eine Möglichkeit, wo wir uns alle irgendwo vielleicht wiederfinden können, also für mich jetzt auch nicht 100% der Weg, wo ich sage, ich bin da nicht ganz durch mit dem Entwicklungsprozess, ob ich da als Parteimitglied werde, aber es ist zumindest eine Alternative für die Leute, die mit dem unzufrieden sind, was wir momentan vorherrschend haben. Aber was sage ich dir jetzt mal ganz ernsthaft, du hast doch keine Chance, entweder willst du die Grünen oder die AfD und Punkt. Und ob die AfD jetzt das Gelbe vom Ei im Endeffekt sind, das können wir doch alle nicht wissen. Die haben noch nie irgendwo in Verantwortung gestanden. Ich weiß auch nicht, ob die nachher ihre braunen Lederhosen auspacken. Das kann ich dir nicht sagen. Dieses Argument habe ich jetzt schon mal gehört heute oder gestern in der Diskussion, die AfD ist ja nicht in politischer Verantwortung. Das sehe ich völlig anders. Die AfD sitzt jetzt im Bundestag, wenn sie da drin sitzt, ist sie in politischer Verantwortung und sie macht dort einen Ich meine, sie sind in der Opposition und nachher wirklich mit anderen zusammen koalieren oder was Herr Kugel das ist ein ganz anderer Schuh. Das ist ein komplett anderer Schuh. Die Opposition ist einfach, da kann ich alles, was mir nicht gefällt, da kann ich hier meckern den ganzen Tag, da kann ich 25 Stunden reden. Mir ging es ja auch nicht um die AfD, wenn ich das kurz sagen darf, sondern es ging mir persönlich ja auch um das, dass es tatsächlich eine Alternative gibt für Leute, die sich politisch engagieren wollen, aber nicht bei den Altparteien um reinzufühlen und sagen, ich will aktiv was mitgestalten, dann sage ich jetzt mal, ist das Haus Deutschland glaube ich die richtige Adresse, weil einfach mal anschauen und durchlesen, was da drin steht, ich glaube, das Programm wird ganz vielen Menschen gerecht und ist auch ein Aufruf zum Mitarbeiten, weil die Partei das einfach will, dass man basisdemokratisch einfach alle Leute einfängt, die bereit sind, sich politisch zu engagieren und das finde ich sehr wichtig und ich habe es bisher bei keiner anderen Partei erlebt, insbesondere bei der SPD, dass es sowas gibt, weil da geht halt nach Standesdünken und wo bist du in der Hierarchie und so weiter und die Hierarchie ist da sehr flach, das habe ich jetzt in ein paar Wochen kennengelernt und auch schätzen gelernt und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, der sich politisch engagieren will, sich das mal anzusehen, also vollkommen Nein, das ist auch super, ich Stefan und René wollten jetzt noch was sagen und der René war das am längeren Hebel, dann ist der jetzt zuerst dran. Ich habe noch eine sehr wichtige Statistik, das werde ich dem Oliver auch noch mal zuschicken, das muss der unbedingt mal bringen, wir haben natürlich das Problem hier, normalerweise müsste die Kriminalitätsstatistik ja nach Idnien geführt werden, damit wir wirklich Bescheid wissen, vor natürlich nicht verantworten, dass die Migranten als Deutsche unter unserer Kriminalität leiden müssen und ihr Ruf durch uns in den Schaden gezogen wird. Ein bisschen anders ist das in Amerika, da wird das zwar schwarzen und dann hast du die Asiaten und die Weißen halt ja so und da gibt es eine Statistik aus dem Jahr 2012 wo aufgelistet also das Video dauert nur insgesamt eine Minute 30 der Bericht natürlich der verlinkt wurde ist wesentlich komplexer aber der hat nur die wichtigsten Teile da raus genommen so und da sehen wir also Black on white crime und white on black crime also schwarze die verbrechen gegen Weiße gehen und andersherum ja das ist der wichtige Faktor also gar nicht mal also das ist ja das wovon wir reden wenn wir zum Beispiel über Rassismus und so weiter reden ja das wäre der wirklich wichtige Faktor und da ist so dass in Amerika die Schwarzen 200 mal 200 mal nicht 200 Prozent sondern 200 mal häufiger Weiße umbringen als andersherum ja und bei Vergewaltigungen von Schwarzen an Weißen oder von Weißen an Schwarzen das sind ja meistens Männer an Frauen ja außer im Knast ja da haben wir eine Kriminalitätsstatistik wo die Schwarzen 1300 mal häufiger vergewaltigen das muss man sich mal vor Augen führen ja so und diese ganzen Zahlen selbst 300 mal oder was weiß ich dass sie fünf mal krimineller sind das ist Bullshit ja wenn du das jetzt so ein bisschen auseinander klamüsest von den Zahlen die du hier bekommst das stimmt selbst dann vorne und hinten nicht wir reden hier von 200 mal bei Morden häufiger Kriminalität und wir wissen dass gerade aus Afrika diejenigen natürlich kommen die am schärfsten sind am aggressivsten sind und so weiter das heißt da können sich noch mal zuspitzen natürlich haben wir hier ein besseres Sozialsystem als in Amerika könnte da ein kleiner Faktor mit reinspielen dass das nicht ganz so extrem ist aber wenn wir von diesen Zahlen reden dann weißt du erstmal was wirklich abgeht und wenn die Zahlen bekannt werden würden und auch vermittelt würden über die Medien dann hätten wir wirklich morgen die Revolution Aber das passiert immer Darf ich zu Amerika mal was sagen Da hast du ein paar Sachen vergessen Erstmal sozialmäßig ist das richtig abgeranzt Die haben die ganze Industrie da verkauft Die Demokraten haben ja das Land verkauft Und dann ist auch noch das größte Problem eigentlich die Drogenepidemie Die haben in ein Jahr 6.000 Tote Was? Da leiden Weiße genauso drunter Aber nicht so 70.000 Tote und meistens spielen sich solche Sachen in den sozialen Brennpunkten ab Die Frage ist warum Die ziehen sich eine Nase aber ihr Kreck und ihr Krokodil und die 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 Gefängnisse sind ja privatisiert der Drogenhandel da profitiert auch unter anderem die Regierung für Wir wissen dass in Afghanistan unter den Taliban das ist ganz lustig der wie heißt diese Blume nochmal wo du hier Heroin und so mit herstellen kannst das ging gegen Null ja genau das ging gegen Null also die Mohnblumen und so weiter ja seitdem die Amerikaner Afghanistan das ist ein Land da gibt es Mohn in Vietnam gab es auch irgendwelchen Scheiß Opium und CIA hat auch richtig da Geschäfte gemacht und wir wissen gleichzeitig dass Mittelamerika die ganzen Länder da gibt es auch den ganzen Scheiß meinst du das ist alles gewollt gewesen Punkt natürlich und das ist ein riesengeschäft für alle da und hier amerikanische Justiz das ist der letzte Dreck wenn du dir einen Knast aufmachst dann bist du froh wenn du den voll beläst dann machst du Kohle mit ja aber auch natürlich ist die ganze Kultur natürlich von Hollywood von den großen Musikkonzernen es gibt drei riesige Musikkonzerne auf der Welt die so ziemlich jeden großen Rapper mit Einfluss unter Vertrag haben das ist Sony Universal und so weiter und die haben das massiv fokussiert seit den 70ern 80ern es fing irgendwann mit Jazz an da fing es schon an mit der Zersetzung ich meine Jazz wenn du das mal anhörst das ist ja eine chaotische Musik Richtung damit fing es an dann gab es irgendwann mal vernünftigen Rap wo auch kritische Themen angesprochen wurden und teilweise wirklich vernünftige Werte vermittelt wurden so und dann ging das in diese Gangsterschiene rein das ist also alles wirklich gewollt gewesen diese komplette Zersetzung dieser Kulturmarxismus ist durch Hollywood und durch diese großen Musikkonzerne extrem gepusht worden und das ist der American Dream also man hat diesen American Dream sozusagen über Hollywood also gar nicht von den Amerikanern ausgehen und diese ganze Scheiße schwarzteilt früher oder später hier rüber ja was auch mit diesen ganzen Feminismus und dann gibt es ja mittlerweile intersektionalen Feminismus das kommt jetzt auch so langsam hier rüber und ich kann euch jetzt schon die Entwicklung sagen es gibt nämlich eine sehr positive Entwicklung in Amerika mittlerweile sind die Linken so woke nennen die das dass die Feministinnen die schwarzen Feministinnen sich gegen die Weißen auf einmal so fetzen und so weiter weil eine Weiße kann nicht für eine Schwarze sprechen und so weiter und das geht sogar jetzt noch weiter also jetzt sind so die ersten Artikel erschienen wo gesagt wurde dass die Schwarzen sich unter Druck fühlen dass sie gemischtrassige Beziehungen zum Beispiel eingehen die wollen das nicht die wollen nur unter sich bleiben und die ganzen Linken zeigen dafür jetzt Verständnis weil die dürfen ja nicht für Schwarze reden und so also ich hoffe das schwasst auch hier rüber und ja damit also wisst ihr was ich meine die hinterlegen sich jetzt gerade die sind so tief in diesem Spektrum rübergerutscht dass sie mittlerweile so mehr und mehr auf unsere Seite quasi kommen müssen wenn sie Partei ergreifen eben für diese Migranten weil die Migranten denken eben ethnisch ja das stimmt und kollektiv und jetzt müssen sie langsam umdenken ja und das ist eine ganz ganz interessante Entwicklung da halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden aber nochmal ich muss dem Stefan jetzt mal noch das Wort erteilen der wartet jetzt schon so lange geduldig ok alles gut alles klar ok ja gut dann werde ich zu dem Thema meine Meinung nochmal kurz äußern ja da stimme ich ein bisschen zu oder ich könnte mir echt vorstellen ja stimmt ich meine die kulturmarxistische Geschichte die haben wir vor allem im Westen sozusagen und dadurch dass wir ja auch zum Beispiel osteuropäische Migranten haben oder eben aus Kulturkreisen also ich im Nahen Osten Mittleren Osten Nordafrika und so weiter dort spielt das natürlich überhaupt keine Rolle wenn du was ich nach Afrika gehst und irgendwie was von Frauenrechten nach dieser Definition dieser neuen Feministen irgendwie was denen erzählen würdest dann zeigen mir den Vogel also für die ist ja im Prinzip das das Frauenbild und das Familienbild das wir vielleicht schon in den 70ern hatten ja im Prinzip schon zu much und die haben da wirklich patriarchale Strukturen und so weiter aber es ist klar wenn wir uns natürlich Massen dieser Menschen hierher holen das ist etwas was ich zu den Grünen immer sage die Leute die ihr herholt haben am wenigsten euer Gesellschaftsbild im Kopf und die wehen euch natürlich nur weil ihr praktisch sozusagen euch immer für sie einsetzt und positioniert aber natürlich haben die ganz andere Wertvorstellung das stimmt und jetzt wollte ich noch mal kurz was zu der Sache mit der direkten Demokratie sagen ja so das wäre mir praktisch sozusagen ein Anliegen bei dieser ganzen Geschichte zwischen der Frage wie sollen wir uns organisieren wie vernetzen wir uns und so weiter ich finde es super was gerade gesagt wurde von meinem Landsmann da aus Bayern dass er sich da für das Haus Deutschland meinetwegen da engagiert und so weiter ich unterstütze ja jeden der einfach sagen wir mal in Anführungszeichen für unsere Sache sich engagiert und redet und einfach was macht und das ist mir dann auch vollkommen egal von welcher Organisation und so spielt für mich keine Rolle eben weil ich sage im Prinzip wäre mir direkte Demokratie beispielsweise nach Schweizer oder bald auch nach Österreich schon ein Vorbild am liebsten dass man erst Unterschriften sammeln muss also dass man nicht über jeden Blödsinn gleich abstimmen muss das ist nicht unsere Aufgabe das muss man auch nicht ja sondern erst dann wenn es eben dementsprechend ein Interesse da ist von großen Teil der Gesellschaft von großen Teil unseres Volkes so und das wenn wir das hätten aus meiner Sicht könnten wir uns eigentlich diese ganzen Parteien fragen diese ganzen Lagerkämpfe die ja manchmal eigentlich gar nicht sein müssten größtenteils auch sparen denn wir hätten diese Masseneinwanderung und Merkels Entscheidung nicht wenn wir damals hätten darüber abstimmen können das müssen wir natürlich können das ist schon richtig aber wir hätten den Euro zum Beispiel nicht so bekommen die Mehrheit war dagegen wir wurden nie gefragt wollen wir hin zu einer zentralistischen EU was sie jetzt vorbereiten wollen wenn du es darüber abstimmen würdest würdest trotz ständiger Medienpropaganda ganz klar ein Statement dagegen geben also beziehungsweise Entscheidung dagegen geben und so weiter und dann hätten wir mit Sicherheit auch nicht also was weiß ich wenn jetzt zum Beispiel ein Grüner sagt ich hätte halt gerne eine multikulturalistische Gesellschaftsordnung ich sage es nicht voll scheiße weil es schafft bloß Probleme und gleichzeitig schafft es unsere Identität unser ethno-kulturelles Erbe unser Sein irgendwie vollkommen ab das möchte ich nicht opfern dafür für deine Utopie dann könnten wir trotzdem über solche Sachen mehrheitlich entscheiden wie ja sollen wir denn jetzt alle reinlassen sollen wir jetzt offen lassen und jeder hier herkommt und Asyl aussprechen kann der kommt jetzt rein kann bleiben ob Asylanspruch oder nicht dann können wir abstimmen nee wollen wir nicht und dann muss es halt durchgesetzt werden und dann spielen Parteien in dem Moment gar nicht die große Rolle und diese Mehrheiten wären ja immer da gewesen laut den Umfragen und dann brauchen wir nicht gegen die Antifa die dann in dem Sinne bei dieser bei dieser Entscheidung eine Minderheit wäre brauchen wir gar nicht mehr demonstrieren weil die Kiddies können dann einpacken und sagen hey dann mache ich halt auf irgendeine andere Party gehen und mich betrinken und irgendwie was von anderen Welt träumen das könnt ihr dann schön machen für euch interessiert keine alte Sau und ja das wäre halt so das wie ich es mir gerne vorstellen würde das kannst du aber vergessen was denn nicht die Illusion nehmen aber du musst du musst mal bedenken die haben hier über Jahrzehnte ein System aufgebaut das ist riesengroß ja da reden kämpfen wir ja an aber ich sag mal die Linken dürfen ja mit abstimmen verstehst du was ich meine was willst du denn da die kann man nicht überzeugen die sind die sind die sind die sind die reden gar nicht mit dir das sind verbohrte informierte Menschen das geht ja auch denn eigentlich nur um Kohle hast du das mitgekriegt gestern oder vorgestern haben die 260 deutsche NGOs Merkel einen Brief geschrieben dass sie das bitte wieder hier Leute schleppen können hier aus dem Mittelmeer da siehst du doch mal dran was da von Rattenschwanz dran hängt meine ich ja das sind diese Strukturen aber durch durch direkt demokratische also wenn wenn die einfach durchgesetzt wird gesetzlich die direkte Demokratie nach diesem schweizer oder österreichischen oder sonst irgendein Vorbild wird durchgesetzt dann gehört die dazu wie eben in der Schweiz und dann hast du zwar freilich NGOs dann hast du freilich einen Soros der seine Agenda einfach macht oder du hast meinetwegen auch einen Benen der auf unserer Seite steht mehr oder weniger oder so aber letzten Endes tut die Mehrheit abstimmen und die hat jetzt würde ich jetzt mal sagen wo sehe ich jetzt uns zum Beispiel wir sind jetzt praktisch eher im rechten Spektrum die Grünen sind so ihren multikulturalistisch linken Spektrum aber wir stellen ja eigentlich sagen wir mal so ich weiß nicht weil wir uns dafür interessieren und weil wir unsere Agenda pushen sag ich mal wir stellen ja bloß einen Anteil dieser Masse dar und der große Teil der Gesellschaft ist weil es ihn noch nicht so richtig betrifft man kann sich ja vielleicht mit Konsum ein bisschen eindecken und sein Leben schön machen ja der ist ja einfach nur darauf bedacht nur sein Leben zu leben aber trotzdem hat er eine Meinung ja und der würde bei so einer Abstimmung trotzdem dementsprechend in unserem Sinne würde ich behaupten abstimmen ja aber das ist doch am Brexit dass sie das nicht akzeptieren kann ich guck sie dir an die wollen so lange abstimmen bis sie das gewünschte Ergebnis haben das muss erkämpft werden ja klar die kompletten Strukturen wie Soros die ganzen Geldgeber weißt du was mit der Einstellung ja gar nicht dann brauchen wir nicht telefonieren das ist aber trotzdem ein Vorteil schon mal so und man muss nicht direkt vom besten vom Ideal her denken wie es am besten wäre sondern auch die Zwischenerfolge eben sehen und das ist auch ein super gutes Argument eigentlich vorhin hat jemand angesprochen ja in Bremen ist alles verloren und so Demos wirst du angegriffen es gibt ja tausend andere Möglichkeiten wie die die Leute auch Angst haben die meisten gehen nicht auf die Straße weil sie Angst haben es gibt Demos ich war zum Beispiel ich komme ja aus NRW ich war auch in Duisburg da hattest du auch da hattest du auch Demos wo die Anti-Verständigkeit in Überzahl war und wo auch keine Sau zugehört hat das macht auch keinen Sinn aber geht doch hin und verteilt Flyer oder was weiß ich schmeißt die in Briefkästen sowas eben oder zum Beispiel morgen geht auf die Artikel 13 Demos und sagt hier parlamentarische Demokratie also repräsentative Demokratie scheint ja nicht zu funktionieren weil dieses Lobby-Netzwerk einfach uns finanziell sowas von überlegen ist die haben da viel mehr Einflüsse und so weiter deshalb können wir sowas nur durch direkte Demokratie umsetzen und die einzige Partei die für direkte Demokratie ist ja indem du nämlich diese Einflüsse Einflüsse minimieren kannst von diesen Lobby-Gruppen ist die AfD damit hättest du ein perfektes Argument für die AfD die die ja komplett raushalten wollen ja du wirst keine Gegendemo zum Beispiel morgen auf der Artikel 13 Demo haben da kann jetzt jeder Zuschauer hingehen und ein paar rote Pillen verteilen jetzt möchte ich dem Alfred jetzt möchte ich dem Alfred nochmal das Wort geben und danach die Runde eigentlich schließen um mal eine neue aufzumachen Alfred aber du wartest jetzt schon und dir brennt es glaube ich auf der Seele ja brennen ist immer so ein schwieriges Wort ich finde das toll was der Stefan vorher erzählt hat das wirklich klasse unterscheide ich alles ich glaube wir haben ein grundsätzliches Problem oder eine Herausforderung um es nicht Problem zu nennen das ist das dass wir an die negativen Sachen nicht negativ hingehen sollen also wir sollen im Prinzip nicht negative Energie irgendwo reinschicken wo es schon negativ ist sondern wir werden alle gut beraten wenn wir jetzt irgendwie rausgehen und sagen okay wir haben andere Ideen wir können es positiv gestalten und wir wollen den Leuten das Positive ja vorhalten oder ihnen zeigen dass es möglich ist ja dass die eine Vision kriegen oder ein Bild bekommen was denn möglich wäre wenn es positiv ist und das ist so ein Thema was man ganz oft hat dass sich Leute drin verrennen in dem negativen und nicht versuchen da rauszukommen auch wenn es schwer ist dass ich sage okay ich will jetzt das Positive rausziehen wo will ich hin und das Bild ist dann positiv und da wollen wir hin und deshalb nicht dagegen sein gegen irgendwas sondern wir sind für eine neue Idee das soll der Weg sein und da muss ich noch mal sagen auch wenn ich kein Parteimitglied bin das bildet das Haus Deutschland auch ab vielleicht andere Parteien auch ja muss jeder selber schlamachen aber bitte nicht reingehen in Sachen wir demonstrieren gegen irgendwas was und wir sind dagegen und so weiter sondern geht es bitte raus und opfert eine Zeit oder eine Freizeit nur für Sachen die positiv sind das ist ganz wichtig ich selber bin ein Mental Coach und ich befasse mich nur mit positiven Sachen es bringt uns viel mehr wenn alle Leute raus gehen und das Positive im Leben suchen und nicht gegen irgendwas sind das möchte ich noch mal ganz kurz anfügen ich will nicht die Zeit stehlen aber habt ihr schon mal daran gedacht selbst wenn wir es nicht gleich hinbekommen und wir werden hier überrannt und wir haben echt nichts mehr viel zu sagen dann machen wir es hinterher selber wie die Moslems und kriegen selber fünf Kinder was wären dann so na gut also ich darf ich noch eine Sache sagen aber kurz bitte da gibt ja heute wieder noch so einen Vorfall im Bundestag mit Putin eine Beschuldigung kann ja der nächste Sprecher gleich mal machen und ich bin jetzt auch mal der Meinung von der ganzen Bewegung irgendwie vielleicht mal den Stock aus dem Arsch zu ziehen das Grießkram im Gesicht abzulegen und vielleicht auch mal mit Hawaii Hemd und kurzer Hose zu demonstrieren um mal irgendwie ein positives Bild darzustellen und nicht so ja weiß ich nicht ich bin der Manu diese rechte Strömung oder wie auch immer muss da von der Nazi-Ecke weg und das kann man nicht wenn man da grießkrimig nur mit irgendwelchen keine Ahnung Kriegsschlacken da rumlust oder da bist du ja keine schlechten Menschen so nein ich bin auch alles nur kein Nazi nur da können die Leute ja die sowas organisieren da können die doch mal von den Grünen und von den Linken lernen da sind die perfekt drin ja da hat Frank oder Frank ja genau da hast du absolut recht da hast du 100% meinen da musst du von deinem Gegner lernen und die Antifa das ist eigentlich eine Witzpiepen sag ich hier in Hamburg eine Witzpiepen Veranstaltung das sind das sind nicht viele das ist ein Wanderzirkus die fahren von Stadt zu Stadt und Punkt und wenn du dir die mal ohne Maske anguckst also sorry ich war 35 Jahre und baue da nämlich 5 von und ich weiß auch nicht warum da jeder vor den Spacklosen Angst hat wenn da die Britannische dazwischen stehen würde die würde ich alleine niederwalzen na gut also jetzt bedanke ich mich bei euch mal in der Runde danke Frank dass du angerufen hast danke René danke Stefan danke Alfred danke und wir machen neue mit Putin schönen Abend noch danke tschüss tschau tschau so und ihr könnt wieder anrufen unsere Telefonnummer ist die 0651 4686 333 mit Filzstift und Lineal gehen wir zur Wahl das war 1989 der Fall damit wurde sichergestellt dass die Nein-Stimmen nicht wegradiert wurden und man blieb nachher im Wahllokal und passte auf dass sie nicht verschwanden heute haben wir www.wahlbeobachtung.de tragt euch bitte ein in Dresden für die kommunalen Europawahl am 26. Mai im September dann für die Landtagswahl wir brauchen flächendeckende Wahlbeobachtung wenn ihr euch auf www.wahlbeobachtung.de der Wahlbeobachtungsplattform von 1% eintragt ist sichergestellt dass in jedem Dresdner Wahllokal ein oder noch mehr Beobachter sitzen und aufpassen dass jede Stimme zählt danke genau also wahlbeobachtung.de eine neue Online-Plattform für Wahlbeobachtung weil wir ja schon oft darüber gesprochen haben so jetzt kommen wir zu den anderen Anrufern da habe ich auf Leitung 2 wen in der Leitung hallo der Uwe der Uwe ich grüße dich hallo Uwe auf Leitung 6 habe ich Diana 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 Uwe und dann habe ich noch auf Leitung 1 einen da weiß ich auch noch nicht wer dran ist wer ist denn dort ja hallo ist der Marco der Marco hallo ich grüße dich aus Bayern auch aus Bayern so also Marco noch einer schreit dir nix Marco Frage an dich wie schaut es aus bei euch jetzt da unten wo kommst du genau her aus Bayern oder willst du es nicht sagen aus Niederbayern aus einer ja mittelgroßen Stadt wie schaut es dort aus mit der Kriminalität auch so gut wie in ganz Deutschland ja gut die Stadt ist kleiner also wir haben ich sage jetzt mal ein schon ehemaliges ehemaligen Bundeswehr Standort und da sind doch ziemlich viele untergebracht und man bekommt doch schon so einiges mit also wenn man sich dafür interessiert also man muss schon mal genauer in den Zeitungen schauen oder auch mal in die Polizeiberichte online ähm dann findet man schon so einiges und in dieser Gegend da ist auch eine Aral-Tankstelle da ist jetzt nicht so äh sonderlich bequem würde ich mal behaupten okay so ich habe noch einen weiteren Anrufer ruhig auch noch dazu hallo wer ist dran Anna die Anna alle groß wieder Frauenpowers zu sagen Frauenverstärkung sehr gut Anna wie schaut es bei dir aus wo kommst du etwa her ähm mehr so der südliche Bereich mehr der südliche Bereich und da alles wunderbar wie der Herr Seehofer gesagt hat äh Sicherheitslage sehr gut naja nicht eher nein eher nein okay du bist noch ein bisschen nervös dann lassen wir dich noch ein bisschen durchatmen dann frage ich mal den Uwe lass mich noch ein wenig zuhören genau ein bisschen reinkommen Uwe wie schaut es eigentlich aus wo du kommst du her und wie schaut die Sicherheitslage also mittlerweile bin ich in Hessen in der Nähe von Butzbach und ursprünglicherweise komme ich ja aus Sachsen und äh naja gut ich wohne ziemlich am Wald da kriege ich eigentlich von diesen ganzen äh äh nicht viel mit ne also da kann ich jetzt ne also mich ist noch niemand angegriffen also du bist noch in einem Landesbereich wo du gut und gerne lebst und wo du dieses positive Energie von Hans Seehofer dass alles toll ist und alles friedlich ist nachvollziehen kannst das kann ich nur noch ein gutes Wissen aber doch nicht ne ne das ist nur ich bin ein großer kräftiger Kerl und ich glaube kaum dass mich jemand angreift die suchen sich ja die Leute hoch aus die angegriffen werden so sehe ich das ne also ich würde mir ja mal wünschen dass mich mal jemand angreift aber das ist bis jetzt noch nicht passiert ne ja aber wenn dich jemand mit einem Messer angreift ich glaube da bist du auch nicht so glücklich ne das weiß ich nicht aber ich würde mich dann ähm wie so ein alter Holzfäller wehren mit einem Messer weiß ich nicht was ich da äh entgegenzusetzen hätte ich war zwar schon Mars-Soldat und ich weiß wie man da solche Angriffe hat wird aber so unvorbereitet wüsste ich jetzt nicht genau wie ich jetzt da bloß da bin ich im Vorteil dass ich ähm noch nie in die Situation gekommen bin ja und der andere auch ne weil ich bin dann hochkehlenkostverhechter ja 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 davon abgesinnt ne ja Diana ich glaube du hast ja schon öfters berichtet dass du in schwierige Situationen gekommen bist wenn ich mich dir erinnern kann ja da wir heute viele Südländer haben kann ich mich vorstellen als Sau-Preis ich bin ein neudeutsches Kind die aber zehn Jahre in München gewohnt hat da viele Erfahrungen mitgesammelt hat und ähm ja liebe Grüße an den Süden ich vermisse München ganz doll gebe ich auch offen zu ähm für mich war vorhin das Thema Organhandel oder Organspende ganz wichtig weil da hätte ich was zu zu sagen ja ähm weil äh kommen wir dann auch nochmal drauf Organspende ja also ich komme jetzt aus ein kleiner äh kleiner Stadt ähm bei Braunschweig Hannover sagt wahrscheinlich jedem irgendwas äh ähm bei uns ist die Kriminalstatistik noch relativ tief also wir leben hier eigentlich relativ friedlich noch miteinander ähm außer dass die Gruppen untereinander sich so ein bisschen bekriegen aber da habe ich jetzt nichts mit zu tun ähm ja wenn die sich untereinander kloppen das interessiert mich nicht gut aber das heißt du kannst die Zufriedenheit von Herrn Seehofer über die Erfolge der Kriminalitätsbekämpfung also nachvollziehen nein also das definitiv nicht wenn es jetzt deutschlandweit geht äh gibt es eine Kriminalstatistik die ganz klar belegt dass wir eine erhöhte Kriminalstatistik haben ich komme in der Nähe von Salzgitter Salzgitter ist äh schon seit 40 Jahren Klein Istanbul genannt und das nicht umsonst und äh die Statistik schießt nach oben gar keine Frage egal ob es Michael ist oder ein Ali das ist äh das ist Fakt wir leben nicht mehr sicher mhm das ist dieses Gefühl von dem der Herr Seehofer gesprochen hat dass du also dich unsicher fühlst aber es ist gar nicht so sagt er ja klar der lebt äh schön in Berlin mit seinen Securities ist nicht auf ländlicher Straße und hat überhaupt gar keine Ahnung davon wie es überhaupt auf äh auf unseren Straßen überhaupt zugeht mhm und wenn er in seinem Eisenbahnkeller ist in wo wohnt er genau nochmal na wie ist das wie ist das der Ort in Bayern egal wenn er bei seiner Modelleisenbahn im Keller ist dann kriegt er dich von der Kriminalität auch nicht so viel mit mhm der ist außerhalb jeglicher Realität so wie alle anderen Politiker auch mhm ja da muss ich mal sagen der hat äh der Seehofer hat eine Hände auf der Schürze was hat er eine Hände auf der Schürze der Schürze der ist wie ein Kindergartenkind achso er hat eine Hände auf der Schürze wie früher die Kindergartenkinder eine Hände auf der Schürze hatten und so lebt er das ist meine Meinung ne ja der Mann ist äh total ungeregnet für diesen Posten der ist völlig realitätsfremd und wie gesagt der hat eine Hände auf der Schürze ne realitätsfremd und und an falschen Posten da haben wir ja fast alle wenn man jetzt nur die die Flinten-Uschi anschaut also tut mir leid oh Gott das stört ja dasselbe als wenn ich als Holzfäller äh Facharzt oder eine Operation im Krankenhaus machen würde mit der Mutter sägen ja mich würde jetzt von der anderen Dame mal interessieren entschuldige ich hab den Namen jetzt nicht behalten die Anna ja ähm ich bin jetzt zum Beispiel eine Person äh wenn jemand auf mich zukommt ähm ich kann mich wehren definitiv wie sieht's mit dir auf? also ich bin sehr aufgeregt ich glaube ich probiere es nächsten Freitag nochmal aber ich habe mich jedenfalls so bewappnet wie man sich bewappnen kann und ja wie gesagt ich bin sehr aufgeregt ich probiere es nächsten Freitag nochmal aber ich bin jedenfalls gut ausgerüstet ja du kannst aber auch schon da bleiben da muss ich jetzt mal widersprechen ähm nee ich probiere es lieber nächsten Freitag nochmal ich merke das da muss ich jetzt mal als Mann widersprechen ich glaube aber das tut es werden warte mal kurz kurz dann verabschiede dich Anna trotzdem toll dass du angerufen hast und ja danke trau dich nächsten Freitag nochmal ne genau ich probiere es einfach mal nochmal alles klar klappt es nie mehr ja ok danke tschüss tschüss ok sehr nervös aber gut na gut ist alles kein Problem das heißt es kann gerne nochmal jemand anderes anrufen ich wollte sie natürlich jetzt auch nochmal fragen wie sie sich auf der Straße fühlt wenn sie da rumläuft ähm und ähm aber das können wir natürlich jetzt nicht mehr tun ja also das heißt auch hier jetzt keine Begeisterung über den Herrn Seehofer und auch keine große Freude dass es so viel sicherer geworden ist sicherer aber Aber dass er sich jetzt hinsetzen tut und sagt, es ist ganz schrecklich in Deutschland, wir müssen dringend was tun, kann man ja auch nicht erwarten, hätte die Frau Merkel auch sicherlich nicht erlaubt. Nö, das hätte Brüssel nicht erlaubt. Wieso Brüssel? Weil wir kurz vor den Wahlen stehen. Europa ist ja ganz, ganz, ganz sicher. Also nicht nur in Deutschland, wir sind ja überall ein unglaublich sicheres Land. Und deswegen holen wir jetzt auch unsere IS-Soldaten hinterher und die Kinder und die Frauen, weil Deutschland unglaublich sicher ist. Ja, ist richtig, stimmt. Deswegen kommt ja Europa 25 oder wieder KUK. Ja, du darfst ja heutzutage nicht mehr von Deutschland reden, du musst ja heute von Europa reden. Weil sind wir ehrlich, die Europawahl wird kommen und wir werden europaparteisch werden. Ist so. Richtig. Und wenn wir da wieder alle hingehen, da gucken wir, gucken wir dann blöd. Wir werden untergehen. Das sagen sogar ausländische Menschen. Ich habe mit vielen diese Woche gesprochen. Ich habe mit vielen geschrieben, die selber sagen, Deutschland endet in einem Bürgerkrieg, Europa wird brennen. Und wir können uns mal im Museum, können wir uns mal gegenseitig angucken dann, oder die anderen. Ja, gerne. So sahen mal Deutsche aus. Ja, gut, okay. Also jedenfalls, ja, ich habe jetzt noch einen anderen Anrufer, den hole ich gleich mal rein. Aber der wird noch überrascht, dass er so schnell drankommt. Aber das lassen wir ihn noch ein paar Sekündchen. Jetzt ist er dran. Hallo, wer ist in der Leitung? Stefan. Ja, Stefan. Nochmal ein Stefan, sehr gut. Hallo. Ja, Stefan, wo kommst denn du her, aus welchem Nest von Deutschland und wie schaut denn da die Sicherheitslage aus? Ist sie so schön? Am Bodensee. Am Bodensee, da ist ja alles wunderbar am Bodensee. Oh ja, hören Sie bloß auf. Habt ihr da auch Migranten da unten und Flüchtlinge? Die kommen da zwar über die Grenze bei euch, aber die gehen ja alle weiter. Die wollen ja alle nach Nordrhein-Islamien zu ihrer Verwandtschaft oder nach Salzgitter, wie die Diana gesagt hat. Die wollen ja eigentlich da gar nicht in Bayern bleiben. Die wollen ja eigentlich weiter in die Heimatregionen im Norden Deutschlands. Genau, richtig. Also Migranten haben wir. Klimawandel logischerweise auch. Also wenn ich Drogen kaufen wollen würde, wüsste ich ohne Probleme, wo sie zu finden sind. Ja, das ist ja auch schon mal positiv für dich. Ja, das war aber für 50 Jahre schon. Naja, das kann man sehen, wie ich will. Okay. Das war schon immer so. Und fühlst du dich dann auch, wenn du jetzt Drogen kaufen gehen wollen würdest, auch entsprechend sicher auf der Straße, um dieses Geschäft abzuschließen? Oder hast du Angst, dass dir dann vielleicht doch bei euch da unten am Bodensee irgendwas zustößt? Oder ist die Sicherheitslage dort wirklich so wunderbar? Weil das ist ja auch die Gegend, wo der Seehof irgendwo, glaube ich, herkommt. Ich glaube, etwas mehr im Osten hat er sein Domizil. Aber kannst du nachvollziehen, dass er so begeistert ist über die Sicherheitslage, dass er so schön ist in Deutschland? Nein, ich kann es nicht nachvollziehen. Um ehrlich zu sein, wirklich sicher, fühle ich mich schon lange nicht mehr hier in Deutschland. Ich führe immer ein Messer mit mir, mindestens eins. Mindestens eins? Das ich die Wahl führen darf. Okay. Mindestens eins. Darfst du jetzt? Was fühlst du mit dir? Das habe ich dir verstanden. Ein Messer. Messer. Mehrere Messer. Ach so. Ein oder mehrere Messer. Ach so. Das machst du mit dir? Oh Gott. Das führe ich mit mir. Das legal nennt man das Führen. Ja, ich habe jetzt gesagt... Ist das so ein illegales Messer oder ist das so eins, was also mitführbar ist? Also was man laut Gesetz führen darf, laut dem Paragraf 42a des Waffengesetzes. Also so ein Messer, ich habe das ja jetzt auch in letzter Zeit mal ein bisschen mir, nachdem wir schon öfter in den Radiosendungen darüber diskutiert haben, mich das zum Gemüte geführt. Also so ein Messer, was man nicht schnell in Aktion bringen kann, was man mit beiden Händen quasi erst in Betrieb setzen muss, in Anführungszeichen. Darf ich kurz den Paragrafen vorlesen? Ja, wenn du so gut informiert bist, gerne. Ich habe ihn zufällig da. Ah, das ist ja großartig. Also der Paragraf 42a geht um das Verbot des Führens von Anscheinwaffen und bestimmten tragbaren Gegenständen. Erstens ist es verboten. Erstens Anscheinwaffen, zweitens Hieb- und Stoßwaffen nach Anlage 1, Abschnitt 1, Unterabschnitt 1, Nummer 1.1 oder drittens Messer mit einhändig feststellbaren Klingen, ein klaren Einheitmesser oder ein feststehendes Messer mit einer Klingenlänge über 12 Zentimeter zu führen. Noch. Aber ab dieser Woche soll es ja geändert werden. Echt? Ja. Wenn es geändert wird, wird es geändert, dann passe ich mich an. Gut, also was soll da geändert werden, Diana? Hab ich noch mal mitbekommen? Also ich habe jetzt gesehen, dass die erste Lesung betrifft, dass Messer grundsätzlich auf deutschen Straßen verboten werden sollen. Gabeln auch? Gabeln und alle als andere Scheren und ja, wie nennt man diese Spieße, womit man Braten irgendwie umdreht, die sind jetzt nicht im Gespräch. Aber es ist definitiv seit dieser Woche, seit gestern, wurde die erste Lesung gegeben, dass Messer grundsätzlich in Deutschland verboten werden sollen. Das ist alles. Und Muttersägen auch, ne, übrigens. Ja, nee, ich bleibe jetzt mal auf dem Boden der Tatsachen. Also Messer sollen verboten werden. So, ich will jetzt mal nur, äh, mal einhaken da. Also, pass auf, wenn der sich jetzt, der junge Mann, der jetzt gerade geredet hat, ne? Der Stefan, ja. Der steckt sich jetzt ein paar Messer ein. Der muss davon ausgehen, dass der andere Messerstecher zehnmal mehr Ahnung hat, mit Messern umzugehen, wie er. Und da ist er nämlich schon das erste Mal platt. Weißt du, wie ich meine? Ich kann hier 100 Messer einstecken und ich habe keinen Tunst davon. Ja, dann nimmst du halt einen Bratenspieß. Nein, ich würde sagen, nein, das meine ich toternst. Das meine ich toternst. Ich muss aber verstehen, damit umzugehen, sonst kann ich da nichts machen. Also, äh. Ich kann nicht in der Zähne mehr so heimstecken. Ich hatte mir auch einige YouTube-Kanäle angeschaut, wo mich das Thema dann interessiert hat, was es jetzt genau erlaubt und was es nicht genau erlaubt. Und, äh, man kann auch nicht jedem YouTube-Kanal so trauen, was da so erzählt wird. Aber, interessanterweise ist es also so, ja, auf einem YouTube-Kanal ging es eben um Selbstverteidigung. Und der Mann hat ganz klar gesagt, das Beste ist eben Pfefferspray, äh, was man ja auch nicht mehr legal kaufen kann, sondern man muss dann so eins kaufen, was nur für Tiere ist. Richtig. Und, ähm, ansonsten brauchen wir auch den kleinen Waffenschein. Und, ähm, der hat auch ganz klar gesagt, Messer ist generell schlecht, weil wenn der andere auch ein Messer hat, dann, äh, endet es für beide sehr, sehr schlecht. Ähm, man hat nur einen Vorteil, wenn man selber nur das Messer hat und der andere hat keins. Und unsere Gäste haben ja sehr viele Messer, weil die sind sehr messeraffin. Und, äh, was mich aber auch wundert, wenn das so ist, Diana, wenn das so ist, wie du sagst, dass es jetzt komplett verboten wird, ähm, dann frage ich mich auch überhaupt generell. Man hört so wenig davon, dass, weil, dass Flüchtlinge vor Gericht stehen, weil sie ein Messer mitgeführt haben oder einen Strafbefehl bekommen, ähm, und der Strafbefehl, also ein Flüchtling, kann es ja egal sein. Wenn der ein Messer dabei hat, er wird erwischt, er kriegt einen Strafbefehl über 200 Euro, dann geht er zum Sozialamt, äh, und kriegt dort die Kosten wieder ersetzt dafür. Also, das ist dem ja letztendlich egal. Also, du sprichst... Ich will dir jetzt ein Beispiel, Alex, äh, diese Woche wurde ein Urteil gesprochen über eine Dame aus Sitzgitter. Ja, die hat eine andere Frau mit einer 30 Zentimeter langen Klinge in den Brustkorb gestochen. Mhm. Die hat Bewährung bekommen. War das jetzt eine Deutsche oder war das, äh, eine... Ähm, wurde natürlich nicht gesagt. Die Medien verschweigen sowas immer gerne. Okay, dann war es in der Regel keine Deutsche. Also, es ist ja immer generell so, wenn ich einen Artikel lese, wo nicht die Identität, also nicht die Herkunft des Täters genannt ist, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich immer schon überzeugt, es ist einer von unseren neuen Freunden. Weil sonst gibt es ja keinen Grund, die Herkunft des Täters zu verschweigen, ne? Ja, ich bin eigentlich da in der Sache neutral. Und wenn es ein deutscher Täter ist, dann wird es ja immer extra erwähnt, dass es ein deutscher ist, damit eben genau dieser Eindruck nicht entsteht, ne? Oder einen deutschen Pass. Oder einen deutschen Pass, genau. Äh, zu dem Verbot, ähm, soll das dann eigentlich da rangehen zu diesen Küchenmessern, die die mitführen? Ist das der Grund? Ja, das soll ja verboten werden. Also, es geht ja darum, dass genau diese Klausel im Prinzip gestrichen werden soll. Naja, aber das ist ja genau das Problem. Ja, genau. Das Küchenmesser, die sie lang ja führen kann, weiß nicht, unter dieses Gesetz halt. Bis 30 Zentimeter darfst du ein Küchenmesser bei dir führen und genau das soll jetzt verboten werden. Ja, und das heißt, wenn du da nicht zukommst, dann nehmen sie sich alle dann einen Kassenzettel mit, weil da ist ja vermutlich dann erlaubt, vom Geschäft nach Hause. Weil man muss ja so ein Messer ja kaufen können, ne? Ja gut, das meinte ich ja jetzt mit Bratenspieß. Das war jetzt überhaupt nicht sarkastisch gemeint. Ich meinte das todernst. Diese Dinger sind unglaublich scharf. Ähm, sie bringen bis zu 30 Zentimeter Stichverletzung. Genau so wie eine längere Schere. Man muss aber eine grünische Anzeige haben, wenn es Fleisch gar ist, dann ist man besser. Aber, sagen wir mal ganz ehrlich, wenn diese Verschärfung kommt, dann hat es doch eigentlich nur Auswirkungen auf Deutsche, die sich jetzt auch bewaffnen wollen. Ja. Weil der Muslim, der Zuwanderer, das Goldstück, die Fachkraft, die wird sich darum ja einen Dreck scheren. Ich kann dir auch sagen, woher das kommt. Ja, gerne. Das kommt daher, dass jetzt mehrere Leute dabei erwischt worden sind, wie sie im Bundestag versucht haben, genau diese Waffen einzuschleusen. Ja, wer erwartet das im Bundestag? Ja, es ist inzwischen so viel Wut entstanden. Ich, ähm, ich werde es jetzt mal neutral sagen. Es gab einige Bürger, die so wütend waren, dass sie in dem Bundestag versucht haben, genau diese Waffen, unter anderem Messer, Armbrust. Armbrust, ja, es ist kein Scherf, Entschuldigung, dass ich lachen muss, Messer, Armbrust etc. versucht haben, in diesen Bundestag hineinzubringen. Ah, okay, okay. Das ist also das, warum sich auch Claudia Roth plötzlich so aufgeregt hat und gesagt hat, der Bundestag muss jetzt quasi geschützt werden und, äh, muss abgeriegelt werden, ne? Ja, ich meine, generell wundert man sich ja sowieso, wozu die noch eine Zuschauertribüne haben, dass jetzt nur junge Schulklassen, die schlafen und, äh, oder Bürger, die so begeistert sind, dass sie sich nicht äußern oder nicht Beifall klatschen oder mal Buhrufe machen, da, diese Tribünen sind ja sowieso überflüssig. Obwohl, obwohl, obwohl ja Claudia Roth ihre eigene Waffe hat, das ist ihr Aussehen, ne? Richtig, also, Frau, Frau Roth, sicherlich könnte die Risikogruppe in Deutschland, die sehr unwahrscheinlich vergewaltigt werden. Ja, selbst da gehen irgendwelche Ausländer noch ran, also, äh, tut mir leid, also, ähm, die nehmen ja überhaupt nicht Zeit. Ja, wirklich? Entschuldigung, wenn ich so unterbreche, äh, wenn ich so aussehen würde wie Claudia Roth, würde ich Heimarbeit machen, ne? Gut, wir sagen jetzt mal so. Dafür ist sie nicht qualifiziert genug. Entschuldigung. Für das Aussehen kann sie nicht. Sie ist halt, wie sie ist, aber sich hinzustellen und zu sagen, ich bin eine Studierte, die nach einem Jahr das Studium abgebrochen hat. Sie hat keine Kinder, sie ist nicht verheiratet, sie ist mit Drogen erwischt worden und dann irgendwie der Meinung zu sein, sie hat Intelligenz. Wie eine Erbse. Tut mir leid, also, da ist mir das Aussehen völlig egal, diese Frau ist inkompetent. Punkt. Also, du meinst tatsächlich, diese Gesetzesänderung soll jetzt kommen, weil der Bundestag so wahnsinnig Angst hat, dass die Leute, aber, ich weiß es nicht, weil man beim Bundestag nicht sowieso, alle, die da reinkommen als Zuschauer und Gäste, waren doch wahrscheinlich eh durch Metalldetektor durchgeführt. Richtig, und da wurden diese Waffen beschlagnahmt. Das heißt, Ja, den Artikel habe ich diese Woche gelesen. Wir gehen ja immer von dieser Woche aus. Ja, aber da hätte ich doch gesagt, für das Aus Sicherheitsgründen, wegen unseren Fachkräften mit. Nein, die Fachkräfte sind nicht diejenigen, die das Ganze stoppen wollen, es sind wir. Die sagen, wir haben die Schnauze voll. Und das mit Recht. Tut mir leid. Wenn ich jetzt, ich weiß nicht, habt ihr den Artikel von Capital Bra gesehen, diese Woche? Nee. Den Rapper? Nee, was war da? Erzähl mal. Der bei RBB ganz öffentlich einen Song geschrieben hat, tötet alle AfD-Wähler. Ach ja. Der hat, was war da bei RBB, hat der den für den Sender geschrieben oder? Nein, er war bei, also er hat einen Song geschrieben, wo er ganz klipp und klar sagt, tötet alle AfD-Wähler. Er wurde dann bei RBB eingeladen und hat diese Woche ganz klar gesagt, alle AfD sind Huren. Söhne hat einen Mittelfinger gezeigt und wurde dafür applaudiert. Ganz, ganz schlimme Sache. Ich habe Capital Bra jetzt angeschrieben, in sehr neutraler Sprache. Und werde gerne, wenn du das möchtest, Alex, wenn er denn antworten sollte, nächste Woche gerne mal sagen, was er darauf geantwortet hat, wenn er denn antwortet. Man müsste die doch bei allen eher anzeigen. Ja, ich bleibe bei sowas, wie gesagt, sehr neutral, weil man muss ja im Internet sehr vorsichtig sein, wie man sich artikuliert. Ich habe ihn angeschrieben und gesagt, du rufst definitiv, oder sie rufen definitiv zum Mord auf. Genau. Ganz klar. Sie haben Fans, die sehr jung sind und ihrem Ruf auch folgen werden. Und ob er sich überhaupt dem gewiss ist, was er da überhaupt gesagt hat. Und ich würde mich freuen über ein Stage-Manage, wenn er mich denn ernst nimmt, wie er darauf reagieren würde. Ob er jetzt antwortet, weiß ich nicht. Ich würde es gerne nächste Woche mal sagen, weil das würde mich ernsthaft interessieren. Ich habe versucht, ihn nicht zu beleidigen. Bin sehr sachlich geblieben, auch wenn es mir sehr schwer gefallen ist. Und mal gucken, was da kommt. Aber, Diana, bei jemandem, der so einen Songtext schreibt, glaube ich, da brauchen wir auf keine vernünftige Antwort hoffen. Ja, wir gucken mal. Eigentlich ist es ja schon fast Volksverhetzung, weil AfD-Wähler sind ja eine Randgruppe. Also eigentlich müsste es ja auch unter Volksverhetzung fallen. Ja, das, was er versucht hat, ist im Prinzip das, was Rammstein jetzt gemacht hat. Und Rammstein ist ein ganz anderes Kaliber als irgendein Möchtegern-Rapper, der irgendwie der Meinung ist, er muss jetzt PR betreiben. Das Rammstein-Video finde ich ja auch sehr interessant. Abgesehen mal davon, dass es echt top gemacht ist, qualitativ, hochwertig. Interessant, dass die deutsche Musikindustrie sowas noch zustande bringt. Das Lied finde ich auch nicht schlecht. Aber da scheinen sich ja die Geister, die einen sagen, oh, das ist rechtsradikal, das ist was für die Rechten. Die anderen erkennen da drin unheimlich viel linkes Zeugs, dass es einfach ein Werbevideo für die Linken ist und dass die Rechten lächerlich gemacht werden sollen. Also da bin ich ganz zwiegespalten. Ein Argument war ja zum Beispiel, dass in dem Rammstein-Video die Germania eine schwarze Person ist, eine Negerin, man darf es ja sagen. Und dass man damit quasi so die deutsche Kultur ein bisschen veräppeln möchte. Man könnte es aber tatsächlich auch so sehen, dass man zeigt, guck mal an, alles hier in Deutschland wird langsam schwarz. Also ich bin da hin und her gerissen. Der Negerin darf auch nicht mehr sagen, man sagt heutzutage schwarz oder Afrikaner. Ja, sagt man, aber Neger ist ja doch erlaubt. Ja. Deshalb sage ich auch so gern. Bunte. Ich wollte mal nochmal was einfügen jetzt hier, weil ich das ja am Anfang mitgekriegt habe, mit diesen Bremen und Westegok. Ich würde mir vorschlagen, man müsste eigentlich mal die ganzen Parteien wegschmeißen wegschmeißen und dann diese Hin- und Herschüberei von diesen Posten mal wegschaffen, dass es überhaupt keine Parteien mehr gibt, sondern nur noch Fachleute an der Regierung. Das würde es nicht geben. Das wäre vielleicht interessant. Das wollte ich mal sagen. Ja, aber wir haben ja die Fachleute, die ganzen Ministerien haben ja externe Berater, Fachkräfte, die viel, viel Geld kosten, zusätzlich zu den Beamten. Aber die Politik möchte halt noch letztendlich das letzte Quäntchen Macht behalten, um zu sagen, das, was die Experten gesagt haben, machen wir oder machen wir eben nicht. Jetzt mal an die Frage der ganzen Jungs, weil ich bin ja jetzt der Einzelstreiter. Würdet ihr eurem Posten freiwillig abgeben? Habe ich, habe ich gemacht, als Holzfäller, weil ich die Arthrose so schlimm hatte. Nein, es geht mir jetzt um Politik. Wenn ihr so hoch seid, dass ihr 8, 9, 10.000 Euro im Monat verdient, würdet ihr eurem Posten freiwillig hergeben, weil es nicht mehr so läuft, wie es das Volk will? Nein, ich würde mich schälen. Ich würde mich schälen. Ganz ehrlich, ja. Wenn ich Scheiße brauche, so wie es die Ursula von der Leyen gebaut hat mit der Reuch-Fuck-Affäre, ja. Aber sag mal, die könnten ja sogar... Größten muss man zeigen, um den Hut zu nehmen. Größten muss man zeigen und haben. Die Politiker könnten doch auch ganz einfach ihren Posten aufgeben, weil sie kriegen danach ja sofort einen wesentlich höher dotierten Job in der Wirtschaft als Berater, können durch Vorträge und Einladungen auf Veranstaltungen viel, viel mehr Geld verdienen als im Bundestag. Und sie können dort ja auch dazu verdienen, sie können auch dazu verdienen dort natürlich, gar keine Frage. Aber es geht um etwas ganz anderes. Es geht gar nicht ums Geld, Diana, sondern es geht einfach darum, dieses Gefühl der Macht zu haben, wichtig zu sein, wichtig zu sein, was mitentscheiden zu können. Richtig. Das ist das Entscheidende, das sagen ja auch ganz offen einige Politiker. Dieser Rausch der Macht, der ist das Entscheidende. Das sind Narzissen. Das ist schon eine Psychose eigentlich. Nein, es ist Narzissmus. Es ist reiner Narzissmus. Richtig, genau. Ja, richtig. Ja, und Merkel steht an oberster Stelle mit ihrem Gottkomplex. Richtig. Sie ist der Meinung, Deutschland rettet die Welt. Richtig. Das glaube ich gar nicht. Warum? Versteht man nicht, warum Deutschland die Welt retten muss. Beim Klima müssen wir die Welt retten. Bei allen Themen müssen wir die Welt retten. Ich weiß gar nicht, warum eigentlich. Weil wir im Moment diejenigen sind, die Europa noch auf überhaupt aufrechterhält. Ja, aber Deutschland hat sich doch in der ganzen Geschichte, also jedenfalls in der jüngeren Geschichte, nicht als Weltretter qualifiziert. Im Gegenteil. Aber das wird sie erreicht. Wir waren Weltvernichter. Nach Helmut Kohl ist sie diejenige, die versucht, Deutschland an oberster Stelle zu stellen. Sie will ja auch den Juncker ablösen. Das ist ja bekannt. Naja, die Merkel wird auf alle Fälle nicht der Juncker-Nachfolger, weil dafür ist sie in Europa viel zu unbeliebt. Da machen wir gar keine Sorgen. Die Merkel hat europaweit verschissen. Also die Mütterflüchtlingspolitik... Die hat Europa in den Kram gebracht. Die hat Europa in den Unterkram gebracht. Das müsste ich sagen. Nee, eine oberste Stelle. Quatsch. Deswegen staune ich ja, weil ich ja selber und aussieht bin, staune ich, dass so eine Frau das überhaupt macht. Dass die die ganzen Leute so für den Haar verkauft. Das nenne ich jetzt. Das kann ich dir sagen, weil sie gekauft worden ist. Von wem? Unter anderem von den Arabischen Emiraten. Woher weißt du das? Das ist meine persönliche Meinung. Ach so. Sie hat die Waffen alle an die ostländischen Völker überhaupt vertrieben. Daraufhin ist Krieg entstanden. Daraufhin hieß es dann, holt alle nach Europa. Das tut sie. Und jetzt heißt es, Europa muss ein Staat werden. Sie gibt ihr Kanzleramt ab, um den Junker zu ersetzen. Und sie... Also ich persönlich bin der Meinung, sie würde es schaffen. Sie wird da oben landen. Nein, nein, nein. Da habe ich keine Chance mehr. Ja, mal gucken, was... Wie gesagt, das ist meine persönliche kleine Meinung. Wir gucken mal, was sich ergibt. Also Entschuldigung, ich muss mal was sagen. Ich hätte auch damit gerechnet, wenn die Merkel jetzt, wenn die DDR nicht kaputt gegangen wäre, wäre die da auch an die Spitze gerendet. An der Spitze gerendet. In der DDR? Na richtig. Das glaube ich eher weniger. Das glaube ich auch nicht. Sie ist ja ein Kind vom, naja, sag schon, Seidkanzlern. Wieso? Die war ja... Die war ja... Die war ja... Nee, wieso? Die war ja... In der DDR auch schon... Hat die ja auch schon höhere Funktionen. Aber nicht so hoch. Aber Kohl hat seine Fittich genommen. Und das ist das Entscheidende, warum sie jetzt heute an der Macht ist. Ich habe es im Dezember, habe ich es gemerkt, wo sie freiwillig gesagt hat, ich trete zurück. Sie kann nur zurücktreten, um in einen höheren Posten aufgenommen zu werden. Und ihr Ziel ist definitiv der Juncker. Und dadurch, dass der Juncker ja an Ischias leidet, wird er definitiv absteigen. Ja, aber sie ist nur zurückgetreten als Parteivorsitzende. Als Bundeskanzlerin macht sie noch die Wahlperiode zu Ende, also die Legislaturperiode. Ja, aber sie kann nicht nach oben gewählt werden, solange sie dieses tut. Was? Sie kann doch Parteivorsitzende sein und trotzdem irgendwo in Europa tätig sein. Sofern ich das mitbekommen habe, kann sie keine Bundeskanzlerin sein, wenn sie in Europa an oberster Stelle antreten möchte. Ja, aber sie hat ja nur das Parteiamt abgelieft gelegt. Bundeskanzlerin ist sie ja immer noch. Noch? Ja. Richtig, du sagst es. Noch. Sie tritt ja auch nicht zurück als Bundeskanzlerin, sondern sie lässt sich einfach, sie tritt zur nächsten Wahl nicht mehr an. Dafür geht sie dann einen Schritt nach oben und das wird sie schaffen. Dadurch, dass sie sich mit Macron so dolle irgendwie vereinigt hat und mit vielen anderen europäischen Ländern auch. Ja, aber der Macron ist bei der nächsten Wahl weg. Na, das denke ich auch. Der ist futschi vorbei, dem Macron gibt es nach der nächsten Wahl. Na, der hat doch jetzt so viele Prozente verloren. Der Macron hat keine Chance und du darfst auch nicht vergessen, jetzt kommen die Europawahlen. Nein. Und in allen Ländern werden, oder in vielen Ländern werden die Rechten zulegen, jetzt in Deutschland sogar weniger, aber in Italien und so weiter und so fort. Da wird doch keiner sagen, wir wollen die Merkel irgendwie als EU-Präsident haben oder sowas. Ja, aber was glaubst du, wie viel Wahlbetrug es geben wird? Ja, gar nicht. Du hast doch als Wahlbeobachter gehört, du kannst dich ja als Wahlbeobachter melden. Dann kannst du dafür sorgen, dass es keinen Wahlbetrug gibt. Ich werde im Mai auf jeden Fall bei mir daneben stehen und zugucken. Wunderbar, ganz toll. Und dann kannst du berichten, wie es gelaufen ist. Aber es wird definitiv Wahlbetrug geben. Das war bei der letzten Wahl schon so und das wird auch bei der Europawahl definitiv Fakt sein. Ja, wenn Hunderte von Millionen Menschen wählen, dann wird es immer irgendwo Schwund geben. Aber der ist halt dann rechnerisch so klein, dass er nicht auffällt. Wir warten ab. Wir reden im Juni nochmal, Alex. Genau, genau. Wie gesagt, das ist meine kleine politische Meinung. Ja, ist in Ordnung. Ist ja kein Thema. Natürlich, klar, sträubt sich bei mir auch alles, die Merkel noch weiter zu sehen ist. Wäre ja also am besten, wenn sie eigentlich morgen mal überfahren wird von irgendwas. Aber leider ist der Wunsch noch nicht in Erfüllung gegangen. Ja, sie ist aber nicht an höchster Stelle. Im Prinzip ist der Bundespräsident an höchster Stelle. Ja. Na gut, das ist ja auch kein besonders vorzeigbares Element. Ja, aber alle meckern über Merkel. Wieso keiner über den Bundespräsidenten? Moment, der Bundespräsident ist hier nur ein Vorzeigeabend. Genau. Dass die Macht abgibt an die Bundeskanzlerin. So ist es. Der Präsident hat ja nichts zu entscheiden. Der kann die Grenzen nicht aufmachen, kann nicht schließen. Der hat ja keine politische Ebene gemacht, in Anführungszeichen. Theoretisch ist der mächtigste Mann im Land, oder die mächtigste Frau im Land, aber die Macht wird an den Kanzler oder Kanzlerin abgegeben. Die Frage, was kann man ändern, damit sich jetzt was verbessert. Das ist eigentlich jetzt der Fakt. Die Parteienabschaffung. Jetzt erstmal andere Parteien wählen als die, die jetzt an der Wacht sind und langfristig direkte Demokratie. Nicht gut, wie der Anrufer, der andere vorhin, glaube ich, der hieß, glaube ich, auch Stefan, weiß ich jetzt genau, auch schon gesagt hat, direkte Demokratie. Das ist ja das, was auf alle Fälle verhindert werden soll, weil ich habe es schon öfters mal in älteren Sendungen, ich sage es jetzt mal für die neuen Hörer, man darf nicht vergessen, das, was wir jetzt haben, diese parlamentarische Demokratie, ist etwas aus dem frühen Mittelalter oder aus dem letzten Jahrhundert, weil es damals keine Telefone gegeben hat und man mit der Kutsche drei Tage unterwegs war bis zum, in Anführungszeichen, entscheidenden Parlament oder was es auch immer gewesen ist, hat man damals, wenn man Entscheidungen gefällt hat, einen Entsand, einen Entsandten geschickt ins Parlament zum Beispiel, ja, der dort einem die Interessen vertritt. Das heißt, jede Region hat einen, egal ob das ist England, Frankreich, man hat es in allen Ländern im Prinzip so organisiert, jede Region hat einen gewählt oder bestimmt oder wie auch immer und in diesen Rat oder Bundesrat oder wie auch immer das nennen möchtest, jetzt entsandt, damit der dort die Interessen seiner Region vertritt, weil ein Brief mit einer Entscheidung zu irgendeiner Sachfrage hätte Wochen gedauert, wieder Kutsche hin und her zu fahren, hätte ewig gedauert, Telefon gab es auch nicht und so weiter und so fort, deshalb haben wir das gemacht. Heute ist das alles gar kein Thema mehr, heute brauchen wir das nicht mehr, wir haben Telefon, wir haben Internet, wir haben Flugzeuge und so weiter und so fort, sprich, es ist alles nicht mehr notwendig, der Bürger muss keinen Politiker mehr in eine Entscheidungsinstanz entschicken, er kann selber entscheiden und genau das will man ja verhindern, indem man sagt, der Bürger ist zu doof. Okay, das kann man auch machen. Warum ist trotzdem auf jeder Wahlliste immer noch einer aus dem Landkreis? Ja, aus dem Ausdruck... Warum kann man im Europaparlament jemanden anrufen aus seinem Landkreis, um die Entscheidung zu beeinflussen? Genau, aber wir brauchen die Leute ja gar nicht, die kosten ja alle Geld, ja, ich finde ja nicht, dass man Parteien abschaffen soll, die Parteien sollen von mir aus bleiben, aber die sollen nur noch Konzepte erarbeiten, das soll dann die eine Partei sagen, ich bin für die und die und die Geschichte, aber entscheiden soll der Bürger per Volksentscheid. Und wenn dann ein Ergebnis rauskommt, was heißt 51 zu 59, dann hat die Mehrheit so entschieden, Ende aus. Nee, dann gehe ich eher auf Paragraf 2, Artikel 4. Bitte? Dann gehe ich eher auf Paragraf 2, Artikel 4. Ja, erklärst du für uns Dumme noch kurz, was das für ein Paragraf ist? Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerspruch, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Ja, aber die Ordnung, nämlich die parlamentarische Demokratie, die wir jetzt haben, die kann ja durch eine direkt volksentscheidmäßige Geschichte ersetzt werden. Und da wird es auch darauf hinkommen, also das wird in 100 Jahren, bin ich mir ganz sicher, so sein, dass jeder einfach selber mitentscheiden möchte. Ja, aber Paragraf 2, Artikel 3 sagt zum Beispiel, die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. Und dieses Recht wird ja im Moment gebeugt. Das verstehe ich jetzt, muss ich sagen. Du meinst, jetzt sind Volksentscheide nicht rechtlich erlaubt, meinst du jetzt? Richtig, wir haben keine freien Rechte mehr, uns öffentlich zu äußern. Wenn wir in irgendeiner Form etwas sagen, was der Politik nicht passt, dann werden wir verfolgt. Du hast das nur viermal im Jahr. Ja, aber das Problem ist, das Grundgesetz kann man ja auch ändern, wie du weißt. Das ist das Problem, ja. Das ist das Gute daran. Wenn irgendwann mal sich die Überzeugung durchsetzt, dass man Volksentscheide haben möchte, dann kann man das ja auch entsprechend durchdrücken. Ich denke, man bräuchte eine Partei, die sich nur für ein einziges Ziel einsetzt, nämlich das Volk entscheidet per Volksentscheid. Über jede größere Geschichte. Die brauchen sonst da nichts. Die brauchen nicht links stehen, die brauchen nicht rechts stehen, nur dieses eine politische Ziel verfolgen. Und ich glaube, viele würden diese Partei wählen. Aber das geht ja von Paragraf 2, Artikel 20, Satz 2 aus. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Ja. Das steht so da drinnen. Ich habe es vor mir liegen. Und dementsprechend stimmt das nicht. Weil wenn wir vom Volk irgendwas sagen, dann ist das nicht okay. Naja, gut, die Argumente natürlich, du wählst deinen Abgeordneten und der vertritt dich dann. Ja, und der wird aber nicht so, wie ich das möchte. Deshalb ist es so wichtig, zur Wahl zu gehen, weil das die Macht ist, die du noch hast. Aber ich sage eben, ich brauche keinen Abgeordneten mehr, der dann gar nicht unbedingt so wählt wie ich, sondern ich möchte selber mitbestimmen. Und da muss man natürlich dann auch, ähnlich wie man es in der Schweiz schon gelernt hat, auch akzeptieren, dass, wenn es mal ein knappes Ergebnis ist, ich ja eventuell auf der Verliererseite bin. Es gibt, wenn jetzt zum Beispiel zum Thema CO2-Umweltschutz entschieden wird, bin ich mir sicher, wäre ich wahrscheinlich vielleicht nicht auf der Siegerseite, sondern da würde die Mehrheit sagen, oh ja klar, alles ganz schlimm, wir müssen sofort handeln. Aber man muss natürlich die Leute dann auch entsprechend informieren. Aber es gäbe viele Dinge, die ganz anders entschieden worden wären. Zum Beispiel jetzt, ob VW eine Strafe zahlen muss für die Betrügereien oder sowas. Oder soll der Artikel 13 kommen? Oder soll der Migrationspakt umgesetzt werden? Ich denke, da hätte auch die Mehrheit der Deutschen gesagt, nein. Hat jemand die Wahl zur Stuttgart 21 bekommen? Das war eine direkte Demokratie. Dann hat da jemand auch die Fragesteller im Kopf, ich habe es noch so einigermaßen, da war eine doppelte Verneinung drin und sonst noch irgendwas. Anstatt die Frage zu stellen, sind die für Stuttgart 21 oder dagegen? Fertig aus. Das funktioniert nicht in Deutschland. Ja, ich kenne das auch von Volksentscheiden in Bayern, dass es also recht unübersichtlich ist. Man versucht es schon so unübersichtlich zu machen, aber darum geht es auch gar nicht. Es muss dann einfach so geregelt werden, willst du das oder willst du das und dann kannst du sagen, ja oder nein. Eben genau, sowas kommt nicht. Und man kann ja dann einen Monat lang die Bürger über die Medien informieren, über die Vor- und Nachteile. Dann können die Parteien sich auch einmischen und sagen, das und das finden wir besser. Und dann soll der Bürger entscheiden, Ende aus. Aber ich glaube, da ist ja das Hauptproblem jetzt eigentlich. Jetzt lassen wir mal die ganzen Paragraphen weg und stellen wir uns mal vor, das kommt durch. Volksentscheide. Wie werden dann die Medien reagieren auf das Ganze? Weil das ist ja eigentlich das Hauptthema. Weil so entscheidet die Politik, die Medien geben so ein bisschen einen Senf dazu und am Ende läuft das schon alles so in eine Richtung. Aber wenn es dann wirklich nur noch diese Volksentscheide mehr oder weniger gibt, die Medien müssten eigentlich auch viel radikaler dann werden in dem Moment. Radikaler und objektiver natürlich. Ich weiß nicht, ob das objektiver wird. Ob das objektiver wird. Ja, aber die Volksvertreter wählen wir und wir brauchen keine Volksvertreter mehr. Wir fahren ja nicht mehr drei Stunden oder drei Tage mit der Postkutsche nach Berlin, um unsere Stimme abzugeben, sondern wir brauchen diese Vertreter nicht mehr. Wir werden aber diese Vertreter weiterhin behalten, weil die Politik darauf noch Einfluss hat. Richtig, aber wir müssen halt mal schauen, dass wir die wegkriegen. Wir haben eine Tendenz, von Haus aus jetzt schon eine große Tendenz. Und die wird noch radikaler werden. Sie werden dann doch versuchen, noch mehr Einfluss zu nehmen. Alex, bevor du uns alle rausschmeißt, weil wir ja die Zeit fast durchhaben, ich würde gerne nochmal auf die Organe aufgreifen. Ja, okay. Stimmt, haben wir vergessen. Ich habe aber noch einen Anrufer, den hole ich kurz dazu. Und dann kommen wir danach auf die Organgeschichte. Hallo, wer ist in der Leitung? Hi, ich bin Angel. Hallo Angel. Ah, hallo Angel. So, nochmal weibliche Verstärkung, das ist gut. Angel ist ja, ich darf es ja sagen, ne? Polizist. Bulle. Das wissen wir alle. Sie ist eine Gesetzerin unseres Staates. Genau, sie ist an vorderster Front, an der, die so wahnsinnig sicher geworden ist. Bist du glücklich, was dein Dienstherr, der Herr Seehofer, gesagt hat? Ach, wahnsinnig glücklich. Ich könnte ihn so an die Wand drücken und Herzen und Knüten. Das sind, das sind diese positiven Klänge, die wir hier gerne hören. Ja, wunderbar. Alter, wollen wir gar nicht wissen, was du mit ihm so machst. Ja, wir sind alle, wir sind alle wahnsinnig begeistert, weil wir uns überhaupt nicht verarscht vorkommen, weil, äh, ja. Ja, ist schon klar. Das ist wirklich die reinste Verarsche, Verhohnpieplung und keine Ahnung. Und vor allen Dingen für jeden, der die Uniform anhat oder nicht Uniform anhat und in Staatsdiensten steht, ist das so eine richtig schöne Klatsche. Bartsch, Bartsch, rechts, links, eins in die Fresse. Jawohl. Und, äh, Angel, wie ist es, äh, kannst du das auch bestätigen, dass viele Messerstecher Ali Michael heißen? Habt ihr das auch schon festgestellt? Hm, Michael, Ali, äh, von, von und zu, äh, ja. Hm, mir sind schon viele Michaels untergekommen, ja. Also echt mal, ich würde den Namen glatt verbieten, ey, ohne Scheiß, ne. Also sowas rechtsradikales und sowas gefährliches wie dem Michael, also. Genau, und warum, warum trägt der Michael eigentlich das Messer mit sich rum? Keine Ahnung, Brotzeit? Brotzeit. Bin ich doch nicht. Ja, okay. Sehr gut. Man kann's doch, man kann's doch wirklich nur noch mit, mit Humor nehmen. Also ehrlich, also wer, wer diese ganze Scheiße wirklich auch nur noch einen Funken, äh, glaubt, ja, also, äh, der, der, der hat's verdient, äh, anders kann ich's echt nicht sagen, tut mir leid. Aber jetzt gibt's ja die, Wer den Mist glaubt. Es gibt ja die Polizeigewerkschaft, äh, ich glaub, Wendt heißt der Chef, ja davon, der sich immer mal wieder in den letzten Jahren eigentlich nazimäßig geäußert hat, das muss man mal so sagen, der hat immer wieder gesagt, das ist unsicher, die Kriminalität steigt und so weiter und so fort. Also wer den noch nicht abgesägt hat, äh, wundert einen ja fast. Ich hab den Namen jetzt nicht verstanden. Na, dieser, dieser, dieser Wendt da, der, 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 ne, euer, äh, Gewerkschaftsvorsitzender da. Also, äh, also zu Wendt haben wir auch eine ganz, also, ähm, ja, ich, ich rede jetzt mal, äh, wieder in der Wir-Form, aber, äh, Wendt ist sehr mit Vorsicht zu genießen. Wendt ist immer da, wenn, wenn eine Kamera und eine Zeitung da ist, aber was für, für uns macht er nicht. Er hat eine große Klappe, er sagt teilweise das Richtige, aber auch nicht, äh, immer dann, wenn es gebraucht wird, sondern, ähm, er steht auch nur hinter sich selber und hinter der Gewerkschaft, die nicht hinter ihre Mitglieder steht. Das ist ja bei vielen Gewerkschaftern leider so, ne? Das ist auch bei der Polizei ganz genau so. Ja, aber immerhin, äh, kritisiert er ja ganz oft die Politik und, äh, tut er richtig rechte Töne anschlagen, also böse, böse, böse. Ähm, aber die Polizei jetzt, äh, die haben, ihr lacht jetzt sozusagen über den Seehofer, was er da, äh, veröffentlicht hat und so weiter und so fort, weil ihr dann an der Front seid, ihr kriegt das andere mit. Na, was, was sollen wir denn sonst machen? Sollen wir uns darüber aufregen? Das bringt doch eh nichts. Also nehmen wir es mit Sarkasmus, mit Humor, mit, äh, was anderes bleibt uns doch gar nicht übrig. Wir wissen doch, wie es aussieht. Richtig, ihr wisst, wie das aussieht, aber müssten nicht mehr Polizisten oder Leute, die eben vielleicht höher gestellt sind, äh, wie der Herr Wendt jetzt oder sowas, deutlicher sagen, was der Herr Seehofer da sagt, ist Quatsch, so schaut die Situation aus, um die Leute aufzurütteln, oder geht das schon gar nicht, weil er einer Nazi ist? Wie viele Leute müssten aufstehen und was sagen? Wie viele Leute müssten, äh, ihre Arbeit niederlegen oder sonst irgendwas? Weißt du, man, man kann immer schön sagen, was die Leute alles müssten, aber was sie dann machen, ist die zweite Sache. Na, äh, äh, ich meine, ähm, klar, ihr, ihr, ihr stellt euch irgendwo auch in die Öffentlichkeit und, äh, sagt, was ihr meint, aber, äh, wirklich mal, äh, ganz doll Klartext reden tut er auch nicht. Na, das ist doch immer so ein, so ein Ding, wir sind einfach dazu erzogen worden, nichts zu sagen. Das ist es doch. Wir sind als Duckmäuser erzogen worden. Und aus dieser ganzen Kalaika wieder rauszukommen, wisst ihr, wie schwer das ist? Ich merke es doch selber, ich merke es doch an mir persönlich selber. Bis ich den Mut hatte, was zu sagen und öffentlich auch was zu sagen, ja, äh, im inneren Kollegenkreis ist das kein Problem, da kennst du ja die Leute. Aber nach draußen irgendwie was zu bringen, das, dazu gehört so viel Traute, ja, und, und vor allen Dingen, wir haben alle was zu verlieren, das dürft ihr nicht vergessen. Ja, ja, und. Es wäre ja auch die Möglichkeit, äh, irgendein Material der Presse zugänglich zu machen, als, äh, Whistleblower sozusagen. Weißt doch mal, ich hab. Naja, also, man kann ja auch, äh, Material, Statistiken, Informationen über Verbrechen, etc., als Whistleblower an die Presse weitergeben. Jetzt nicht an ARD und ZDF, ganz klar, das interessiert die nicht, aber an andere halt jetzt, ne? Meinst du, das interessiert die? Naja, es gibt schon einige, die sich dafür interessieren. Ja, wer? Naja, also, äh, die, die jetzt hier in der patriotischen Ecke bekannt sind, aber es gibt ja auch welche, äh, äh, die jetzt gar nicht so in dieser Ecke stehen, Tichy oder, ähm, manche Lokalzeitungen und so weiter und so fort. Da gibt's ja doch schon viele, die kritisch berichten, auch jetzt über den Seehofer jetzt so schon kritisch berichtet haben. Das ist aber alles abgenickt, was die berichten, das ist alles so weit, äh, Seehofer ist ja sowieso als Drehhofer bekannt, der ist bekannt dafür, dass er, äh, seine Meinung, äh, ich rede nur vom, vom Rücktritt, ne? Was ist gewesen? Riesengroße Kalaika, wenn, äh, wenn der Maaßen geht, dann, äh, macht er einen Rücktritt und alles Mögliche und was war gewesen? Der hängt genauso an seinem Sessel wie alle anderen auf und der wird genauso nicht gehen wie alle anderen auch, weil sie alle an ihren fetten Honigtöpfchen hängen. So ist es doch. Und es geht immer nur um Kohle und es geht immer nur um den Machterhalt. Also der Seehofer hat aber nie gesagt, er tritt zurück, wenn der Maaßen geht, sondern er hat nur gesagt, er tritt als Parteivorsitzender von der CDU zurück, CSU zurück, aber er hat nie gesagt, dass er als Bundesinnenminister zurücktritt. Der hat gesagt, er tritt zurück. Nein, die anderen haben gesagt, er müsste dann, er müsste dann zurücktreten, aber er hat nie gesagt, er tut es, sondern die andere hat, die Presse hat spekuliert und ich hab schon mal gedacht, die können spekulieren, was interessiert doch den Seehofer nicht. Vor allen Dingen, äh, kann ich mal einhaken kurz, ähm, der hat ja sein Geld rein, warum macht der das nicht? Der ist halt genug, der kann nochmal, äh, so wie Scham gefühlt haben und sagen, jetzt langt's, weil der hat ja genug, was will der noch verdienen. Dann mal wieder bei der Machtgeilheit, ne? Ja, aber jetzt, äh, das ist die Machtgeilheit. Auf der anderen Seite, überlegt euch mal, wer soll es denn sonst machen? Soll die Andrea Nahles Bundesinnenminister werden? Ja, bitte nicht. Der Seehofer war doch, wenn ihr zurückdenkt, ans erste Jahr der Großen Koalition der einzige, der gegen die Merkel wirklich Rabatz gemacht hat. Alle anderen, in der CDU, in den anderen Parteien und auch in der CSU teilweise, haben doch geduckmäußert und gesagt, um Gott, das will nicht. Bitte Angela anlegen. Der Einzelne, das gemacht hat, war der Seehofer. Ja, meinst du nicht, dass das ein wunderschönes Pressebimborium war und eine wunderschöne Seifenblase, die dann verplatzt ist? Weil, sie wollten ganz einfach symbolisieren, von wegen, es gibt noch einen Widerstand in den Parteien, ganz besonders in der CSU, weil das war ja diese große Vorbereitung auf diesen Wahl-Dings in Bayern. Ja, von wegen, es gibt keine Wahlmanipulation. Aber es hat ja nach allgemeiner Meinung der CSU geschadet, deshalb hat sie ja so viel verloren, die haben ja etliche Prozentpunkte verloren. Ja, weil sie an die Grünen abgewandert sind, die Stimmen. Und warum ist das so? Weil die Grünen als nächste Koalitionspartei für die CDU ausgebaut werden. Und darum geht es doch die ganze Zeit. Ja gut, aber der normale dumme Wähler, den kannst du doch nicht so vorschreiben, so zu wählen. Der normale dumme Wähler macht das ja auch gar nicht. Du willst es einfach nicht wahrhaben, dass die Wahlen manipuliert werden. Und zwar so dermaßen, dass es wirklich nur darum geht, dass die große Einheitspartei nicht auffliegt, sondern dass es einzig und allein darum geht, dass es Schritt für Schritt gemacht wird. Du willst mal, jetzt würde ich erzählen, dass die große Einheitspartei CSU, die normalerweise in Bayern die absolute Mehrheit holt, freiwillig gesagt hat, wir geben zehn Prozent an die Grünen ab, um die auf Bundesebene koalitionsfähig zu machen. Merkst du nicht auch, dass es ein bisschen weit hergeholt ist? Das ist, dass die Stimmen sind an die freien Wähler gegangen. Und dementsprechend konnten sie die Grünen weiter mit aufbauen. Weil du kannst mir doch nicht erzählen, dass ein Bundesland wie Bayern plötzlich, nach weiß ich wieviel Jahren, die Grünen wählt. Das kannst du mir doch nicht im Ernst erzählen, dass du das glaubst. Die haben Schadensbegrenzungen gemacht. Naja, das ist ja nur Bayern, sondern die Grünen sind ja im Bundesweit auf dem Trend ganz oben. Ja, und warum ist das so, habe ich eben schon mal gesagt. Ja, weil wir in die Klimakatastrophe reiten. Ja, natürlich. Kriegst du das nicht mit? Die Kindlein sind auf der Straße und können nachts nicht mehr schlafen, liegen schweißgebadet im Bett, weil sie denken, morgen liegt hier die Welt unter. Wann war das letztes Mal bei den Grünen in den obersten Punkten im Wahlprogramm? Die Umwelt, das Klima. Das war mal, das war mal die Grünen. Ja, also ich weiß auch nicht. Jedenfalls, Angel, du kannst das nicht unterschreiben, was der Herr Seehofer gesagt hat. Das habe ich schon rausgehört. Er will aber jetzt bei euch ja aufstocken. Er will ja neues Personal reinholen. Ja, was bleibt dem anderes übrig? Ich meine, es gehen demnächst die ganzen alten Hasen, die sind alle weg. Was soll denn danach kommen? Und die haben ja mitgekriegt, dass es eben halt nicht ohne Polizei geht. Und ich meine, wir sind in den 90ern und in 2000 sind wir ausgeblutet worden bis zum Gehtnichtmehr. Die ganzen guten Polizisten sind alle mehr oder weniger ausrangiert worden. Es sind die alten geblieben, die sie nicht mehr raussetzen konnten. Und dann kamen die Jungschen hinterher. So, dann haben sie gemerkt, okay, hoppala, wir sind ja doch nicht so friedlich und wir kommen ja doch nicht ohne die Polizei aus. Und jetzt sind sie alle am Rudern. Und damit sie wieder Nachwuchs kriegen und aufstocken können, das werden die in den Zeiten nicht schaffen. Das geht einfach nicht. Und dementsprechend müssen wir, die wir jetzt schon in der Uniform stecken, diese ganze Scheiße, die da am Kochen ist, deckeln. Und müssen Überstunden schieben bis zum Gehtnichtmehr. Wir werden von einem Einsatz in den nächsten gejagt. Der Krankenstand ist so hoch wie nie. Es gehen Polizisten auf der Straße drauf. Die werden angegriffen, die werden verletzt, die werden getötet. Aber deshalb ja auch jetzt die Organspende. Könnt ihr doch jetzt froh sein. Wann ist das jetzt gerade witzig? Ja, versucht schon. Du nicht wahrscheinlich jetzt, weil du getroffen bist vielleicht. Aber das ist doch jetzt... Ich meine, bist du gerne Organspende? Können wir gerne machen. Treffen wir uns, dann machen wir bitte eine Organspende. Willst du denn von einem AfD will er überhaupt ein Organ haben? Na klar, ich bin ja selber einer. Also was soll's. Ach so, ja. Aber ich will ja auch zum Islam konvertieren. Das habe ich noch nicht erzählt. Ich plane ja, mir vier Frauen zuzulegen. Also da sei vorsichtig. Das wird teuer. Nee, nee. Das lasse ich alles vom Staat bezahlen. Ah. Na, ich brauche doch dann fünf Wohnungen für meine vier Frauen jeweils eine Wohnung. Und ich brauche ja auch noch eine Wohnung, wo ich mich mal ein bisschen von dem Stress zurückziehen kann. Das lasse ich alles vom Staat bezahlen. Ach so, du brauchst vier Frauen, damit du dich von dem Stress zurückziehen kannst. Du hast schon lange keine Frau mehr an deiner Seite, oder? Ich brauche eine fünfte Wohnung, habe ich gesagt, damit ich mich auch mal als Mann mit meiner Männlichkeit zurückziehen kann. Ach so. Verstehst du? Ach so. Und, äh, aber natürlich soll jede Frau mit ihren Kindern ihre eigene Wohnung haben und wer soll es bezahlen? Papa, Staat. So, wie du sagst, das ist doch jetzt üblich normalerweise. Und ich meine, man muss auch mal die Vorteile des Islam erkennen. Das mit den vier Frauen ist eine gute Geschichte. Du weißt, dass du später 72 Jungfrauen hast. Na, toi, toi, toi. Das ist richtig. Und die kümmere ich mich dann später noch, ausgiebig. Hallo, ich wollte mal, sehr lieben, wolltest du jetzt denn was sagen? Ja. Und zwar ist es so, ich bin ja Holzfäller von Beruf und bin jetzt 61 Jahre alt und fühle mich eigentlich vom Staat ziemlich beschissen. und bin ohne gerade sehr schwächlich und dann habe ich mal mich so verarscht gefühlt und dann habe ich selber, weil ich weiß, wenn ich jetzt ausraste, ich bin kein Lieber, ne? Und da habe ich die Polizei angerufen und habe gesagt, könnt ihr nicht mehr zu mir kommen, weil ich bin kurz vorm Ausflippen, weil ich mit diesem ganzen System nicht mehr zu vorgekommen bin, ne? Und da wollte ich jetzt mal ein Lob für die Polizei aussprechen. Da kamen sie riesen Apparate hier zu mir, ne? Obwohl ich selber nicht ganz vertreten bin, aber, und ich muss immer sagen, und die waren so lieb und anständig mit mir. Die haben, also, ich weiß nicht, wie ich mich jetzt hier ausdrücken soll, ne? Aber, aber, die waren so lieb und haben gesagt, wir verstehen dich hier. Und da habe ich mich von denen freiwillig irgendwie für zwei Tage in die Psychiatrie abführen lassen, weil ich, äh, nicht mehr gewusst habe, was ich hier machen soll in dem Staat, ne? Und jetzt weiß ich es wieder. Ich wollte euch mal ein Lob aussprechen. Ja, ich sage immer, wie es in den Wald reinruft, so schallt es auch wieder raus. Und wenn ein Mensch vernünftig mit uns redet, warum sollen wir den dann angehen oder irgendwas anderes? Na, wir sind auch bloß Menschen und wir können das alles irgendwo nachvollziehen und glaub mal, uns geht es genauso. Wir sind teilweise auch am Ende, wir haben auch die Schnauze voll. Aber, ähm, es ist, ja, es tut mir natürlich leid. Ich wollte ja nur meine Rente durchsetzen, ne? Meine Rente, die jetzt an andere verteilt wird, die wird jetzt hier an diesen Leibwächter von Bin Laden verteilt oder irgendwie. Obwohl ich meine Rente, die ich mir ja nach 40 Jahren sicher verdient habe, immer noch nicht gewährleistet wird, ne? Also, Uwe, du bist kein Mensch, der auch gerne mal gibt? Ich hätte vieles, aber irgendwann, wenn ich nichts mehr zu fressen habe, da hat es ja auch oft nichts. Okay. Ich wollte trotzdem noch mal kurz auf das Thema Organspende zurückkommen, weil Diana schon da ganz dringend braucht. Schon mal haben wir gesagt, dass ich möchte was dazu was sagen. Deshalb, Diana, erzähl mal, was brennt dir da auf der... Bist du für diese neue Regelung der Organspende oder dagegen? Also, ich habe mich ja vorhin schon versucht, da einzuklinken, kam ja nicht da bei dir rein. Ich selber bin der Meinung, dass das rein ums Geld geht. Wenn ein Mensch der Meinung ist, es wird gefordert, dass bei Gehirntod das Organ automatisch gespendet werden muss, geht es hier ums Geld. Wenn ich sehe, dass auf dem Schwarzmarkt alleine eine Niere 40.000 Euro bringt, das Herz bis zu 100.000 Euro bringt, dann wissen wir, worum es geht. Ja, aber hier in Deutschland gibt es doch keinen Schwarzmarkt. Nein, das wird legalisiert. In dem Moment, es sind eine unglaubliche Menge an Menschen, die der Hoffnung sind, ein Spenderorgan zu bekommen. Aber es wird doch nicht legalisiert. Wer sagt denn das? Es wird ja automatisch legalisiert. Wer sagt denn das? Wenn durchkommt, dass jeder Organspender automatisch ist, dann wird das ja Pflicht. Das heißt, in dem Moment, wo ich als Gehirntod anerkannt werde, muss ich meine Organe spenden. Nein, die werden dann nur in Organe entnommen, wenn Bedarf ist und wenn es auch einen passenden Empfänger dafür gibt. Ja, das gibt es immer. Wenn es bei den vielen Toten, die es ständig gibt, heißt es ja, nur die wenigsten werden dann Organspender sein. Ja, das ist Blödsinn. Es gibt weltweit genug Menschen, die in dem Moment die Organe brauchen. Das, was ihr vorhin gesagt habt. Aber davon gehst du ja jetzt aus, dass dann die Organe der deutschen Bürger weltweit verschickt werden. Aber das hat ja mit der jetzigen Lösung, die jetzt vorgeschlagen ist, nichts zu tun. Und da wird auch gar nicht drüber geredet, dass es so ist. Das ist jetzt eine Vermutung von dir. Das wird aber kommen. Ja, eine reine Vermutung aber nur. Hirne werden grundsätzlich nicht weitergegeben. Wo ich vorhin das gehört habe, musste ich sehr, sehr drüber lachen. Aber das wäre doch deswegen vorteilhaft. Ja, klar. Also Hirne können noch nicht transportiert werden. So weit sind wir dann doch noch nicht. Aber Leber, Niere, Arme, Beine, Herz und andere Organe, die nicht von Schweinen kommen. Die Herzklappen sind definitiv von Schweinen. Werden definitiv verkauft. Und das dann auf legalem Wege. Wenn das durchkommt, dann ist es legal. Ja, aber das kommt ja nicht durch. Weil das hat die Regierung oder der Herr Spahn ja nicht vorgeschlagen. Der hat ja was ganz anderes vorgeschlagen. Ihm ging es ja nur darum, dass man jetzt per Default, also per Standard Organspender ist, dass es einen finanziellen Organhandel gibt gegen Geld. Das ist ja gar nicht vorgeschlagen worden. Okay, nochmal. Wenn es legalisiert wird, dass jeder Mensch Organspender wird und ich in dem Moment vom Arzt ein Gehirntod bekomme, wird mein Organ weitergegeben? Nein, dann wird erst geschaut, braucht momentan jemand ein Organ, passt es, dann wird es dir vielleicht entnommen, sonst nicht. Und es wird schon gar nicht entnommen, um es zu verkaufen. Kann ich mal ganz kurz was sagen? Ja, eigentlich. Ich höre ja schon die ganze Zeit zu mit diesem Thema Organspenden und so weiter. Ich finde, es sollte jedem selber überlassen sein, ob er es machen möchte. Aber ich zum Beispiel, ich habe einen Organspendeausweis und ich habe den noch ausgefüllt und ich möchte das auch. Ja, und weil ich der Meinung bin, dass man vielleicht auch mal über seinen eigenen Tellerrand hinausschauen sollte. Und klar, die Angst ist groß, dass da mit Schindluder getrieben wird. Aber auf der anderen Seite sollte man vielleicht auch mal darüber nachdenken, wie viel man helfen kann. Und ich meine, wenn ich tot bin, bin ich tot. Dann will ich aber irgendwo auch noch ein bisschen nützlich sein. Vielleicht sollte man daran mal denken. Und vor allen Dingen, wie leicht kann einem selber, einem nahen Familienmitglied oder sonst irgendjemandem irgendwas passieren? Und wenn alle dann so denken, ja, bloß nicht, um Gottes Willen, ich lasse mich doch nicht ausräumen und keine Ahnung was. Und ja, es mag ja sein, dass es eine natürliche Auslese gibt, habe ich vorhin im Chat auch gelesen. Mag sein, aber trotz allem sollte man vielleicht nicht ganz so egoistisch sein. Nein, nein, ich bin Organspender. Nicht falsch verstehen, ich habe meinen Ausweis dabei. Okay, schauen wir mal zweit, das ist schon mal sehr gut. Und Angel, hast du keine Angst, dass deine Organe dann vielleicht nach China verkauft werden? Meine Organe werden jetzt bestimmt nicht nach China verkauft. Warum? Leute, ihr müsst euch einfach mal ein bisschen mehr damit mit diesem Thema auseinandersetzen. Und klar, es wurde in der letzten Zeit viel Schindluder mit, gerade auch mit Blut und so weiter, alles gebetrieben. Und es mag ja alles sein. Aber ich mag mir das überhaupt nicht vorstellen. Und Leute, wir leben immer noch in Deutschland. Ich sage es nochmal, wir leben immer noch in Deutschland. Und nein, glaube ich nicht. Tut mir leid. Will ich auch gar nicht. Und man darf ja auch nicht vergessen, jetzt hat der andere Auffahrer vorhin erzählt, und ich habe es ja auch schon irgendwo gehört, 10.000 Leute sind auf der Warteliste. Wenn die jetzt Organe bekommen, dann ist die Liste irgendwann leer. Da ist gar kein Markt da, um Organhandel zu betreiben, weil es gar nicht genügend Interessenten gibt. Es sind jetzt 10.000, die warten. Die warten deshalb, weil es zu wenig Spender gibt. Wenn es dann genügend Spender gibt, ist die Liste im Prinzip lotter leer. Also wo kein Markt ist, ist auch kein Gewinn und keine Kohle zu machen, Diana. Ja, aber ich beschäftige mich seit 20 Jahren mit dem Thema. Es sei denn, du bist ein Satanist und möchtest gerne mal eine menschliche Leber so zu deinem Spaghetti dazu kochen, ja. Und dann sagst du, ich mache 1.000 Euro original Menschenleber oder sowas, ja. Aber diesen Markt gibt es doch einfach nicht. Ja, aber doch. Moment, Moment, Moment. Man soll nicht sagen, dass es den Markt nicht gibt. Es gibt vielleicht in Deutschland diesen Markt nicht. Aber man darf nicht unterschätzen, dass der Schwarzmarkt für Organe, gerade was in Amerika und so weiter, die ganzen Leute, die wirklich Kohle auf der Tasche haben, die können sich auch aus der dritten Welt irgendwo in Organen oder so, das sollte man nicht kleinreden. Die Sache ist schon da. Und wo Geld ist, sind auch immer Schweine, die es ausgeben, sag ich jetzt mal. Auf gut Deutsch. Oder die es ausgeben und die es annehmen wollen. Und dass die über Menschenleben gehen, ich meine, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber hier in Deutschland ist es geregelt. Und ich hätte es nicht unterschrieben, wenn ich an diesen Stoff glauben würde. Ganz einfach. Ja. Und nennt mich naiv, nennt mich, keine Ahnung, blauäugig bin ich sowieso. Bin ja eine Arierin. Aber ich will so einen Schwachsinn nicht glauben. Ich will einfach glauben, dass wenn mir irgendwas passiert und ich nicht mehr gerettet werden kann, dass ich anderen Leuten noch helfen kann. Punkt. Aus. Ende. Das ist ja schon mal eine gute Einstellung. Und Diana, ist das bei dir auch der Grund, weshalb du einen Organspendeausweis ausgefüllt hast? Also ich habe einen Organspendeausweis ausgefüllt. Ich möchte natürlich helfen. Ist gar keine Frage. Wenn irgendwo ein Mensch diese Organe braucht, bin ich gerne bereit, dazu helfen. Auch wenn es ein Linker ist? Natürlich. Auch? Das ist mir in dem Moment völlig egal. Weil wenn diese Menschen, diese Menschen hängen am Leben. Ja. Ich habe vorhin die ganzen Sprüche gehört. Ich fand die sehr grenzwertig, weil ich sage, okay, AfD-Wähler, Linke, Antifa. Wenn ein Mensch so krank ist, dass er ein Organ braucht, dann denkt er nicht mehr darüber nach, ob es irgendein Moslem ist, ob es ein Antifa ist, ob es ein AfDler ist. Er möchte leben. Dafür gebe ich gerne meine Organe. Wenn jetzt das Ganze, ich, wie gesagt, ich beschäftige mich gerade mit diesem Thema, auch wenn ich nur Busfahrerin bin. Was Anatomie betrifft, ist mein Hobby. Das heißt, alles, was mit Serienmord zu tun hat, was mit Organhandel zu tun hat, alles, was mit Anatomie zu tun hat, ist mein, in Anführungsstrichen, Hobby. Und es ist leider traurig, aber wahr, das, was Angie auch schon sagte, auf dem Schwarzmarkt werden diese Organe unglaublich hoch gehandelt. Asien, Indien und Afrika sind Märkte, die unheimlich hohes Geld bezahlen, um Organe zu bekommen. Das kann ja sein, aber die versorgen sich ja dort selber aus ihrem menschlichen Bestand. Nee, das tun sie gerade nicht. Meinst du, die wollen dann alle arische Organe aus Deutschland unbedingt haben, weil die so viel besser sind? Es wird nicht gesagt, woher es kommt. Es wird einfach nur gesagt, da ist ein Herz, was jetzt zu dieser Person passt. Zahl 100.000 Euro und du bekommst es. Obwohl manche Moslems nicht leben wollen. Die tun sich ja freiwillig. Also ich bin jetzt kein Transplantationsarzt, aber von dem Hörer, der eine Lungentransplantation bekommen hat, der hat mir erzählt, dass das Organ eben in Österreich, aus Österreich kam und dann direkt mit Flugzeugkurier zu seiner Klinik geflogen worden ist, die irgendwo in Norddeutschland war. Und das heißt, das Organ wurde entnommen und musste dann sofort per Privatflugzeug dorthin geflogen werden. Richtig. So, dann erklären wir mal, wie soll das dann funktionieren? Ein Organ, das schnell transportiert werden soll, dann bis nach Indien zu fliegen. Das schaffst du in 24 Stunden locker. Ja, aber offensichtlich ist 24 Stunden, wenn ich es so richtig verstanden habe, zu kurz, zu lang die Zeit. Nein, nach Indien, was dauert da ein Flug sechs Stunden? Ja, wenn du mit einer Linienmaschine fliegst, mit einer Boeing oder irgendwas in der Richtung. Ja. Aber da wirst du ja kaum eine einzelne Boeing chartern, um dort runter zu fliegen. Wenn die schon aus Österreich ein Privatflugzeug nehmen, um das nach Norddeutschland fliegen zu lassen und nicht dort einfach eine Linienmaschine reinlegen. Alex, du glaubst gar nicht, was die Menschen zahlen, wenn es um ein Menschenleben geht. Ja, aber das ist jetzt, das hat doch jetzt mit unserer deutschen Organspende-Geschichte nichts zu tun. Du glaubst doch nicht, dass jetzt hier deutsche Organe nach Indien verkauft werden. Und du behauptest auch noch für viele, viel Geld. Ja. Oder es kommt drauf an, um wen es geht. Ja, glaube ich. Es kommt drauf an, um wen es geht. Wenn es so ein armer Kerl ist, dann werden sie es nicht machen. Also wenn es ein Obdachloser ist, der hier stirbt und jemand zahlt dafür jetzt insgesamt 200.000 Euro. Du glaubst doch nicht, dass die Politik sich das entgehen lässt. Natürlich glaube ich es nicht, weil das ist ja gar nicht beschlossen oder soll gar nicht beschlossen werden. Es hat doch niemand aus der Politik gesagt, dass wir die Organe weltweit gegen Geld, eure Organe, liebe Bürger, wollen wir weltweit gegen Geld verschachern. Hat doch keiner gesagt. Darf ich mich ganz kurz ausklinken, Alex? Ist mir jetzt alles zu viel, die Diskussion. Ich sag's nochmal, wer es freiwillig macht, soll es machen. Wer es sich mit seinem Gewissen nicht vereinbaren kann, wenn ich ausgeweitet werden möchte, soll es nicht machen. Aber man soll immer dran denken, man könnte auch derjenige sein, der es braucht. So, ich wünsche euch einen schönen Abend. Alles klar. Danke. Tschüss. Ciao, ciao. Alex, jetzt sei mal ganz ehrlich. Wenn gesagt wird, wir verkaufen eure Organe, wenn es nötig ist, spendet ihr noch freiwillig irgendwer seine Organe? Sonst wird nicht. Erstens das und zweitens wurde das ja auch gar nicht gesagt, wir verkaufen eure Organe, wenn es nötig ist. Weil niemand so etwas sagt. Genau. Weil dann auch, das würde ja gar nicht, würde gar keiner machen wollen, logischerweise. Ungerechtigene Wahrheiten will keiner hören. Auch wenn es so eine Wahrheit ist. Ja. Und es ist ja auch so, bei uns... Muss man unbedingt die Organe da hinbringen? Kann es nicht genauso sein, dass es einen gibt, dem, wo es schlecht geht? Und der kriegt dann mal eben schnell einen deutschen Pass und dann ist er hier rüben und wartet dann auf sein Herz? Na gut, das geht ja jetzt auch ohne deutschen Pass, weil in dem Fall, wo ich jetzt beschrieben habe, kam ja die Spende aus Österreich. Ja. Aber selbst dann ist es ja so, ist ja nicht so, dass dann die deutsche Krankenkasse eine österreichische Krankenkasse oder Familie oder was weiß ich, was Geld bezahlt, sondern das Organ ist gespendet. Spenden heißt ohne Geld, ja, das Einzige, was entsteht, sind die Kosten für die Entnahme, für die Transplantation und für den Transport. Da fließt ja gar kein Geld. Das nicht, aber das Geld, das kostet, irgendjemand muss es bezahlen. Und wenn es jetzt jemanden gibt, der irgendwo im Sterben liegt bei uns, dann sind sie ja froh, wenn sie mit dem noch Geld machen können. Und wenn sich dann einer findet aus Indien, so von wegen, ja, den kann man jetzt einfliegen und dann nehmen wir dem anderen das Herz raus. Ja, wer sagt denn, wir können Geld, wer macht denn Geld damit? Das Krankenhaus meinst du? Die Krankenhaus kann Geld damit machen, ja. Genau, das kann Geld damit machen und die Krankenversicherung, also du selber dann, musst es letztendlich bezahlen. Die hat jetzt vielleicht kein Interesse daran, die Krankenkasse, dass viel transplantiert wird. Aber man darf auch nicht vergessen, dass bei den Krankenhäusern die finanzielle Situation ja auch so ist, dass sich manche Operationen nicht rentieren und manche rentieren sich. Und das ist also eine Art Mischkalkulation momentan ist und ja etliche Krankenhäuser auch finanziell kurz vorm Ende stehen. Also, verstehe ich auch nicht genau, warum soll sich das für das Krankenhaus finanziell nicht rentieren dürfen? Die machen dafür ja dann auch andere Dinge, wo sie finanziell vielleicht draufzahlen, weil sie von der Krankenkasse weniger Geld bekommen. Ja, aber sie müssen ja auch weiter behandelt werden, diese Leute. Genau, aber das zahlt doch alles die Krankenkasse. Ja, natürlich. Die Krankenkasse zahlt nicht an den Staat, sondern die zahlt an das Krankenhaus. Und du zahlst mit deiner Abgabe an die Krankenkasse. Alex, ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Ja? Ich soll an der Leber untersucht werden. Ich habe hier bei mir im Ort nachgefragt bei unserem Klinikum. Kann ich bitte diese Untersuchung bei Ihnen machen? Da wurde gefragt, sind Sie Kassen- oder Privatpatient? Ich sage, ich bin Kassenpatient. Nein, wir nehmen nur noch Privatpatienten. In einem öffentlichen Klinikum. Ja. So, das heißt, diese ganzen Krankenhäuser sind nur noch scharf auf Kohle. Ja, warum? Weil die gesetzliche Krankenversicherung nicht die Kosten übernimmt. Oder nur ein Teil übernimmt. Mein Orthopäder hat auch gesagt, die letzten zwei Wochen im Quartal arbeitet er für umsonst. Genau. Das liegt aber nicht am Krankenhaus. Das ist ein Unternehmen, ja, die brauchen teure Geräte, teures Personal und so weiter und so fort. Die müssen an ihre Wirtschaftlichkeit denken. Schuld sind die gesetzlichen Krankenversicherungen. Und die sind letztendlich, und schuld sind aber letztendlich die, die in der gesetzlichen Krankenversicherung sind, weil die nicht bereit sind, mehr zu zahlen. Wenn jeder, der in der gesetzlichen Krankenkasse einfach ab sofort 20 Prozent mehr zahlen würde, hätte die gesetzliche Krankenversicherung mehr Geld und könnte auch mehr Geld an die Krankenhäuser zahlen. Die sind doch schon im Plus ohne Ende. Wenn jetzt auch noch irgendwo durchkommt, dass die Organspenden Pflicht werden, dann kannst du mir nicht erzählen, dass in irgendeiner Form diese ganzen Krankenkassen, dass die Organe nicht verkaufen, um an Geld zu kommen. Ja, die Krankenkassen können die Organe gar nicht verkaufen, weil sie ihnen ja gar nicht gehören. Das sind ja nur Krankenkassen. Du überträgst doch nicht dein Organ an, wenn du sagst, ich will jetzt spenden. Das musst du doch nicht unterschreiben. Ich übertrage das Eigentum an meinen Organ an meine Technikerkrankenkasse. Das machst du doch nicht. Was sagt die anderen dazu? Das Organ ist deins und es kommt doch dann keiner von der Krankenkasse ins Krankenhaus, um deine Organe abzuholen, um sie dann dort einzulagern. Ich schätze mal davon aus, dass es Pflicht wird. Wenn ich diagnostiziert werde, dass ich tot bin, wird automatisch meine Organe entnommen. Genau. Aber damit hat die Krankenkasse ja nichts zu tun. Also werden sie verkauft. Wohin denn? Okay, wir drehen uns jetzt den Kreis. Wir werden nicht verkauft. In Deutschland werden die Organe, sind momentan spenden. Das heißt, die werden kostenlos weitergegeben. Nur der Transport und die Entnahme muss die Krankenkasse desjenigen, der die Spende bekommt, bezahlen. Und das bezahlt die Krankenkasse. An dieser Situation wird sich nichts ändern. Das hat auch die Regierung überhaupt nicht beschlossen, dass sich das ändert. Das sicher nicht. Aber an einem, nehmen wir einfach Herz-Transplantationen. Es ist doch wahrscheinlich, also ich kenne diese Preise nicht, aber vermutlich eines der lukrativsten Sachen, die sich ein Krankenhaus einhandeln kann oder nicht. Eine Transplantation, ja ganz klar, weil es eine schwierige Operation ist und die auch letztendlich eine gewisse Nachbetreuung ist. Es wird vielleicht sogar noch teurere Operationen geben. Ich weiß es nicht. Vielleicht sind auch Krebspatienten, die behandelt werden, sogar noch kostenintensiver. Aber das ist letztendlich dem Krankenhaus egal. Ob das jetzt 200.000 Euro kostet oder 200.000 Euro entscheidend ist, was zahlt die Krankenkasse? Genau. Das Krankenhaus stellt im Prinzip nur die Rechnung. Der Arzt hat so viele Stunden abgeleistet bei dieser Dienstleistung, bei dem und dem Patienten. Und dass die privaten, dass die Privatversicherten besser bezahlt werden, liegt nur daran, weil die privaten Krankenkassen mehr Geld bezahlen. Und die können deshalb mehr Geld bezahlen, weil sie mit dem Geld besser umgehen als die gesetzlichen. Ich bin privat krankenversichert, ja, und ich habe vor zwei, drei Jahren irgendwie mitbekommen, dass von dem, was ich jeden Monat in die private Krankenversicherung einbezahle, sogar ein Teil in die gesetzliche rübergeführt wird. Da bin ich ja vom Glauben abgefallen. Ich zahle meine private Versicherung ein und bezahle gleichzeitig noch einen kleinen Teil, ich weiß nicht, wie viel das waren, ein paar Prozent, fünf, sechs Prozent, weiß nicht, müsste ich nochmal kundig machen, zahle ein paar Prozent sogar in die gesetzliche Krankenversicherung ein. Das ist gesetzlich so vorgeschrieben, wird aber natürlich nicht groß an die Glocke gehängt. Für die ich bezahle, aber nie eine Leistung bekomme, musst du dir mal vorstellen. Du bist selbstständig, ne? Ja. Und deshalb, das finde ich total irre. Und das ist einfach so, dass das gesetzliche Krankensystem marode ist. Also noch nicht so marode wie die Rentenversicherung, ja. Aber letztendlich ist es doch nur, die Krankenversicherungen sind hinterher zu sparen, zu sparen, zu sparen. Die schreiben den Ärzten vor, diese Operation darf maximal so und so viel kosten. Und deshalb weiß das Krankenhaus, ich kriege für die Operation nur 80.000 Euro, obwohl ich vielleicht 100.000 Euro Kosten habe. Alex, was mir Angst macht, ist einfach, wenn das Pflicht wird, dass jeder Organspender werden muss. Muss. Musst du ja nicht. Du kannst ja widersprechen. Ja, wir gehen jetzt mal davon aus, viele wissen es nicht, sie werden automatisch in die Pflicht genommen. Du bist gehirntot, dir werden die Organe entnommen, dass damit Schindluder getrieben wird. Ich kann ja nicht mehr nachweisen, wo meine Organe hingehen. Und bei 80 Millionen Menschen hier alleine nur in Deutschland ist das eine ganze Menge. Und du kannst mir nicht erzählen, dass diese Krankenhäuser meine Organe in dem Moment nicht verkaufen. Das läuft ja auch anders ab. Wenn jemand stirbt, dann wird geschaut, und er als Organspender wird geschaut, ist gerade Bedarf da. Und das heißt ja nicht, die rufen Indien an und fragen, danach braucht ihr auch vielleicht noch 15 Herzen. Nein, so ist es ja nicht. Und es wird natürlich genau buchgeführt, wo welches Organ entnommen worden ist und wo es hin verspendet worden ist. Ja, ich traue dem Ratten nicht. Ja, aber so ist es halt jetzt heute. Und so wird es auch zukünftig genauso sein. Jedenfalls hat nie jemand irgendwas aus der Politik gesagt, dass es anders ist. Ich muss ja dazu sagen, ich bin ja auch skeptisch, was die Organspende betrifft. Mir hat diese Geschichte überhaupt nicht gefallen eigentlich, die der Spahn da macht. Bin aber jetzt aber auch überrascht, dass ich jetzt hier den Verfechter spielen muss in der Radiosendung. Ich bin ja davon ausgegangen, es rufen heute viele an, die für diese Regelung sind. Und ich mache den Gegenpart, aber jetzt muss ich tatsächlich den Part übernehmen. Musst du nicht? Doch, muss ich doch. Nein, ich helfe dir jetzt. Pass auf. Ich sage dir jetzt mal was. Ich war ja, ich habe ja vor drei Jahren einen schweren Motorradunfall gehabt. Und ich habe mir drei Nackenbürgel gebrochen. Und ich sage, drei Nacken, das passt immer alles zusammen. Drei Nackenbürgel und ich war drei Monate im Koma. Ja. Ich wäre gerne gestorben. Also, die wollten bei mir schon die Geräte abschalten, weil mit mir nichts mehr zu machen war. Und warum haben sie es nicht getan? Ja, weil ich mich wieder aufgerabelt habe. Und da ging es darum, ich musste ja dann wieder neu sprechen lernen, alles neu lernen. Und mich hat aber keiner, ich hätte gerne meine Organe gespendet. Also, das heißt, du hättest gerne gestorben, du hättest gerne eine Organe gespendet. Die Ärzte haben aber gesagt, nein, den Uwe geben wir noch nicht auf. Das war ja das, was auch vorhin als... Nee, 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 das sind ja dann die Verwandten. Die müssen ja dann entscheiden, die Ärzte dürfen das gerne entscheiden. Ja gut, aber die Verwandten haben das zusammen mit der Beratung der Ärzte entschieden, haben es nicht getan. Jetzt bist du heute noch da, jetzt musst du doch eigentlich über die Sache glücklich sein, oder? Ja, aber ich wäre aber gerne bereit gewesen, alles, was bei mir noch zu gebrauchen ist, das hätte ich gerne gegeben, um jemand anders zu helfen. Warum nicht? Warum eigentlich nicht? Ja, okay, verstehe ich soweit. Aber weil wir ja vorhin diesen Fall hatten... Deswegen stehst du doch nicht ganz alleine da. Weil wir ja vorhin diesen Fall hatten mit dem Gerichtsprozess, den ich aber jetzt nur nicht, den ich im Detail ja gar nicht kenne, aber wo jetzt diese Entscheidung gefällt, ist, dass die Ärzte richtig gehandelt haben und wo, glaube ich, der Sohn geklagt hat, dass der Vater jetzt quasi zu lange am Leben gehalten worden ist. Aber in deinem Fall jetzt war die Entscheidung von deinen Angehörigen und den Ärzten quasi richtig, alles weitere zu versuchen. Und du bist ja noch relativ helle im Kopf, weil erstens kannst du da reden, zweitens kannst du hier anrufen und drittens wählst du ja wahrscheinlich nicht die Grünen. Und damit ist ja alles okay. Nee, aber von der Sache her, weißt du, du kannst ja nur, wenn du selber nicht mehr kannst, warum sollst du nicht deine lebensfähigen Materialien, die noch in dir stecken, weitergeben? Warum nicht? Ja, genau. Warum nicht, wenn du jemandem anders helfen kannst? Aber weil sich der Mensch natürlich ungern damit beschäftigt, gibt es eben so wenig Leute, die einen Organspendeausweis ausfüllen. Ich auch nicht, ja? Habe ich, habe ich. Weil man kriegt die dann zugeschickt und denkt, oh Gott, Organspende, ich sterbe. Nee, ich habe das gemacht. Will ich mich damit nicht beschäftigen? Okay, du hast es jetzt gemacht, ich habe es doch schon nicht gemacht, ja? Und die Problematik ist eben da, ich möchte gar nicht wissen, wie viele Menschen, die auf dieser Warteliste versterben, weil sie nicht rechtzeitig ein Organ bekommen haben. Natürlich bin ich auch ganz klar gegen Organhandel, ja? Und das wird auch nicht passieren, weil wenn sowas kommen sollte, wie es Diana vermutet, dann wird dieses ganze Organspendesystem zusammenbrechen. Das ist Schweinerei. Und das wird man auch nicht verhindern können, weil Angehörige, die das dann mitbekommen, die werden an die Presse gehen, etc. Das lässt sich also auch gar nicht so vertuschen. Ja, aber du kannst doch, du kannst doch so lange wie du noch, oder selbst jetzt, wenn ich jetzt merke, mit mir jetzt aufs Neue, ich habe ja wieder aufs Neue angefangen zu leben, ne? Wenn ich jetzt merken würde, ich kann jungen Menschen helfen, warum soll ich denn von mir was geben, wenn es noch was wert ist? Das nehme ich jetzt, ne? Natürlich, ja. Das muss man schon. Wobei natürlich auch dieses Argument, was jetzt hier in der Sendung gekommen ist, dass die Menschen, wenn sie hirntot sind, eben doch noch Schmerzen verspüren und dann eventuell das Gesicht zu verziehen, etc. Das waren für mich jetzt schon schockierende Erkenntnisse, die ich so noch nicht kannte, habe mich damit aber jetzt nicht so intensiv beschäftigt. Also ich, ja, das hat bei mir jetzt schon ein bisschen Umdenken gebracht. Ja, obwohl ich sagte ehens, ich habe zweimal das weiße Licht gesehen, ne? Ich finde ja auch nicht gut, dass der Spahn jetzt einfach um die Ecke kommt und sagt, zack, das machen wir jetzt, ja? Und wir entscheiden das jetzt und danach können wir mal darüber diskutieren. Weil man hätte diese Diskussion vorher anstoßen müssen und sagen müssen... Das muss von jedem selber kommen. Aber ich würde zum Beispiel, ich war ja damals, wo ich bei der Armee war, ne? Und wo im Gefängnis war ich mal ganz früher, wo ich ganz jung und kalt war, da konnte ich die Zeugen Jehovas nie verstehen, dass die eben nur ihr Blutspäden oder irgendwas machen, ne? Ja, aha. Da habe ich immer gesagt, na, ich weiß nicht, wenn es weiter fortkommt, ob ihr es wirklich mal machen würdet. Das kann ich sagen. Bitte? Jana, was sagt? Dazu kann ich was sagen. Ja. Die Zeugen Jehovas sind der Meinung, mit ihrem Glauben, dass sie hundertprozentig ihren Körper behalten müssen. Das ist ein Fanatismus. Und wenn das das Kind betrifft? Ist egal. Das ist ja mein Körper. Das Kind ist ja mein Körper. Ja, ich meine das jetzt gar nicht böse. Ich bleibe jetzt mal neutral. Die Zeugen Jehovas sind der Meinung, ihr Körper muss hundertprozentig im Einklang sein, damit sie überhaupt später ins ewige Leben treten können. Das ist Fanatismus. Das hat wieder mit Glaubenssachen zu tun. Das ist wieder was völlig anderes. Das ist ja auch dasselbe. Ich habe sie auch bei mir mal reingelassen, habe auch mal nachgefragt. Die sind wirklich, wirklich richtig krank. Also, die sind der Meinung, alles, was ein Körper eines selben ist, gehört zu Gott. Und da darf nichts abgegeben werden. Obwohl sie ansonsten ganz lieb sind, ne, eigentlich. Ja, sind sie auch. Nur in der Infrage sind die komisch. Und, ja, also, wie gesagt, sie dürfen keine Organe spenden, sie dürfen kein Blut spenden. Der ganze Körper, den denen gehört, muss so zu Gott kommen, wie sie sind. Sie müssen ja auch innerhalb von 48 Stunden beerdigt werden. Ja, ja, also, das hat einfach rein mit diesem Glauben zu tun. Die Autopsie darf auch nicht durchgeführt werden bei denen. Also, das Thema Organspende ist auf alle Fälle noch nicht durch. Jetzt, muss ich sagen, bereue ich eigentlich, dass ich mir am Montag hart, aber fair, da war das ja auch Thema, nicht angeschaut habe. Vielleicht hole ich das jetzt sogar noch in der Mediathek nach, weil ich gedacht habe, darüber weiß ich schon alles, aber ich habe jetzt was gelernt. Und dann musst du ja denken, wenn du in der Kiste liegst, da denkst du, angenommen, man könnte es noch denken, da kannst du immer noch denken, ich habe noch jemand geholfen. Ja, genau, genau. So sehe ich das. Ja, das stimmt schon. Also, ich bedanke mich erstmal. Ich würde euch jetzt gerne verabschieden und nochmal eine neue Runde starten, ja. Und schön, dass ihr angerufen habt. Alles klar. Danke dafür, ne? Alles klar. Tschüss. 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 So, also, ihr könnt anrufen. Die Leitungen sind frei. 0651 4686. Drei mal die Drei. Hallo an alle Spaßvögel da draußen. Ich melde mich heute über Radio. Am Telefon werde ich wegen meiner Stimme ja nicht mehr ernst genommen. Mir reicht's. Wenn ich eine Pizza bestelle, bestätigt man meine Bestellung mit einem freudigen Jippe-Jay-Schweinebacke. Sogar mein Arzt macht einen auf Komiker. Beim kleinsten Schnupfen kommt der mir mit, Sie sterben, aber langsam. Ach, und wenn mich noch einmal jemand fragt, warum es keine 20% auf Tiernahrung gibt, dann ist hier aber mal Armageddon. Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. So, und jetzt schauen wir mal. Wir haben wieder genügend Anrufe an der Leitung. Auf Leitung 1. Wer ist da dran? Hallo. Hallihallo. Hier ist der Michael. Michael, ich grüße dich. Hallo. Aus München mal wieder. Aus München, der Michael. Jawohl. Dann habe ich auf Leitung 3. Wer ist denn da dran? Ja, hier ist der Hans-Jürgen. Hans-Jürgen. Ihr wisst natürlich immer nicht, wenn ich da gerade reinhole. Und dann habe ich auf Leitung 4 noch jemanden. Wer ist da dran? Andreas. Der Andreas. So, also wunderbar. So, also Andreas, Hans-Jürgen und der Michael aus München. Sehr, sehr schön. Welches Thema? Können wir anfangen mit Organspende. Ja. Liegt bei dir wahrscheinlich... ...und unheimlich viel Blödsinn gesprochen worden. Genau. Darf ich was Böses sagen, Hans-Jürgen? Ja? Nee, das... Nee, nee. Nee, kannst du. Krieg Ärger. Krieg Ärger. Krieg Ärger. Darf ich nicht sagen. Nee, nee. Also Hans-Jürgen, ich verstehe aber deinen Unmut. Ich verstehe schon, ja? Also erstmal zu sparen. Dieses Gesetz wurde diese Woche eingebracht und geht jetzt in die Ausschüsse. Und danach kommt es wieder ins Parlament. Das heißt, es ist noch lange nicht durch. Okay. Jetzt aber zu den Spenden selber. Alle Spenden von postmortalen Entnahmen gehen über Eurotransplant. Die wissen so viel ich weiß im Maastricht. Das heißt, alle, die eine Spende erwarten, diese Daten werden an Eurotransplant gesendet. Alle Spender in einem erreichbaren Raum. Und das ist nichts Indien, nichts Afrika, nichts Amerika. Weil der Zustand, dass man ein Organ transportieren kann, hält nur etliche Stunden. Dazu gehört aber die Zeit der Entnahme, der Transport und die Zeit des Einbaus. Einbaus. Genau. Ich glaube, das ist so bei zwölf Stunden. Das heißt, alles, was über eine gewisse Zeit hinausgeht, ist nicht möglich. Technisch nicht möglich. Da lag ich dann so weit, dann ja einigermaßen richtig. Und Eurotransplant organisiert das quasi wahrscheinlich für mehrere europäische Länder? Jawohl. Und zwar für viele Länder. Und jetzt kommt der Hammer. Deutschland und andere sind eine der wenigen Länder, die nur ein Zustimmungsverfahren haben. Alle anderen haben es umgekehrt. Das heißt, die Deutschen schmarotzen von anderen Ländern. Okay. Es kann sein. Es kann sein. Ich habe mir die Liste, das PDF runtergeladen. Das geht bis Zypern, Türkei. Es kann sein, du bekommst ein Herz und das Herz kommt aus Istanbul. Das wirst du nicht erfahren, dass das daherkommt. Mhm. Ja gut. Deswegen auch mit dem Kram des Verkaufens. Das ist Schwachsinn. Es gibt was anderes. Ich kann ja auch Leben spenden. Ich habe einen Bekannten, der braucht eine Nähe und meine Nähe passt. Das sagen die Ärzte dann. Ja. Dann kann es sein, dass ich so irgendwas von Bekannte zu Bekannte unter der Hand, 1000 Euro was entgegen was. Wenn da keiner von spricht, keiner nachfragt, das weiß keiner. Aber offiziell geht das nicht. Ist nicht möglich und so weiter. Man hat es ja in Essen, das war ja der Skandal vor ein paar Jahren. Kannst du dich erinnern? Mhm. Wo diese Listen, wo man mit Geld auf dieser Liste nach oben rutschte. Ja, kann ich mich auch erinnern, ja. Kann ich mich auch erinnern, ja. Und das war ein Riesen-Skandal und in dem Zusammenhang durften ein paar Chefärzte ihren Stuhl räumen. Ja, genau. Also sowas kommt dann immer wieder raus. Aber weißt du jetzt zufällig, Hans-Jürgen, noch, wie das genau ist? 10.000 wurde jetzt genannt, wären die Fälle in Deutschland. Nicht so genau, aber es ist so, dass wir, sagen wir mal, der Bedarf ist riesig und das Angebot sehr klein. Ja, genau. Und es ist so, dass wirklich, ich habe mal irgendwo eine Zahl gehört, dass alle Stunden, alle zwei Stunden einer in Deutschland stirbt, weil er kein Organ bekommen hat. Okay, das ist ja interessant. Was noch interessant war, das war auch für mich noch. Ich dachte immer, Organspender kann man sein bis zu einem gewissen Alter. Ab irgendwann ist man verbraucht. Und da mal von einem 60-Jährigen das Herz zu entnehmen, hat keinen Sinn mehr, weil das macht so so nach 10 Jahren schlapp. Und da hat man gesagt, nein, die Erfahrung sagt, das ist gar nicht so. Das kann man auch einem, ein älteres Herz kann man auch einem 20-Jährigen einsetzen, sofern das Herz in Ordnung ist, sobald alle Daten stimmen und so weiter. Und heute Abend in der ersten Runde, da hattest du ja einen Kandidaten, der hat gesagt, wenn die Uhr abgelaufen ist, dann ist sie eben abgelaufen. Dann sagen wir, Freund, hoffentlich kommst du nicht mal in der Lage, dass deine Uhr auf die Art und Weise abläuft. Vielleicht denkst du dann anders. Oder die Formel 1 Fahrer, was würden die sagen, wenn man dem Nicke Lauda vor ein paar Wochen keine neue Lunge eingesetzt hätte? Ja, ja, verstehe schon. Das ist ein heißes Thema, aber ist nicht unbedingt etwas für... Ja, und weil ich ja mit diesem einen Hörer mal gesprochen habe, der eine Lungentransplantation hinter sich hat, die transplantierte Lunge hält dann ja auch nur so 5, 6 Jahre. Ich kann nicht urteilen. Das hat er mir jedenfalls erzählt, ja, und entweder stirbt er dann oder kriegt nochmal eine weitere Lunge. Das heißt, deshalb ist vielleicht auch dieses Alter der Organe gar nicht zu entscheiden, weil die vielleicht, je nachdem, was es für ein Organ ist, eh nur eine begrenzte Zeit im fremden Körper dann gehalten werden können oder arbeiten. Aber sehr schön, dass du da alles dazu erzählt hast. Hans-Jürgen, bleib mal in der Leitung. Ich habe nicht noch einen anderen Anrufer. Der wartet schon, dass er das nicht auflegt. Wer ist noch dran? Hallo? Hallo, hier ist der Maik. Der Maik, hallo. Ja, also, bleib mal bei dem Thema. Hans-Jürgen, also ganz klar, du bist dann für Organspende und findest die Lösung... Also nicht, ja, aber durch eigene Faulheit habe ich noch keinen Ausweis. Aber das hängt einfach mit meinem, ja, Verschlafen, Verschwitzen zusammen. Vom Grundsatz her würde ich sagen, was sind das, ob mich die Würmer fressen irgendwann oder ob ich nach Irgendwo jemand diene. Wurden wir, was soll es. Okay, und du willst dann sozusagen für diese neue Lösung, dass Organspende erst mal... Wenn es vernünftig gemacht wird, ja, und die Widerspruchslösung soll ja sein, das halte ich für ein bisschen tricky, dass man gefragt werden soll, wenn man einen Ausweis beantragt oder verlängert oder Reisepass. Ob das sich durchführen lässt, technisch, ist eine Frage, das steht so im Raum. Naja, technisch lässt du das... Und ich glaube, die Rüden hatten Lösungen, die in etwa gleich sind, aber die Barrieren nur in Form, wie kann ich widersprechen. Ja gut, also die Lösung mit dem Ausweis ist eigentlich ganz vernünftig. Man will ja jetzt auch die Fingerabdrücke in den Ausweis übernehmen. Irgendwann noch die Sperma oder weiß der Geier was, alles, also alles, was da irgendwie rein kann. Und da natürlich abzufragen, dass derjenige Organspender ist, ist sicherlich vernünftig. Und über den Ausweis kann man dann ja auch zweifelsfrei feststellen, wer es ist und dann auch datenmäßig das abfragen. Ich habe noch ein Thema auf der Handel. Ja, ich würde aber jetzt gerne noch kurz bei dem Thema bleiben, weil ich habe noch die anderen in der Leitung. Deshalb wollte ich mal kurz den Michael fragen und die anderen. Ich fange mit Michael an. Michael, wie siehst du diese neue Organspende-Lösung? Also eigentlich ist mir das Thema ziemlich egal. Aber da es darum ging, dass es einen Markt oder nicht einen Markt gibt, wollte ich mal dazu was sagen. Ja, bitte. Es gibt sogar einen Europanmarkt. Und der hat angefangen mit der Flüchtlingskrise. Und ich muss mal wieder Italien ins Spiel bringen. Aber es gibt eine tolle Reportage, leider nur auf Italienisch, von einem seriösen Sender sogar. Da geht es darum, dass Flüchtlinge nach Italien ja gebracht worden sind oder immer noch werden. Und die sind erstens mal dafür gut, dass sie in Afrika von dem afrikanischen Arzt aufgeschnitten werden. Dann werden dort Drogen platziert und dann werden sie rübergefahren. Was passiert hier? Jetzt denkt man, die holen da nur die Drogen raus. Verkaufen die? Nein, diese Menschen werden natürlich getötet, die Organe werden entnommen und weiterverkauft. In Italien? Ja, richtig. Sogar nicht in Südnistien, sondern in Norditalien. Sie werden nach Norditalien gebracht. Weil die nigerianische Mafia ist mittlerweile in Norditalien fest etabliert. Und da passiert das Ganze. Das heißt, die entnehmen nicht nur die Drogen und verkaufen die, sondern auch die Organe. Und der Rest von den Menschen, der übrig bleibt, wird dann auf die Müllhalde gerufen. Oder wie einer das wörtlich in dieser Reportage gesagt hat. ins Feld geworfen. Das klingt für mich aber trotzdem etwas unglaubwürdig, weil das hätten auch die guten Qualitätsmedien aus Deutschland schon längst aufgegriffen. Ja, nehmen wir mal das Beispiel, das Abtreibungsgesetz. Da ist genau das Gleiche. Da wird auch in irgendwelchen Hinterhöfen abgetrieben. Einen illegalen Markt gibt es deswegen trotzdem. Die deutschen Medien nehmen das deswegen schon mal nicht auf, weil das ihrer Ideologie nicht entsprechen würde. Ich meine, es sind ja Flüchtlinge, es sind ja arme Menschen. Und die werden auch noch von den anderen armen Menschen, wie gesagt, nigerianische Mafia, werden sie von denen noch dazu ausgenutzt. Aber gerade dann würde ja ARD und ZDF dieses Thema aufnehmen. Eben deshalb nicht. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Das ist eben nicht. Ja doch, weil die sind doch die Guten und die wollen doch die armen Menschen beschützen. Ja, aber die sind ja alle arm. Da gibt es ja keinen, der schlecht ist. Jetzt verstanden. Naja, nicht so richtig. Die Frage ist aber... Also die armen Menschen, die armen Menschen kommen ja hierher. Diese armen Menschen haben jetzt ja hier, also in Italien, eine Mafia, also ihre Mafia aufgebaut. Diese armen Menschen nehmen jetzt anderen armen Menschen noch mehr weg. Und genau darum geht es ja. Die armen Menschen, die wollen es ja nicht schlecht darstellen. Gut, aber das heißt ja dann, wenn jetzt im Umkehrschluss durch die neue Regelung mehr Organe verfügbar sind, bricht dieser Markt zusammen, weil es genügend Organe gibt. Ich denke einfach, dass das an Leute geht, die viel Geld haben. Aber mein Drogen ist das Hauptgeschäft und die Organe das Nebengeschäft. Genau, also wenn es genügend Organe gibt, dann werden die ja ganz billig oder kosten gar nichts. Das wurde ja vorhin erst gesagt. Der Niki Lauder, der hat ja auch eine Spende oder angeblich Spende bekommen. Der kriegt die, seine Spenden kriegt er ja komischerweise immer sofort. Wie geht denn sowas? Die sind doch einmal verfügbar, der geht ins Krankenhaus, kriegt seine Spende sofort implantiert. Und ja gut, jetzt dauert es ein bisschen. Aber ich kenne ja jetzt einen sehr, sehr ähnlichen Fall. Ja, und bei dem war es so, bei dem hat man also festgestellt, dass er eine Lungentransplantation braucht. Also ähnlich wie beim Niki Lauder. Dann wurde er natürlich nach Hause geschickt. Der hat dann seine Maske bekommen und Luft und was weiß ich was, also braucht, dass er noch am Leben bleibt. Dann hieß es Alarm, sie müssen ins Krankenhaus innerhalb von wenigen Stunden. Dann war er im Krankenhaus. Dann hieß es, nein, Organ kommt doch nicht. Dann musst du wieder nach Hause. Hast du schon gedacht, okay, jetzt muss er nochmal drei Monate warten, hat er mir erzählt. Oder vier Monate. Eine Woche später kam nochmal der Anruf. Zack, jetzt kommt die nächste Lunge. Jetzt wieder ins Krankenhaus. Das ist ja, weil die können, seit es eben nicht auf Vorrat geht, wir müssen die quasi auf Abruf verlegen. Genau. Weil irgendwann kommt der Anruf, es ist da und dann muss es schnell gehen und dann ist es wieder kaputt. Und weil der eben jetzt in der Liste schon sehr weit oben war, kam dann auch dieser zweite Einsatz, kam dann relativ schnell. Und ich glaube, bei der ersten war es so, dass die Lunge dann wohl woanders hingegangen ist. Das weiß er natürlich, wusste er ja nicht, hat er mir nicht erzählt. Er wusste eben nur, dass die eine, die er jetzt bekommen hat, aus Österreich gekommen ist. Weil das hat er mitbekommen, weil die erzählt haben, dass es aus Österreich hergeflogen wird. Daher wusste er das. Und die erste Lunge, die transportiert worden war, war entweder nicht okay oder ging dann an einen, der noch dringender ist. So, und ganz kurz noch ein Satz. Und dass der aber warten musste, erst Monate und dann wurde es nochmal verzögert und nochmal eine Worte warten. Das spricht doch dafür, dass eben die Organe nicht in Italien von irgendwelchen Negern und Flüchtlingen oder sonst was auf Lager liegen. Dann können wir sie aus dem Lager einfach rausholen oder die Menschen dort in Kellern sitzen, festgehalten werden und dann werden sie frisch geschlachtet. Sondern er spricht ja eben genau dafür, dass die Organe nicht auf Lager und sofort verfügbar sind, sondern dass man eben warten muss, bis sich da ein glücklicher Zufall ergibt. Eine Lunge ist besonders gefährlich, sie muss nämlich unter Vakuum gelagert werden. Wenn man das nicht tut, fällt die in sich zusammen und ist mit einem Schlag wertlos. Die eiserne Lunge früher. Also wenn man eben einen um die Ecke bringt und sagt, oh, dem ist eine Lunge, der ist Lichtraucher, der gefällt mir und den baue ich bei meinem Vater ein. Das sind Ammenmärchen, tut mir leid. Ja, Maik, wie siehst denn du das mit der neuen Organspendenregelung? Also ich sehe ja jetzt auf alle Fälle heute schon mal an der Diskussion, dass das Thema noch lange nicht durch ist und tatsächlich die Gemüter mehr erhitzt, als ich gedacht habe. Maik, wie siehst du das? Verhältst du die neue Regelung für gut oder sagst du nein, lieber weiterhin die alte Regelung? Eigentlich lieber weiter die alte Regelung. Ich kann da eigentlich nicht viel dazu sagen. Ich wollte eigentlich über das andere Thema sprechen, die Seehofers Aussage. Allerdings habe ich mich von deinem Sarkasmus schon anstecken lassen. Kann man auch eigentlich Gehirne transportieren? Weil das würde den Arzifanten auch sehr helfen. Die sind ja eigentlich alle hirntot. Das geht nicht und es wird auch nie gehen. Ja. An der kann man transportieren. Unmöglich. Ich glaube auch, dass die Gehirne von Antifa-Leuten auf dem Schwarzmarkt überhaupt gar nicht großartige Preise erzielen. Oder gerade. Ja, gerade deswegen eben. Es würde Ihnen aber sehr helfen. Aber trotzdem müssen Sie dann auch das neue transplantierte Gehirn auch zu benutzen wissen. Ja, wenn die einst bekämen, meinst du? Also wenn die nicht erst spenden, sondern quasi eine Spende bekommen. Ja, das ist richtig. Wenn sie auch genau so mehr... Naja, also jedenfalls, du willst dich da aus dem Thema erstmal ein wenig raushalten. Das habe ich jetzt schon verstanden. Oder du willst lieber die alte Lösung? Ja, schon. Genau. Dann frage ich nochmal den Andreas, wie er das mit der Organspende sieht. Ja, ich denke auch. Die alte Regelung ist definitiv dazu zu bleiben. Weil ein Schweigen kann nicht Ja bedeuten. Dann könnten wir uns die Wahlen ja im Grunde genommen auch schenken. Also wenn sie sagen würden, wenn du nicht wählen gehst, dann wählst du einfach die CDU. Fertig. Das funktioniert nicht. Also durch Schweigen kann man nicht zustimmen. Und das Argument von Hans-Jürgen, dass wir Deutschen die Nutznießer sind, weil in anderen europäischen Ländern diese Lösung existiert? Dann hätten wir ja keine 10.000, die in der Warteschleife stehen. Wenn wir alles aus Europa rausgezogen hätten, was machbar wäre, dann hätten wir keine 10.000 Wartenden. Das ist natürlich ein Argument, Hans-Jürgen. Dann hätte man keine 10.000, sondern 11.000. Ja, aber wenn das 10.000 in Deutschland sind und alle oder viele europäische Staaten diese Zwangsorganentnahme da haben, dann müssten doch eigentlich genügend Organe da sein. Weil ja Diana hat davon argumentiert, da würde ja jedem das Organ entnommen. Es muss passen. Das Organ muss ja zu den Menschen passen. Und das ist mehr als ein Blutgruppenabgleich. Aber aus 400 Millionen Menschen, sollen für 10.000 nicht irgendwann mal was dabei sein in absehbarer Zeit? Nein, ich kann das nicht umbringen. Wie lange hat Niki Lauda denn jetzt gewartet auf seine Lunge? Hat er wahrscheinlich ein irrsinniges Glück gehabt, oder? Weil er ein dickes Portemonnaie hat? Ja, aber das weißt du ja gar nicht, wie lange er gewartet hat. Nein, nein, das war ja meine Frage. Das war ja meine Frage. Aber er ging zum Arzt, weil er schlecht atmen konnte, weil er gedacht hat, was ist los, ich kriege keine Luft mehr etc. Und dann haben die halt festgestellt, was er da genau hat. Wie es jetzt genau heißt, weiß ich jetzt nicht genau. Und dann musste der auch mehrere Monate warten. Niki Lauda hatte nicht seine erste Transplantation. Er hatte es schon mehrere Male. Genau. Und der Punkt ist, wann dann entschieden wird, wann du die erste Transplantation bekommst oder die nächste. Das ist, da weißt du ja gar nicht, wann. Also bei Niki Lauda, wenn es jetzt schon mehrere Transplantationen waren, ist es sowieso wieder ein ganz anderer Sonderfall. Weil dann ist der ja, wenn seine alte Lunge hinüber geht, hat er ja hohe Priorität. Aber Fakt ist, das weiß man ja gar nicht. Wie lange der schon vorher die Diagnose da ist und wie lange der warten musste. Das erfährst du ja jetzt. Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, müsste schauen. Aber ich glaube, der hatte vor ein paar Jahren, vor einigen Jahren, das war glaube ich nicht die Lunge, sondern das war sogar eine Herztransplantation. Also er hat verschiedene Sachen schon gehört. Er war ja schon jetzt mit der Lungentransplantation ja aus dem Krankenhaus raus und dann musste er wieder rein mit der Lungenentzündung. Und da hatte man Angst, oh weh, oh weh, oh weh. Wenn er jetzt auf die Schnelle eine neue Lunge bräuchte, könnte es sein, dass wir die jetzt nicht mehr bekommen. Dann hätte es ernst werden können, aber man hat wohl anscheinend diese Lungenentzündung in den Griff bekommen. Mehr habe ich seit ungefähr zwei Wochen nicht gehört. Ich schätze, er ist noch im Krankenhaus. Also er ist ein sehr schwieriges Thema und auch wenn man diese Mehrsprungslösung hat, das heißt noch lange nicht, wenn einer stirbt, dass man sofort alle Daten irgendwo hinschickt und sagt, ich habe da was. Ich habe ein paar Augen, ich habe ein paar Dinge, die können uns gebrauchen. Ja, nein, schwarz-weiß. So geht das nicht. Ja, ja, das geht alles natürlich schnell, weil ja auch letztendlich der Patient erstmal auf diese Operation vorbereitet werden muss. Man muss klären, kommt er damit zurecht und man muss den ganzen Körper durchchecken. Ist ja nicht so, dass du sagst, da gehe ich heute hin. Die stellen fest, wir brauchen eine Transplantation und da lassen wir mal in Italien einen von den im Keller sitzenden Schlachten, um eine Lunge zu bekommen und dann morgen wird er operiert. So ist es ja nicht. Nein, das wird auch so nicht. Das fiel auch das Thema Sonderflugzeug oder Linienflugzeug. Ein normales Sonderflugzeug fliegt kaum schneller als Linie. Es sei, du nimmst einen Überschall jetzt. Ja gut, es gibt ja Propellermaschinen, die fliegen, so eine Cessna fliegt so um die 350, 380, glaube ich, 250 bis 300. Ja, die Maschine 850. Genau, 850, so eine Düsenmaschine und normales Passagierflugzeug auch nicht. Sondern der Punkt ist einfach der, dass es dafür entsprechende Organspendeflugzeuge gibt, die dann auch teilweise vor Ort einfach sind oder hinbeortet werden. Die fliegen halt wie ein Taxi, die kommen, zack, rein. Ja, das ist schon klar. Während du natürlich bei einem Linienflugzeug unumständlich schon mal eine halbe Stunde oder zwei Stunden verlierst, bis das überhaupt mal da ist. Das geht mit dem Hubschrauber zu dem entsprechenden Flughafen. Ja, genau, so ist es. Wir halten auch schon mal ein Flugzeug am Starkflughafen fest, bis eben die Lieferung an Bord ist. Genau, es kann durchaus sein, dass ein Organ auch in einer Linienmaschine transportiert wird, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Wenn der Zeitpunkt gerade passt. Eben. Aber in dem Fall, den ich jetzt also kenne, sozusagen, war es eben so, dass es nicht gepasst hat. Ja, da haben sie Pech gehabt, weil dann kommen zusätzliche Kosten auf die Krankenkasse zu. So ein Einzeltransporter kostet ein paar Euro 50. Genau, aber ist, glaube ich, in der Gesamtsumme nicht relevant. Nein, nein, nein. Ich möchte nicht wissen, was solch eine Entnahme von den Arbeitskosten, sagen wir mal, und ein Einbau kostet, sagen wir mal, eine Lunge, ein Herz, eine Leber. Nee, ist vielleicht billiger, was einfacher geht, keine Ahnung, ich bin kein Mediziner, aber wenn da 20 Mann 5, 6, 7 Stunden rumwerkeln, das ist nicht billig. Genau, das ist nicht billig. Und man darf nicht vergessen, du brauchst noch die Unterbringung, du brauchst den OP-Saal und so weiter und so fort. Die Materialschlacht, ich war vor kurzem selber, bin ich operiert worden und habe gesehen, was da eine Materialschlacht ist. Die haben allein Scheren, um Verbände aufzuschneiden, das sind Einwegscheren, die werden aus der Hülle genommen, einmal benutzt und weggeworfen. Ich dachte, mit drin fährt, aber das dürfen wir nicht anders, das Ding ist kontaminiert, weg. So wie früher, alles auskochen, desinfizieren, ich glaube, das machen sie nur bei Spezialinstrumente, aber für eine normale Schere oder Spritze oder wie auch immer, das wird alles nicht mehr gemacht. So, der Maik ist aus der Leitung gefallen, ich habe es gar nicht mitbekommen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber jetzt sehe ich gerade, dass die Leitung leer ist. Jetzt weiß ich auch gar nicht genau, Andreas, habe ich dich schon gefragt, wie du jetzt zu der Regelung stehst? Ja, da haben wir gerade schon drüber gesprochen. Ich habe gesagt, dass wir gerne doch wohl beim Alten bleiben sollten. Okay, gut. Da würde ich mich sicherer beifühlen. Okay. Nein, das geht einfach so darum, ich muss widersprechen. Wenn mein Widerspruch nicht auffindbar ist, was dann, obwohl ich gesagt habe, ich will es ja gar nicht, was dann, wenn der Widerspruch nicht in dem Augenblick auffindbar ist, dann sagen die, ja, wir warten jetzt nicht, wir nehmen das jetzt einfach raus. Genau. Und dann kommt meine Schwester dann drei Stunden später an und sagt, ich habe es gefunden. Ja, dann ist aber schon alles zu spät. Oder du hast Widerspruch eingelegt gegen die neue Regelung und aus irgendeinem Grund hat es irgendeiner halt versemmelt und hat es nicht eingetragen. Das kann ja auch sein. Zum Beispiel oder das. Genau. Oder der Computer tut vielleicht gerade nicht, um die Daten abzurufen. Oder ein Hacker hat gesagt, alle Andreas sind automatisch Spender. Ja, vielleicht das auch. Aber ich sage mal, es ist ja nicht so möglich heutzutage, einen Serverladen zu legen und da haben ja gewisse Idioten, die haben da ja regelrecht Spaß dran. Wenn man manchmal versucht hat, hier bei der EU irgendwas, zum Beispiel mit der Zeitumstellung, da mal auf die Seite zu kommen, teilweise war das unmöglich. Und das für so eine mördermäßige Behörde, das finde ich schon irgendwie zweifelhaft. Oder es wird absichtlich geblockt, dass da nicht so viele Leute nur maximal 10.000 gleichzeitig darauf zugreifen dürfen. Ja gut, aber das sind immer solche Sondersituationen. War ja auch bei der Artikel-13-Entscheidung so, dass dann die Server von der Live-Ubertragung sind. Die sind halt ausgelegt für eine gewisse Menge und nicht für solche Sondersachen, weil dann müsstest du ja eine Menge Geld ausgeben, um für den Fall, dass man plötzlich 10 Millionen zuschauen wollen, da gerüstet bist. So, ich habe noch einen Anrufer und dann kommt der Hans-Jürgen dann auch nochmal dran gleich. Hallöchen, wer ist dran? Die Conny ist hier, hallo. Hallo Conny, ich grüße dich. Ja, ich wollte auch was dazu sagen zu dieser Gesetzgesundheitsregelung. Also ich bin dafür. Ich finde die also gut, diese Lösung, die sie da jetzt angeboten haben. Und zum anderen ist es auch so, der Jens Spahn, also der hat im Fernsehen gesagt, die Leute sollen dreimal angeschrieben werden, in Intervallen, damit nicht einer sagen kann, hier, ich habe den Brief nicht gekriegt, ich konnte nicht widersprechen und dies und das. Und dann ist geplant, ein Register zu führen, wo das dann niedergelegt wird. Und war da einer im Klo? Nee, nee, ich habe den mal leise gestellt gerade, der Michael, ich weiß, was er gerade getrieben hat. Aber Michael, bist du wieder, was ist passiert, Michael? Kaffeemaschine. Kaffeemaschine, achso, das wollte sich jetzt um die Uhrzeit noch ein bisschen was zuführen, um fit zu bleiben. Also Conny, Entschuldigung, ich bin unterbrochen. Ich falle andersrum. Bitte? Die schaltet sich aus. Achso, die schaltet sich aus, okay. Also Conny. Ich bin, wie gesagt, dafür, ich finde es gut, weil da viele Leute animiert werden, die einfach aus Bequemlichkeit bisher keinen Spenderausweis beantragt haben. Und ich habe ja die Umfragen auch im Fernsehen verfolgen können. Da waren viele, würden sie spenden? Ja, ich würde spenden. Haben sie auch einen Spenden? Nee, habe ich nicht. Ja, habe ich jeden Fall wieder aufgeschoben, wollte ich mich nicht mit auseinandersetzen. Also diese Leute, die sind dann auf jeden Fall schon mal da inbegriffen. Und man muss sich ja nicht vorstellen, dass jetzt jeder da aufgeschnitten wird. Oder wie ich vorhin gehört habe, in der ersten Sendung, im ersten Gespräch, ausgeräumt und ausgeweidet. Man kann ganz klar bestimmen, ich möchte meine Augen spenden. Oder ich möchte meine Lunge spenden. Ja, ich lasse mich da auch nicht ausweiten. Auch jetzt bei dieser neuen Lösung auch, ja? Ja, ja. Aha. Man kann das ankreuzen, was man machen möchte. Und das finde ich eigentlich eine gute Sache. Aber... Vor allem finde ich eines. Ja. Wer derjenige, der das ablehnt, der sollte auch keinen Anspruch auf ein Organ haben. Das finde ich nämlich. Ja, wer nicht bereit ist, sein eigenes Organ zu spenden. Ich habe da im Fernsehen Berichte gesehen, die jungen Menschen, die da auf diesen Intensivstationen manchmal Monate oder sogar vielleicht ein, zwei Jahre liegen und dann auf ein Organ warten. Ja, warum soll man den Menschen denn nicht helfen? Ja, verstehe ich schon. Und dreimal anschreiben? Ja. Per Post? Aber es kann doch jetzt auch Fälle geben, wo eine Person dreimal einen Brief zugeschickt bekommt, aber der Brief kommt dreimal nicht an, weil er zum Beispiel umgezogen ist. Ja, sagt man jetzt, ja gut, ich meine, da wird ja eine Post nachgesendet oder weiß der Kuckuck was. Naja, aber gut, wir wissen jetzt, wie viele Briefe so momentan, es gibt ja immer wieder Schlagzeilen, Briefe verloren gehen und so weiter und so fort. Ja. Und dann kann es ja passieren, du bist noch bei der Ex-Freundin gemeldet und die sagt, sich, ach komm, den Scheiß da, den schmeiße ich weg, der soll doch spenden. Ja. Gibt es halt, also das finde ich auch ein bisschen ein unsichertes Verfahren. Ich könnte mir vorstellen, dass das in der Presse bekannt gegeben wird. Ich sage jetzt mal, ab 1. Juni 2020 werden die Leute angeschrieben. Ja, aber unsere Goldstücke können nicht lesen. Naja, die nicht, ja, da ist ja auch vielleicht nicht ganz so schlimm, keine Ahnung. Naja, dann wird das auch arabisch rausgeschickt, das wird schon passen. Wahrscheinlich, wenn die sowieso hören, dass sie spenden müssen, fluchtartig Deutschland verlassen. Das kann uns nicht passieren, ja. Vielleicht ist das ja auch die Intention dahinter, vom Sparen, ne. Also, dass Muslime werden als Spender bevorzugt und dann auf die Art kriegen wir die ganz kostengünstig los. Ja, wäre schon so eine Idee jetzt mal nebenbei. Die Organe sind besonders gut. Genau, weil die von Allah, von Allah kommen die ja. Ja, ja, und vielleicht mit AIDS, da brauche ich auch nicht. Ja, gut, das wird ja vor allem, das andere Problem ist ja, dass Afrikaner ja auch noch das Problem mit der sogenannten Sichelzellenkrankheit zu kämpfen haben, besonders Frauen. Und da möchte ich also jetzt nicht unbedingt ein Organ von bekommen. Ich meine jetzt auch speziell als Frau, ne. Wenn jetzt, was weiß ich, dann eine Niere von einer Frau bekommst, die die Sichelzellenkrankheit hat. Oder Sichelzellen-Syndrom heißt das ja genau. Kann man gerne mal bei Wikipedia nachschlagen, was das ist. Ja, erklär mir mal als Nicht-Arzt mal ganz kurz, was das ist. Na, ich bin auch kein Arzt. Ich bin nur Fleischer. So, und die Sichelzellenkrankheit ist eine Blutkrankheit. Da ist die, ich glaube, die roten Blutkörperchen sind da nicht richtig ausgeprägt. Und jetzt haben die so eine Sichelform. Also da sollte sich jeder vielleicht nochmal selber genau bei Wikipedia da reinlegen. Ja, ja, ja. Jetzt wurde das jetzt. Sichelzellenanämie halt. Die dürfen ja auch nicht spenden, ehemalige Krebspatienten. Die dürfen ja auch kein Blut spenden und von denen wird auch kein Organ genommen. Zum Beispiel. Genau. Und dann habe ich jetzt vor kurzem nochmal, habe ich gehört, mit Medikamenten. Wenn in Deutschland Medikamente hergestellt werden für den japanischen Markt, dann kann man daraus auch keinen Reimport machen, weil diese Medikamente speziell auf die Japaner angepasst werden. Genau. Es gibt hier Medikamente in Deutschland, wenn die einen Japaner so nehmen würde, dann könnte das lebensbedrohlich für ihn sein. Einem Europäer, der wird gesund, aber der Japaner, der könnte unter Umständen dadurch sterben. Also da ist das mit den Organen, würde ich jetzt mal annehmen, also ich bin ja selber auch kein Arzt, ich bin nur dummer Fleischer, behaupten, so einfach ist das vielleicht auch nicht gerade mit den Organen aus Afrika oder aus asiatischen Ländern. Aber du kennst dich zumindest mit Organentnahme aus, Andreas, hast du jetzt mehrfach betont. Also von mir gibt es nichts. Von dir gibt es nichts, aber beruflich kennt sie dich aus damit sozusagen, mit Organentnahme. Ich habe schon sämtliche Organe in der Hand gehabt, allerdings nicht von Menschen. Ja, 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 verstehe. Ja, interessant. Ja, also ich finde, wie gesagt, und auch zum Beispiel Motorradfahrer. Ich bin Motorradfahrerin gewesen bis vor ein paar Jahren und mein Sohn und mein Mann auch. Und für mich war immer ganz klar, also wenn ich spenden kann, dann spende ich, aber mein Sohn, der würde nicht spenden. Obwohl, da liegen wir auch immer so ein bisschen im Clinch, wo ich sage, pass mal auf, du bist als Motorradfahrer, kann ja durchaus sein, dass du einen Unfass hast und dann wird da alles mit dir beerdigt. Also dem ist der Gedanke unangenehm. Und von daher finde ich das ganz gut, dass sich der eine Sohn und der andere so entscheiden kann. Wer Extremsport betreibt, sollte definitiv Spender sein. Und da wäre ich zum Beispiel für, weil der, der sich dann bewusst in eine extreme Gefahr begibt, darum heißt das ja Extremsport, dann sollte der, weil der begibt sich in Gefahr und ist nachher am Ende dadurch auf ein Organ angewiesen und das kann ja nicht funktionieren. Aber wo bringt es an und wo hört es auf? Da müssen die Raucher werden dann aussortiert. Und die Übergewichtigen, also da ist eine sehr schöne Grenze. Ich glaube nicht, dass die Niere von einem Übergewichtigen schlechter ist als von einem. Es gibt Leute, die haben Übergewicht und die sind teilweise gesünder wie normale, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Das ist auch mittlerweile schon widerlegt. Also wer dick ist, der ist nicht automatisch krank. Nee, aber ein Herz kann verfettet sein und die Leber. Also der scheidet dann auch wahrscheinlich aus. Möglicherweise. Ich würde jetzt sagen, Fett kann man abschneiden, wenn man das Herz, die Pumpe schon in der Hand hat, aber das haut ja nicht hin. Das geht nicht. Das ist dann noch so leistungsfähig. Aber gut, ich bin kein Mediziner, also da weiß ich nichts von. Nur, also ich finde diese Regelung prima, die da jetzt auf den Markt gebracht wird. Und ich denke mal, wenn ein Herz, was ein bisschen mehr Fett angelagert hat, in einem normalen Menschen eingebaut wird, also in einem normalgewichtigen, wenn ich sage normal, dann meine ich damit das Gewicht, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass sich das Fett an dem Herz durchaus schnell wieder abbaut. Also wie gesagt, ich weiß das nicht. Aber nein, ich wollte damit nur sagen, weil du vorhin sagtest, die Hochleistungssporter, die sollten also da auf jeden Fall, aber da eine Grenze ziehen, wie gesagt, der nächste kommt um die Ecke und sagt, der Raucher da spricht. Also so was wie Snowboarden von einem Dreitausender runter oder sowas, das meine ich. Oder hier Rafting oder wie das heißt, hier in der Schweiz, da durch die Schluchten, da durch auf den Strömungen da durchzujagen. Michael Schumacher ist vor Unglück beim Skifahren mit Helm. Er ist extrem Sportler. Man kann da nicht die Grenze ziehen. Aber Extremsportler, Skifahren ist Extremsport. Ja, gut, das ist eigentlich schon ein Breitensport. Wenn man jetzt gerade den Idiotenhügel runterfährt. Also Extremsport ist für mich schon was, wo man sagt, da geht man ein großes Lebensrisiko ein. Also das ist noch. Der hat mal Extremsport betrieben, als ja alle 8000 da hochgeklettert ist. Also das würde ich ja auch vielleicht noch irgendwie zugestehen. Aber ansonsten kann man das eigentlich gar nicht eingrenzen. Also entweder man ist Spender oder nicht und die werden transplantiert oder nicht. Und dadurch, dass ja diese Zeit nur zwölf Stunden beträgt maximal, ist es also auch unwahrscheinlich, dass die da irgendwo nach Afrika oder sonst wo hingeschippert werden. Und das habe ich auch noch nie gehört. Im Gegenteil, ich habe immer was anderes gehört. Dass die Leute in Indien oder China oder wo auf der Straße gekiebt werden, betäubt werden. Auf einmal fehlte denen eine Niere. Und dann ist ein Europäer oder ein Amerikaner oder wer auch immer dahin geflogen. Und dem haben sie die eingesetzt. Also ich habe das nie umgekehrt gehört. Naja, sowas habe ich von Russland gehört. Auf Europa habe ich das gehört. Also dass in Russland, dass wir die da aus der Kanalisation, die da unten hausen, dass wir die da rausholen und da werden Bluttests gemacht, ob die Organe möglicherweise passen können. Und dann sind die weg vom Fenster. Wie jeder, ich denke mal unsere Altersgruppe 1979, da waren wir ja wohl alle schon auf der Welt, da gab es einen schönen Film, der heißt Fleisch. Den sollte sich jeder vielleicht nochmal angucken. Das ist ein Spielfilm mit deutschen Schauspielern, Jutta Speigl spielt da mit und ihr zukünftiger Ehemann Hermann, Herbert Hermann glaube ich. Ja, glaube ich wohl. Die beiden da als Hauptdarsteller. Da sind die in so einen Motorlack gestiegen und plötzlich fuhren einen Krankenwagen vor und hat ihren Mann da eingeladen. Die waren frisch verheiratet und dann haben die auch versucht, denen die Organe rauszuholen. Und dann ist sie aber, sie konnte doch stiften gehen und dann hat sie ihn aber gesucht und daher auch gefunden. Und dann hat sie ihn auch aus einer Transplantationsfarm rausgezogen. Also das ist ein ganz interessanter Film. Von 1979 mit Jutta Speigl. Okay. So, ich habe noch einen Anrufer. Den hole ich jetzt mal dazu. Der Oliver ist dran. Oliver, guten Morgen. Ja, würde ich auch sagen, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie ist denn das dann eigentlich? Sählt man dann, wenn es jetzt nicht gebracht wird, dass dann trotzdem Organe entnommen werden für medizinische Fakultäten an Universitäten, für die Studenten zum Ausbilden, zu Zieren? Dafür kannst du dich ja selber zur Verfügung stellen. Du kannst dich selber, wenn man automatisch auch mit drin ist. Also ich bin da ein bisschen skeptisch. Also Oliver meint, ob das eventuell dann auch mit dabei ist, dass eventuell dann Organe entnommen werden, ohne dass er ein neuer Mensch bekommt, sondern dann eben die Wissenschaft sozusagen. Ach so, zum Proben, zum Hüben, zum Ausschneiden und so weiter. Genau, zum Proben. Also ich habe zumindest davon was gelesen und gehört. Ich weiß nicht, ob das stimmt, dass zum Beispiel Impfstoffe, diverse Impfstoffe auf Grundbasis, mit hier auf Embryonenbasis oder mit Formaldehyd und allen möglichen Stoffen in Kontakt kommen, was in den Impfstoffen drin ist, also dass Organe, zum Beispiel wenn eine Schwangere im Autounfall verstorben ist, das Embryo entnommen wird oder Fötus und das dann an die Pharmaindustrie verharmert wird. Also glaube ich auch gar kein Teil. Ja, mit Stammzellen oder dann halt, also deswegen, also ich habe da ein bisschen Gätsel mit dieser Pflicht. Ich fände ein anderes System besser und zwar, dass man zum Beispiel, man soll ja ab 18. Lebensjahr ja einen Personalauswahl haben. Dass man sich ab da schon entscheiden muss oder ab 25 oder dass man dann, muss ja immer wieder erneuert werden, dann sagt man, ich bin Organspender, ja oder nein und dann kommt dann, das ist ich, ein rosa Herz. Das wurde doch gerade aufschrieben, oder? Das ist ein Organspender. Nee, okay, das habe ich jetzt noch nie mitbekommen. Ja. Da war ich mal kurz ab, war ich kurz nicht dabei. Das war mein Personalausweis dann direkt, also wenn du alle 10, ja, ich weiß nicht, wer das gesagt hatte, aber das gesagt wurde, alle 10 Jahre musst du ja deinen Personalausweis neu beantragen. Und dass du dann jedes Mal nach 10 Jahren gefragt hast. Du kannst ja deine Meinung geändert haben innerhalb der 10 Jahre. Genau. Das ist aber ein Vorschlag, den die Grünen gemacht haben und das ist also auf Ablehnung gestoßen, weil die Bürger haben sich nicht dazu ausgelegt, solche Auskünfte zu erteilen oder diese Dinge, da entstehen ja Rückfragen, ja. Und im Übrigen wird die von den Grünen ja nur alle 10 Jahre ausgestellt und dieser Zeitraum wäre viel zu lang, um da jetzt irgendwelche Dings. Man kann an dieses Register, sofern es denn eingerichtet ist, schreiben und kann jederzeit seinen Widerspruch ein- oder es zurücknehmen. Ich finde die Idee von den Grünen aber gar nicht so blöd, ja, weil es würde innerhalb von 10 Jahren diese Veränderungen mit sich bringen, ja. Das zweite ist das, es spart natürlich Kosten und das Argument, dass die Ämter natürlich da keine Beratung machen können, das ist klar. Aber wenn dir der Spahn dreimal nach Hause einen Brief schickt, das ist auch keine vernünftige Beratung. Da hat er auch nur zwei, drei Zettelchen dabei und sagt, das wäre schön. Die zwei, drei Zettelchen kann dir das Amt auch in die Hand drücken. Da kriegst du eine Broschüre in der Hand. Ich war selbst im Bürobeamt, also ich kann mir das schlecht vorstellen, ganz ehrlich gesagt. Da sind da meistens dann Rückfragen und da wollen die was Spezielles wissen und da fehlt einfach der Hintergrund dann, ne? Ja, nur wenn ich sag mal, innerhalb von, du kannst Krebs oder sowas, krank kannst du innerhalb von einem halben Jahr werden. Da hat dann auch eine vorherige Abfrage überhaupt gar keinen Sinn. Du kannst heute deinen Personalausweis bekommen und sagen, ja, ich will spenden und du bist vielleicht sogar schon krank und weißt es noch gar nicht. Das ist möglich. Das kann alles passieren. So, ich hab nochmal die Polizei in der Leitung, die Angel. Ich sehe es nämlich schon an der Telefonnummer, weil so viele Anrufe von 110 kriegen wir nicht. Ich denke, das war so stressig für Sie. Willst du eine neue Runde aufmachen? Sollen wir uns verabschieden? Nö, du bist erst 15 Minuten dabei, Conny, oder bist du schon ins Bettchen? Okay, nein, nein. Angel, die brennst du mal hin. Ach, ich bin noch mal. Genau, genau. Ich wurde jetzt mehr oder weniger beauftragt, dich nochmal nach deinen 72 Jungfrauen zu fragen und gleichzeitig auch mal einen Themawechsel einzuleuten, weil wir sind alle wahnsinnig darauf gespannt, wie du mit deinen vier Frauen so den Alltag regeln möchtest. Alex. Ja, gut, das kann ich ja nochmal kurz erklären. Ich werde jetzt in Kürze meine Stadt anschreiben, dass ich zum so und so fielten 12 Uhr irgendwas zum Islam konvertiert bin und dass ich mir jetzt in Kürze aus dem syrisch-grüischen Genskwied vier blutjunge Frauen zwischen 16 und 18 einfliegen lassen werde und dass ich eben jetzt, ich brauche jetzt Wohnungen dafür natürlich. Du hast auch ein Video von Hagen Grell gesehen, ne? Ich brauche, ich brauche, das habe ich nicht gesehen, aber die Idee kursiert ja schon länger und ich brauche jetzt dringend Geld, ich brauche eine Grundausstattung für alle fünf Wohnungen, also eine für mich natürlich, das ist so das Männerdomizil, wo ich meine Potenz wieder ein bisschen in Ordnung bringen kann und erholen kann und ich brauche eben für meine vier Frauen, das ist ja ganz klar, die brauchen eine eigene Wohnung für die ganzen Kinder und so weiter und so fort. Und arbeiten geht doch auch nicht mehr, ne? Ja, da habe ich ja gar keine Zeit mehr dafür, wozu auch? Ich kriege ja auch genügend Geld vom Staat dann, ne? Nee, da muss ich ja auch deine Familie und deine Frau kümmern, ne? Ich lebe ja da von Kindergeld, so wie das heutzutage üblich ist, ne? Und muss mich um den Nachwuchs kümmern, um den Nachwuchs kümmern, ne? Und es soll natürlich blutjunge Muslimer sein, aus dem einfachen Grund, A, sind die schöner, zweitens sind die noch formbar, ne? Ja, denn der Vorteil ist ja, ich als muslimischer Herrscher der Familie, der Großfamilie, dann kann ja meine Weibsen dann noch richtig formen. Das ist ja nicht so wie bei den deutschen Frauen, die dann wirklich schon total rumzicken, die sind noch voll formbar. Das ist also ein ganz anderes Lebensgefühl dann ja auch. Aber woher willst du denn wissen, dass die hübsch sind? Woher willst du denn wissen, dass die hübsch sind? Die kriegst du doch erst nach der Hochzeit zu sehen. Komm, erzähl doch nicht. Ja, das ist da unten vielleicht der Fall. Bei uns läuft das jetzt dann hier anders. Vermutlich hat er einen Röntgenblick. Genau. Da krieg ich natürlich schon entsprechende Fotomaterialien, weil wenn ich die natürlich hier ins gelobte Land hole, dann will ich mir natürlich schon sicher sein, dass es ist. Aber das ist auch egal. Wenn es Probleme gibt, lasse ich sie einfach abschieben. Ein kurzer Anruf beim Verfassungsschutz, das ist eine Gefährderin und zack, weg ist die. Nein, nein, stimmt ja gar nicht, weil die Leute, die ja als Gefährder eingestuft sind und so weiter, die werden ja extra noch gehätschelt und die werden ja extra nach Deutschland zurückgeholt. Die verstoße ich dann aus meinem Familienclan, die kann dann machen, was sie will. Dann kann ich mir auch eine neue wiederholen. Ein kleines Stoß noch aufmachen. Das ist ein Investment für die Zukunft, dass der Staat jetzt da ein bisschen anschieben muss, das mit Kindergeld und so weiter. Das ist sicherlich vielleicht ungünstig, aber das ist mir egal. Ja, ich lese gerade im Chat, die Rose schreibt gerade, wann der erste deutsche Mann auf viel Ehe klagt. Willst du nicht der erste deutsche Mann sein, der das macht? Ja, wenn die Stadt sich jetzt da quer legt, dann werde ich das sein. Eindeutig. Ich lasse mich doch hier mit meinem Glauben nicht einschränken. Hallo? Hagen soll es ja schon gemacht haben, hat er ja gesagt. Also er wird das machen in seinem Video. Okay, dann ist er da Vorreiter, dann kann ich mich da ein bisschen orientieren. Aber du glaubst doch nicht, dass ich mich als neuer, frischer Moslem da jetzt beleidigen lasse von diesen Kufas, weil die sagen, sie kriegen keine fünf Wohnungen. Dann müssen sie halt welche bauen. Das hat mir auf eine Idee gebracht. Du Alex, du weißt schon, dass du jede Menge Herzen jetzt gerade im Chat gebrochen hast. Also die Send me und so weiter. Ja, aber das können ja auch zum Islam konvertieren. Wenn die Sandy noch jung und frisch ist und zum Islam konvertiert, ist das kein Problem für mich. Wobei, ich nehme auch Christinnen, das nehme ich jetzt nicht so genau. Entscheidend ist nur, dass der Staat anerkennt, dass ich hier in der Großfamilie lebe und die Kohle rausrückt. Okay, dann wissen wir dann, dass der Alex den nächsten Clan gegründet hat. Ich erwarte natürlich die beste Grundausstattung, sprich Geschirrspüler, Waschmaschine, Großbildschirm, Playstation. Die muss natürlich in jedem Raum, in jeder Wohnung vorhanden sein. Das ist doch ganz klar. Weil ich meine, ich will mich ja jetzt auch nicht irgendwie einschränken lassen. Wie viele Personen braucht es eigentlich, um sich einen Clan nennen zu dürfen? Ich glaube, so 10, 20. Na, das kriege ich hin. Da hast du nicht vergessen, auch mit vier Frauen klappt das mit der Frau pflanzung ja ganz gut. Da komme ich dann auf einen Schnitt von fünf. Das ist in drei Jahren machbar. Fünf bis sechs Kinder pro Jahr zeugen, das wird schon drin sein. Hallo, du denkst aber schon noch an die neun Monate. Also wir können das nicht einfach überspringen, bloß weil du Alex heißt. Ja gut, da muss man gut durchorganisieren. Die müssen der Reihe nach. Ja, dann muss das laufen. Ich muss sagen, diese Beschränkung auf vier Frauen, die da im Koran drinsteht, muss ich sagen. Ich meine, da heißt es ja, wenn man sich das leisten kann. Aber Gott sei Dank, Dank Angela Merkel kann ich es mir nicht mehr leisten. Okay, ich habe meine Schuldigkeit gesagt. Was heißt Gott sei Dank? Oh Gott, ich habe Gott sei Dank gesagt. Nee, so ein Allah sei Dank kann Frau Merkel dafür gesagt, dass man das leisten kann. Und diese Beschränkung auf vier Frauen, muss ich sagen, die finde ich natürlich schon ein bisschen blöd. Also warum vier? Warum nicht zehn zum Beispiel? Also eine zehnköpfige... Ich muss noch ein, zwei Freundinnen haben. Das soll ja wohl drin sein. Das Freundinnen habe ich jetzt natürlich nicht mitgezählt. Aber zehn Frauen, mit zehn Frauen zum Beispiel jetzt so einen Clan zu gründen, wäre ja auch wesentlich effektiver. Und ich glaube auch ökonomischer. Also wenn ich mal jetzt einen ganz kurzen Gedankensprung mache. Ich verstehe gar nicht, also das ist jetzt Sarkasmus pur. Und von mir aus könnte er mich danach auch wieder hassen, ist mir scheißegal. Aber warum sind eigentlich so viele dagegen? Ich meine, für die Männer ist das noch ein reines Paradies, was ich da... Genau. Die Frauen haben uns jetzt jahrhundertelang unser Leben kastriert, sozusagen, ja. Sie haben uns domizzeniert, oder so ähnlich heißt das, glaube ich, ich kriege das nicht mehr hin, um zu 1.30 Uhr. Aber diese ganze Evolution, die falsche Evolution der letzten Jahrhunderte, die wird jetzt zurückgedreht. Diese vier Frauen, die sind hier auf Erden nur zum Üben, weil du hast dann nachher 72. Natürlich, ganz klar. Du musst doch darauf vorbereitet sein. Dann beginnt der richtige Stress. Wie kann ich vorhin die haben? Die Sandy hat vorhin gesagt, also ihr habt das irgendwie mit den 72 Jungfrauen falsch verstanden. Das ist eine Jungfrau, die 72 ist. Also das ist... Ja, aber das sieht Sandy halt einfach aus ihrer ungläubigen Position einfach viel zu schwarz. Ja, okay, ich bin raus, ich habe mein... Aber ich muss nur sagen, generell ist diese Idee, dass jetzt auch einfach wir Deutschen diese Vielweiberei anfangen, ja. Und der Staat muss es bezahlen, ja. Der wird sich natürlich mit Händen und Füßen wehren und sagen, nein, mach mal nicht, etc. Aber wenn ich zum Muslim geworden bin, einfach so von heute auf morgen, ja. Da hast du das Recht dazu. Moment, Moment, ich habe noch eine Theorie. Wie, die 68er-Bewegung, wenn ihr mal zurückdenkt, das war doch Kommune und freie Liebe und keine Ahnung was. Meint ihr nicht, dass die, die jetzt als Gutmenschen sich so hervortun und unbedingt den Islam hier in Deutschland haben wollen, dass die einfach noch an den Spätfolgen dieser freien Liebe hängen und einfach das wieder zurückhaben wollen, das einfach nur falsch verstehen, weil es ja damals nicht so ganz geklackt hat? Kann natürlich sein. Höchstwahrscheinlich. Seht ihr? Und damit bin ich jetzt raus. Also, tschaui. Genau. Achso, tschüss, tschau. So, ähm, ja. Jetzt müssen wir einen harten Schnitt machen. Ja. Und nochmal auf unseren Seehofer zurückkommen. Ich weiß, das ist jetzt überhaupt nicht erotisch für euch. Für mich jetzt auch nur begrenzt. Du machst aber Sprünge, ne, von Jungfrauen zum Seehofer, ne? Ja, 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 ja. Ja, der ist aber auch eine, ja. Ja, ja, richtig. Also, ich wollte noch jetzt mal fragen, wie schaut es bei euch aus, so mit inneren Sicherheit? Ist alles, ist Deutschland sicher? Wie, wie, wie fühlt ihr euch? Fühlt ihr euch sicher auf der Straße? Oliver, fang mal du an, ja? Ja, also, ich würde sagen, ähm, ich fühle mich, also, okay, ich bin ein Mann, kräftig gebaut und so. Das passt dann, aber, äh, das ist schon sehr schwer. Ja, also, man sieht nur noch, äh, überdurchschnittlich pigmentierte. Äh, das stimmt. Und die ganzen Sprachen, überall, wo du einkaufst, also, das ist einfach nur, du fühlst dich einfach nur fremd im eigenen Land. Äh, das ist richtig. Du hast eigene, du hast eigene, du hast eigene Regeln im eigenen Land, die halten sich nicht dran oder die würden dann, ach nee, das sind Fremde, das sind traumatisierte. Die tun wir mal, ah, hier, hm, 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 ja, so ein bisschen mit Kusshand nehmen, ja. Ich helfe dir nicht. Ja, nur für die, die mal 5 kmh zu schnell fahren, also, so, da wird, äh, voll durchgezogen. Oder mal falsch fahren, voll durchgezogen. Ja, oder weil sie mal sagen, ja, scheiß Neger, also, jetzt nicht so, also, als Beispiel jetzt das gemeint, äh, wird voll durchgegriffen, geht in alle Zeitungen, überall, wochenlang durch die Zeitungen, aber wenn einer sagt, ja, scheiß Köterkrasse, scheiß Deutsche Kartoffel oder sonst irgendwas, oder jetzt in Berlin, na, wie in Berlin, äh, der 11-jährige Selbstmord begeht, hier wegen Möpping, äh, durch den, äh, durch die Kanacken, äh, andere, äh, die Bauchdecke aufgeschlitzt wird in der Schule, also, echt nicht. Äh, wir hatten hier bei uns im Nachbarort. Politik, wie solche Politiker, wie von den Grünen, von, äh, von den Linken, von der FDP, CDU, CSU, jetzt alle so, oh, 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 äh, bloß hier dumm rumschweigen, ich weiß es nicht. Und nur die AfD das Maul irgendwie halbwegs aufkriegt. Ich weiß es nicht, die sind in Bedrängnis hier, werden irgendwo gebasht hier, mit hier, äh, scheiß, na, die sind, ah, ja, die wollen hier, dass die Mädels wieder alle an den Herd gehen und sonst irgendwas. Aber, das muss man alles vergleichen. Wie war das früher? Da ist ein Mann, der Vater, halt zur Arbeit gegangen, der konnte eine Frau ernähren. Der konnte dann, äh, zwei, drei Kinder, vier Kinder ernähren. Haus, Auto. Das kannst du jetzt auch, das kannst du auch jetzt problematisch, unproblematisch, du musst halt nur zum Islam konvertieren. Dann kannst du dir auch mehrere Häuser, mehrere Frauen, mehrere Kinder leisten. Ja, da hast du Zugriff auf die Ballabank. Genau. Da gibt's auch ein Problem bei mir. Ja, welches denn? Ich hab, ich hab wenigstens auch, äh, Ehrgefühl und Respekt gegenüber von Frauen und Kindern. Ja, gut. Unter Natur über. Das kannst du ja auch behalten. Genau. Da hat ja keiner was dagegen. Also, das ist meine Meinung. Also, ich verstehe nicht den tieferen Sinn. Also, das, was wir jetzt hier immer in den Gesprächen so erkennen, dass also praktisch, äh, äh, es gewalttätiger geworden ist auf den Straßen, äh, dass wir letztendlich, äh, wahrscheinlich, äh, drauf und dran sind, auszusterben irgendwann mal in den nächsten 50 Jahren, sag ich jetzt mal, das müssen doch die Politiker auch erkennen. Das können doch nicht nur die Politiker der AfD erkennen. Ich verstehe das überhaupt nicht. Ich verstehe auch den tieferen Sinn, den die da jetzt drin sehen, nicht. Nein, wir haben ja, das wurde ja mal sogar errechnet, also, das gibt da, das gibt da, das gibt da, das gibt da Zahlen, äh, die besagen, also, wenn, äh, äh, eine gewisse Prozentsatz an Muslimen in Deutschland erst mal Fuß gefasst haben, dann ist eine, eine Umkehr quasi nicht mehr aufzuhalten. Ja, richtig. Na, aber solange diese Prozentsatz, ich glaube, das waren 26 irgendwas, 26 bis 30 Prozent etwa, und dann ist der Drops gelutscht. Wenn man so mal in die Türkei zurückguckt, das waren, äh, ungefähr 50 Prozent Christen, die da gelebt haben. So, seitdem der Erdogan da an der Macht ist, ne, dann guck mal, das sind nicht mal mehr zwei Prozent. Hm, hm, hm. Aber warum machen die Politiker das? Kann mir das einer sagen? Ich verstehe es nicht. Ich konnte leider jetzt auch nichts, da fällt mir auch keine Antwort drauf. Also, die argumentieren ja immer, die wollen Arbeitskräfte und diese und das, ja, die Flachpfeifen, die da kommen, zu uns, die anderen, äh, die gehen ja nach Amerika oder nach Australien, ja, die, die belasten uns doch nur. Wir haben auch genügend arbeitslose, äh, Ingenieure in Deutschland. Auch. Ja, und dann, wenn die sich bewerben, wird denen erzählt, die sind überqualifiziert, weil sie einfach zu teuer sind, die wollen das Geld nicht bezahlen. Genau, das ist doch keine vernünftigen Löhne zahlen, das ist das Problem. Genau, die Industrie will diese Löhne nicht bezahlen, in der Autoindustrie sollen jetzt Zehntausende, zwanzig, dreißigtausend Shops in den nächsten Jahren wegfallen. Ja. Da kommen die ganzen ausgebildeten Experten, Fachkräfte, werden da auf dem Markt rausgelassen. Äh, das heißt, das Problem in den Fachkräften löst sich von ganz alleine. Fachkräfte für Eseltakt. Nebenbei, wird ja heute als Fachkraft, wird ja jeder bezeichnet, selbst die Verkäuferin an der Altikasse ist eine Fachkraft, ja. Ja, ich muss sagen, Fachkraft, das ist für mich jetzt vielleicht so ein Herzchirurg, einer, der große Sachen konstruiert oder sonst was, das sind irgendwelche Fachkräfte. Ja, eine Fachkraft ist eigentlich derjenige, der eine Ausbildung in seinem Beruf gemacht hat, das ist für mich schon eine Fachkraft. Ja, aber dann sagen wir, Fachkraft ist für mich schon was Höheres gewesen eigentlich, ne? Nee, das ist eine Lehre, eine Dreijährige, vielleicht, das ist ja zumindest meine Fachkraft. Aha, okay. Ja, genau, das meine ich, wer eine Ausbildung geschafft hat, die absolviert hat, eine staatliche Ausbildung, eine Krankenschwester ist auch eine Fachkraft in ihrem Bereich. Ja, natürlich. Ich bin als Fleischer, bin ich in meinem Beruf auch eine Fachkraft. Ja, gut, also wenn es dann darum geht, dass, wenn jemand, der dann quasi eine Ausbildung gemacht hat zur Altikassiererin, wenn das dann eine Fachkraft ist, dann frage ich mich, warum geht die Regierung nicht in die Schulen und tut die Kinder ausbilden, damit die alle Fachkräfte werden? Warum müssen wir die dann versauern lassen und holen es dafür irgendwelche aus dem Ausland? Die behaupten, sie wären Fachkraft. Ja, die nehmen jetzt die Afrikaner, die haben da mal in ihrer Strohhüte eine Glühbirne eingeschraubt und ist dann die Fachkraft für Elektrik. Ja. So, 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 so wird es sein. So ist es auch. Da brauchst du nur mal in die Fleischindustrie reinschauen. Da gibt es in den Zerlegebetrieben, das läuft ja heute ganz anders, wie es zu meiner Zeit, wo ich in der Ausbildung in den 80er Jahren gewesen bin. Früher, da hatte jede Stadt, die hatte ihren eigenen kleinen Schlachthof. So, da sind die Bauern hingefahren, haben ihre Tiere abgeliefert und dann wurden die da geschlachtet und die halben Schweine gingen zum Metzger oder die Viertel Rinder und dann ist es das gewesen, dann hat sich der Metzger darum gekümmert. Und heute wird direkt an den Schlachthöfen das Fleisch vorzerlegt, das wird Vakuum geschweißt. Der Metzger, der hat nicht mal mehr Einfluss da drauf und kann nicht mehr sagen, das ist meine Kuh, die ich da hingebracht habe und die will ich auch wieder haben. Das ist verdammt schwierig, wenn das überhaupt möglich ist. Dann musst du mal gucken, wie viele Schlachthöfe haben wir in Deutschland überhaupt noch. Sie sind aufgesplittet, wir haben hier, das ist kaum noch was. Und die, die da arbeiten und das zerlegen, die bekommen ihre drei, vier Handgriffe beigebracht und arbeiten dann für neun Stunden und nehmen einen, ich sag mal, ich hab mich vor kurzem hab ich mich beworben, ja, als Ladenmetzger wohlgemerkt. Man hat mir geboten, den Mindestlohn. Wofür hab ich dann eine dreijährige Ausbildung gemacht? Ja, eben. Ja, das ist schon alles eine ganz verrückte Sache. Das wird ja noch viel schlimmer werden. Da verdiene ich als Gelernter meist noch vielleicht weniger als eine, die angelernt ist, die vielleicht schon vier Jahre da arbeitet, den Beruf zwar nicht gelernt hat, die aber schon drei oder vier Lohnerhöhungen mitgemacht hat, die hat dann am Ende mehr als ich als Gelernter. Naja. Das kann's nicht sein. Nee. Ja, gut, okay, das ist... Kann ich nur bestätigen. Ja, aber das ist, da ist einfach unheimlich viel im Argen eigentlich und... Das sind die Gewerkschaften. Alleine schon, alleine, wir haben so viele Leute, die eine Umschulung brauchten, die irgendwie noch in den Job gehen könnten und so weiter und so fort. Also, ich verstehe überhaupt nicht, warum man denkt, dass man, wenn man sich da einen jungen Afrikaner holt, dass der den Job besser macht und so. Das ist das... Ich kenne auch nur, also aus den Berichten im Fernsehen, es tauchen da immer die gleichen Firmen auf, die übrigens begeistert sind von diesen Fachkräften. Aber das sind alles Billigjobs, die angelernt werden, weil die halt einfach wesentlich weniger Geld bekommen. Aber jetzt wollte ich nochmal zurück auf das Thema innere Sicherheit. Michael, wie fühlst du dich sicher, Michael? Freust du dich, dass Deutschland jetzt so sicher geworden ist, laut Herrn Seehofer? Ja, ich fühle mich sehr sicher beim Seehofer und überhaupt auch seit Stoiber und alle davor. Ich meine seit, sagen wir mal so, seit... Ja, aber beim Stoiber war es ja schlimmer. Jetzt beim Seehofer ist ja so gut wie schon lange nicht mehr. Ja, ja. Und beim Franz-Josef Strauß war es am gerade schlimmsten. Ich bin ja ein gebürtiger Münchner und ich habe von den ganzen Politikern noch nie was gehalten. Also ich habe noch nie etablierte Parteien gewählt. Sondern? Ich habe es noch nicht. Was hast du damals beim Strauß dann gewählt? Da gab es ja nichts anderes. Ja, beim Strauß war ich jetzt noch nicht einmal am... Also Gott, er ist 88 gestorben, da war ich schon am Leben, aber da konnte ich noch nicht wählen, sagen wir es mal so. Aber im Nachhinein gesehen, meine ich jetzt... Danach hast du in Bayern nur die Möglichkeit gehabt, wenn du also anders sein wolltest, hast du doch die Grünen gewählt. Gib es doch zu. Ich, die Grünen, da haue ich mir die Hand auf. Du hast doch jetzt gerade gesagt, du hast die etablierten Parteien nicht gewählt, du kommst aus Bayern. Nie. Da gab es doch nur die CSU, da gab es noch die SPD, ist auch nur eine Splittergruppe. Also du kannst nur SPD und die Grünen damals gewählt haben. Das war was dann. Also gib es doch jetzt zu ganz offen. Also wie gesagt, ich bin 88 schon auf der Welt gewesen, als Franz-Josef Strauß gestorben ist. Ich habe ihn aber selbst nie erlebt, im Sinne von im Nachhinein schon durch Videos, durch Erzählungen schon. Aber wenn man sich das mal genau anschaut, eigentlich ist Deutschland nicht erst seit 2015 am Absteigen, sondern schon seit dem Tod Franz-Josef Strauß. Schaut es euch mal genau an. Seit Kohl übernommen hat, geht es bergab. Es kam die EU. Es kam der Euro. Davor noch Merkel ins Amt gerufen. Eine Position gegeben. Also seitdem geht es bergab. Ja, aber welchen Außenseiterpartei hast du denn gewählt? Oder kannst du dir jetzt auch sagen, nee, komm, sage ich jetzt nicht. Also ich habe mal die Raps gewählt, ich habe mal die DVU gewählt. Einfach nur, um den Etablierten keine Stimme zu geben. Ganz einfach. Achso, okay. Weil ich gesehen habe, dass irgendwas schief ist. Und ich meine damit, beispielsweise, ich bin in einem guten Viertel von München aufgewachsen. Ja, wirklich gut. Wir haben keine, also lassen wir es mal, wenn es zehn Menschen insgesamt waren auf tausend Leute, die Ausländer waren, dann war das schon was, ja. Aber ich habe gesehen und gemerkt, was ein paar Kilometer weiter passiert ist. Da war München Kieferngarten, war damals eine Hochburg. München Hasenberge, ganz schlimm. Ich musste es gar nicht mehr anschauen. Und ich wusste ganz genau, in welche Richtung es hilft. Und ich wusste, okay, die etablierten Unternehmen, gar nichts. Seit den 90er Jahren, gar nichts. Und es entwickelt sich immer weiter oder hat sich weiterentwickelt. Und das passiert ja heute noch. Mittlerweile sind es ja Clans geworden. Familienclans. Und weiß Gott nicht, was da alles passiert. Es hat keine Sau sich darum gekümmert. Bis heute nicht. Und es passiert weiterhin nicht. Stattdessen holen wir noch zwei Millionen Leute rein hier, die wir auch nicht integrieren können. Weil die, die wir vor 30 oder 40 Jahren reingeholt haben, die haben wir bis heute nicht integriert. Wie sollen wir es schaffen mit den Millionen, die jetzt neu da sind? Ja. Das geht niemals gut. Ja, diese Diskussion übrigens mit dem, wir müssen die jetzt integrieren und wie machen wir das richtig, das hat ja auch ziemlich nachgelassen in den öffentlichen Medien. Also das wird gar nicht mehr so diskutiert, sondern man nimmt jetzt hin, die wollen keine Sprachkurse machen, die Ausbildungen brechen sie ab. Das hat man jetzt alles so relativiert. Also dieser Gedanke, wie machen wir das am besten? Ja, wobei ich der Meinung bin, als Land müssen wir uns gar nicht darum kümmern, wie die sich integrieren, sondern die müssen sich darum kümmern, wie die sich integrieren sozusagen, wenn sie hierher kommen. Ja, aber das wollen die ja gar nicht. Schau mal an, ich bin ja, ich habe es ja schon vor zwei Wochen gesagt, ich bin ja halber Italiener, mein Vater ist Italiener. Mein Opa kam mit meinem Vater und der Schwester, die kamen 1959 hierher nach Deutschland für drei Jahre als Gastarbeiter, sind zurück nach Italien. Also haben das Wort wenigstens verstanden, Gastarbeiter. Und mein Vater kam dann 1970 zurück nach München. So, was ist damals passiert? Er hat keinen Integrationskurs bekommen, keinen Sprachkurs, gar nichts. Da hieß es nur, du hier arbeiten, fertig. Das war die Ansage. So, der hat sich komischerweise integriert. Der kann komischerweise selbst für sich sprechen, versteht alles und kann auch seine eigenen Briefe schreiben. Heutzutage kommen lauter Leute hierher, denen wird der Kurs angeboten, der Kurs angeboten, der Kurs und hier kannst du was machen, hier. Und die können kein Wort Deutsch. Das sind alles Pflegefälle. Die brauchen Pflege bis zum Tod. Man darf auch ein einziges vergessen. Ja, nee, aber es wird ja immer behauptet, wir müssen ja noch mehr dafür tun. Wir müssen noch mehr für Integration sorgen. Die fühlen sich abgehängt. Und die ganzen Quatsch da. Wie hat das denn mein Vater alleine hingekriegt? Ja, aber du musst auch eines bedenken, es ist ja heute mittlerweile auch schon so, dass es diese türkische Community, dass es da auch welche gibt, die seit 30, 40 Jahren hier sind und kein Deutsch können. Weil sie eben in einer Parallelgesellschaft, im wahrsten Sinne des Wortes reden, die haben nur türkische Freunde, die arbeiten im türkischen Laden und so weiter und so fort. Da ist gar kein Bedarf. Deutsche, die wollen auch nur in diesem türkischen Bereich bleiben. Und was habe ich jetzt da heute gelesen? Irgendwie aus Rumänien kommt ein halbes Dorf irgendwo nach Nordrhein-Westfalen, wo also viele Rumänen sind. Und da kommen jetzt noch mal 4.000 rüber. Das heißt, das ist die Problematik. Und ich denke mal, das kann man gar nicht verhindern. Und das war vielleicht bei den damaligen Gastarbeitern auch gar nicht so, weil die hierher gekommen sind. Die haben bestimmt Landsleute getroffen. Aber jetzt sind eben so viele Landsleute schon da, dass man, wenn man hierher kommt, eigentlich gar nicht mehr den Bedarf hat. Man kann zum Türken einkaufen gehen. Und es gibt türkische Ärzte und so weiter und so fort. Also das ist das Problem einfach. Und die waren auch damals dankbar. Wie war es denn? Die kamen mit ihrem Pappkoffer an, Italiener, oder die Spanier. Richtig. Und da kamen die in so, ich sag mal, Baracken. Wenn man das so in alten Filmen sieht, wie so in Baracken. Da wohnten die da mit Deckachter in so Doppelstockbetten. Und nachdem die da mal ein, zwei Jahre hier waren, da waren die selig und froh, als sie dann eine Wohnung kriegten. Die waren also dankbar, aus diesem Event rauszukommen. Wie ist denn heute? Ja, die werden empfangen mit offenen Armen kriegen, alle Zuwendungen, alle Sozialleistungen. Das hat sich ja auch total verändert, das Bild. Ja, aber warum sollen die dankbar sein? Wir warten ja nur darauf, denen Gutes tun zu können. Ich habe letztens gehört, also ich weiß nicht, ob das stimmt, dass Asylanten für ein Kind 1.000 Euro bekommen und Deutsche eben halt nur auch nur 180 Euro. Da habe ich noch nichts von gehört. Also die 180 Euro sind ja, glaube ich, das Kindergeld. Richtig, genau. Aber dass ein Asylant 1.000 Euro für ein Kind bekommt. Ja, aber das liegt dann daran, dass der ja nicht arbeitet. Der kriegt dann das Kindergeld plus eben noch Geld, damit das für die Wohnung und so weiter. Ja, genau, das ist alles. Wohnung, Kleidung, Essen, KDU, Unterkunft und so weiter. Deutsche Kurse. Genau, aber es ist ja auch so, wenn man so sieht, in vielen Behörden sind ja mittlerweile auch Schilder und so weiter und so weiter auch in fremden Sprachen da. Das ist ja schon der nächste Fehler, dass wir jetzt anfangen, uns anzupassen und Broschüren und Formulare auch in Fremdsprachen rauszugeben, statt zu sagen, nee, wenn du das ausfüllen willst, wenn du Kohle haben willst, dann musst du dir eben das deutsche Formular ausfüllen können. Richtig. Richtig. Also da ist ja kein Anreiz mehr dann da, sich damit zu beschäftigen. Ja, aber die füllen das Ganze, das ist witzig, die füllen das Ganze aus, die füllen das Ganze mit irgendwelchen Helferlein aus. Genau. Das gab es ja früh überhaupt nicht. Vor allen Dingen das Läscherchen. Die haben sogar noch einen Übersetzer, also die haben hier einen linken Vollidioten, Entschuldigung, dabei. Die haben hier einen Übersetzer noch dabei. Keine Ahnung, eine ganze Mannschaft läuft da anscheinend ein, um das Ganze dem zu genehmigen. Das gab es ja früher gar nicht. Heutzutage wird alles dafür getan, dass derjenige alles kriegt, was der Rechtsstaat zulässt. Aber was dieser Staat zulässt, es wird nicht mehr hinterfragt, gar nichts mehr. Schau mal, bestes Beispiel. Ich habe mal kurzzeitig im Nebenjob in der Gastronomie gearbeitet. So, was machst du heute, wenn du in die Gastronomie gehst? Du gehst zum Gesundheitsamt oder zum Arzt und schaust dir da ein kurzes Filmchen an. Das ist ein Film über einen Typen, der jetzt gerade eine Grippe kriegt und der muss sich halt jetzt da melden bei der Behörde, weil sonst kriegt er Probleme. Früher war es so, in Deutschland, du musst zum Gesundheitsamt gehen, musstest eine Blutprobe abgeben, eine Stuhlgangprobe, eine Urinprobe, alles Mögliche, damit du überhaupt dazu zugelassen wirst. Heute schaust du dir einen dummen Film an. Ja, Gesundheitszeugnis, genau. Schaust dir einen dummen Film an und sagst, auch als Ausländer, ja, ja, habe ich verstanden. Ja, genau, du bist auf Deutsch der Film gewesen, du kannst keine drei Worte Deutsch sprechen, aber du hast den Film verstanden. Das ist das ganze Gesundheitszeugnis. Und damit darfst du in der Gastronomie arbeiten. Da wird auch nicht abgefragt. Ja, ja, das ist ja das. Das ist irrsinnig. Du stehst da in diesen Saal rein. Das Härteste ist ja auch noch, wenn ich unterbrechen darf, das Härteste ist ja auch bei, denen wird ja auch hier die Facherlaubnis erlaubt und dann auch noch die Prüfungsfragentheorie auf Arabisch vorher noch übersetzt, dass sie es lesen können. Und wenn sie es nicht lesen können, dann steht noch ein Übersetzer oder einer, der sie es vorlesen können, weil sie anders aus dem sind. Aber haben die dann überhaupt hier was zu suchen in Deutschland? Also ganzen Verkehrsschilder, Unterzeichen, also hier wie nur Fußgänger oder nur Anwohner oder Anlieger. Können die das überhaupt lesen, so ein Scheiß? Oliver, sehr schön. Genau. Das heißt... Ja, aber verstehen Sie. Also den wird bloß Togon in den Arsch geblasen. Also das heißt, wir brauchen dann, die Verkehrsschilder müssen dann so sein, wenn es jetzt zum Beispiel hier ist, also es gibt ein Verkehrsschild mit irgendeiner Zusatzinformation unten drunter und dann wird es in 20 Jahren einfach so oder noch in 5 Jahren so ausschauen. Unter dem eigentlichen Verkehrsschild sind auch noch 30 andere Schilder in 30 Sprachen. Die erzählen, hier darf man nur von 12 bis 16 Uhr oder was? Nee, das ist falsch. Also da stehen dann halt extra Schilder hier 200 Meter hoch oder aller 10 Meter irgendwelche Schilder in anderen Sprachen. In 50, 60 oder 100 verschiedenen Sprachen. Selbst hier der letzte Ohreinwohner in Afrika oder was weiß ich, Lateinamerika das lesen kann. Und wenn es bloß UUU ist. Aber habt ihr denn so die Tage zufällig den Film gesehen im Fernsehen, dass also die Behördenangestellten mittlerweile also wirklich Nahkampfausbildungen mitmachen? Da war ein großer Bericht im Fernsehen, ich weiß nicht, gestern oder vorgestern, die am Empfang sitzen, die kommen jetzt zum Teil hinter Glas, so wie bei der Sparkasse früher. Weil dann hat jemand versucht, dann über die Theke zu springen, die sind bedroht, die werden geschlagen. Eine Sachbearbeiterin ist auf ein Fenster gesprungen vor lauter Angst und jetzt machen die also solche Selbstverteidigungskurse. Ich weiß jetzt nicht mehr, in welcher Stadt das war. Kann ich jetzt nicht mehr sagen. Also das ist ja erschreckend, so was. Ja, das Krasse ist einfach, was ich ja auch mitfinde hier, dass hier Einsatzkräfte, die Feuerwehrleute oder gerade erstmal Ambulante hier, Notärzte, Sanitäter, sich selber damit versorgen müssen mit Sicherheitskleidung. Das wird ja nie gestellt. Ja, die machen Selbstverteidigungskurse und so was alle. Nein, wie nur Kurse, sondern auch hier Stichdisch-Rivest oder sowas. Und das tun sie aus ihren eigenen Kassen bezahlen. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Ich glaube, ein Beispiel, also ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den Oliver Flesch, der hat ja ein Interview gehabt mit denen hier, der Sanitäter ist, aber auch gleichzeitig hier Biker-Pastor. Und der hat das ja so erzählt. Also die tun sich selber eindecken, weil von der Stadt oder von der Kommune, vom Land oder vom Bund nichts kommt. Weil es immer heißt, ach nee, das sind alles traumatisiert, das sind alles friedliche Leute. Also was ist denn das für eine Scheiße? Also ich muss ja sagen, beim Zuhören stelle ich wieder fest, wir Deutschen müssen wirklich die blödste Rasse auf der Welt sein. Wir sind zwar in dem sichersten Land der Welt, aber offensichtlich sind wir alle total blöd, was hier abläuft, wie ihr schon beschrieben habt. Und dann gibt es ja noch viele, die einfach das nicht merken. Die kriegen nicht mit, dass jetzt diese, also auch, dass die öffentlichen Medien einfach diese Fälle, das darf halt nicht darüber berichtet werden, weil das wäre halt ausländerfeindlich. Nein, nein, man liest ja auch nicht mehr darüber. Das liegt ja daran, weil sie alle linksgrün sind. Ja. Was ich da sehe im Politikversagen, da stehen mir die Haare zu Berge, wirklich. Richtig, aber wenn ich da auch nicht schauen würde, würde ich es nicht mitkriegen. Ja, nee, genau, das ist richtig. Also, und wenn ich auf YouTube noch verzichten würde, dann würde ich es einfach nicht mitkriegen. Ich sage mal, Leute, ihr müsst die Nachrichten aus Österreich und aus der Schweiz lesen. Aus Deutschland, das kannst du vergessen. Ja, das stimmt. In Österreich geht es also wirklich ziemlich heftig zur Sache. Da gibt es ja auch immer diesen Sender, den habe ich jetzt, diesen Ö24 da, mit dem Fellner Live, der immer wieder so ganz interessante Themen hat. Aber das ist recht kurz. Und dann gab es noch ServusTV Talk im Hangar 7. Richtig, genau. Diese Woche, da ging es auch wieder über den Islam. Da war auch der Bruder wieder zu Gast. Der war ja schon mal vor einigen Monaten dort und hat ziemlich ausgeteilt. Das wollte ich mir noch anschauen, bin noch nicht dazugekommen. Liste findet man aber bei YouTube. Heißt Talking Hunters Hangar 7. Und die lief, glaube ich, vor zwei Tagen. Wurde ich mir auch noch angucken. Das ist immer interessant. Der deutsche Talkshow wird ja nicht mehr eingeladen. Genau, der wird dann immer eingeladen. Und wenn man diese Talkshow sieht, Talking Hunters Hangar 7, wenn es um dieses politische Thema Islam geht, etc., dann merkt man, dass in Österreich noch viel freier gesprochen werden kann als bei uns. Eine solche Talkshow, ja. Da würde die ARD sich entschuldigen und sagen, ja, um Gottes Willen, der Moderator wird entlassen oder sonst irgendwas. Da wird viel offener noch gesprochen. Und dafür wieder zu sprechen. Die Sendung gleich ganz ein. Ja, wahrscheinlich, genau. Hast du heute die Bundestagsdebatte gesehen? Nein. Da ging es unter anderem, die AfD hat einen Antrag gestellt gehabt, dass also diese, wie nennt man das, diese Entwicklungshilfe, dass die Schwellenländer, in verschiedene Schwellenländer nicht mehr gezahlt werden sollte. Unter anderem Pakistan, Indien und so weiter. Aber meinst du, was da los war? Da muss man sich mal vorstellen, das sind Atommächte. Und wir zahlen denen Millionen, damit ihre Leute nicht verhungern. Das stimmt aber nicht. Das muss man denn sein in Deutschland. Also da muss ja eigentlich, wenn man es jetzt mal so betrachtet, alles, was man jetzt schon auch jetzt in den letzten paar Minuten gehört hat, da muss man aber feststellen, es muss eine radikale Wende kommen. Ja. Und das kann man auch verstehen, dass die Amerikaner, mit denen Trump gewählt haben, weil bei denen sich das ja alles mit den Demokraten auch so in diese Richtung entwickelt haben. Und wahrscheinlich wird es in Deutschland wieder darauf hinauslaufen, dass irgendeine ganz radikale Wende kommen muss. Weil anders kriegst du den Laden doch hier nicht mehr sauber. Aber ich fürchte, die radikale Wende geht ins genaue Gegenteil. Guck mal, wie die Grünen stehen. Ja. Und wenn dieser Sommer auch noch wieder heiß wird, dann sind die nächstes Jahr bei 28 Prozent. Das ist das Schlimme. Ich kann ihm aber auch nur erklären, dass bei den Grünen, wir vergessen, jedes Jahr verlasst eine Generation die Schulen und sind linksgrün eingestellt. Und der linksgrüne Schüler, der wählt aber eher lieber grün, weil er sagt, na, grün, das ist, die sind hipper, die sind moderner, die sind besser, links, das ist schon wieder komisch. Die SPD ist ja auch gar nicht mehr richtig links, die ist ja irgendwie ganz komisch. Ich will nur einfach sagen, da kommt jedes Jahr, kommt neues Potenzial. Und das wird, ich glaube, das ist auch ein Punkt, warum die Grünen so weit oben sind. Aber wartet mal ab, wenn jetzt mal hier eine Wirtschaftskrise kommt und es wieder eine Massenarbeitslosigkeit gibt oder was weiß ich was alles, was dann, da werden ganz andere Themen dann wieder kommen. Ehrlich, man darf das gar nicht sagen, aber ich freue mich jedes Mal, wenn ich für die entlassen will und die entlassen will. Mir tut zwar der einzelne Angestellte oder Mitarbeiter da leid, aber das muss noch viel, viel größer werden, damit der Deutsche merkt, boah, jetzt geht es mir aber so richtig ans Eingemachte und ans Portemonnaie. Aber da habe ich gestern schon bei YouTube auf jemanden geantwortet. Die Konsequenz der Bundesregierung wird nicht sein, wir sparen jetzt an den Migranten. Die wird sagen, wir machen noch mehr Schulden und wir hinterlassen unserer Jugend und unseren Enkeln noch mehr an Schulden. Das ist das Problem. Die ziehen die falschen Schlüsse. Aber das Schöne ist, dass... Ja, wir können nicht die einen gegen anderen ausspielen. Die Rentner nicht gegen die Migranten, ja. Wenn man also sagt zum Beispiel, statt da Tausende oder Millionen zu verpulvern, guckt mal, die eigenen Obdachlosen und die armen Rentner vielleicht besser versorgt werden, dann heißt es sofort, ihr spielt die einen gegen die anderen aus. Das wäre unredlich. Ja, ja. Aber das machen ist unredlich. Der deutsche Rentner, die deutsche Oma, die traut sich ja nicht mal mehr zur Tafel zu gehen. Ja, eben. Ne, so weit ist es doch schon gekommen. Ja. Ja. Und der Asylant, der Asylant holt auch nicht die leeren Flaschen aus dem Mülleimer, weil der sagt, die paar Cent, da gehe ich lieber mit meinem Messer an den Nächsten ran und zockt ihm das Handy oder die Jacke ab. Ja. Das ist viel effektiver. Aber ich wohne in NRW, aber ländlich. Und dann steht in der Zeitung. Ich sehe nicht so viele Ausländer, sage ich jetzt mal. Aber ich kriege die Krise, wenn ich mit meinem Mann mal nach Essen fahre. Da finde ich keinen Deutschen mehr auf dem Bahnhof zum Beispiel. Wir können hier von uns, wo ich wohne, im Zug steigen und fahren da drei Stationen weiter und sind in Essen Hauptbahnhof. Aber das ist doch auch, Conny, du musst auch das Positive sehen. Das ist für dich wie ein Auslandsurlaub. Ach nee. Andere fliegen extra in die Türkei, um dieses Erlebnis zu haben. Du brauchst nur nach Essen fahren. Ja, aber wenn du in der Türkei Urlaub machst, dann sitzt du am Strand doch zwischen Europäern. Ja. Ja, und das ist der Türkei, den du siehst, der das Bier an den Strand bringt. Genau, du wirst dann bedient und nicht überfallen. Okay, das ist der kleine Unterschied. Aber es ist natürlich auch eher ein Abenteuerurlaub, da nach Essen zu fahren, Conny. Das kann einer werden, ja. Also ich habe immer Angst, wenn mein Sohn freitags oder kommt, beziehungsweise wenn der Sonntagnachmittag wieder fährt nach Augsburg mit dem ICC, dann sage ich immer, hör mal, ja, das ist ja, ich weiß schon. Ich soll mich nicht so nah an den Bahnsteig stellen. Die schuppen einen von. Und ich soll aufpassen, wenn ich durch den Dinges gehe. Okay, ja, ich sage, aber wenn ich es dir nicht gesagt habe und dir passiert war, dann wäre ich meines Lebens nicht mehr froh. Da muss man sich mal diesen Wahnsinn vorstellen. Da wäre ich doch vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren überhaupt nicht auf die Idee gekommen, meinen erwachsenen Sohn dahingehend diese Dinge da mit auf dem Weg. Oder ich sage, wenn da einer komisch ist im Abteil, ich sage, dann geh dem lieber aus dem Weg. Ja, und die Treppe muss rückwärts runtergehen. Aber jetzt pass mal auf, Essen, nochmal auf Essen zurückzukommen. Klingt jetzt wahrscheinlich total verrückt, aber halte ich durchaus möglich, dass es in den nächsten ein, zwei Jahren so eine Forderung kommt, dass die deutschen Städte auch umbenannt werden müssen. Dass Essen nicht nur Essen heißen soll, sondern dass die Muslime darauf bestehen, dass die Stadt umbenannt wird. Ja, und wie? Ja, das, da... Irgendwas mit Allah. Es-Klammer-Bad. Genau, Heim des Allah, irgendwas. Also wenn du hier durch Altenessen gehst oder fährst, da siehst du auch nur türkische Geschäfte. Oder Hutrop. Hör mal, ein türkischer Laden am nächsten. Brautmoden, Oh, Dönerladen. Hör mal, da denkst du, du bist ein bisschen kleiner, Entschuldigung. Ganz ehrlich, das ganze Landschaftsbild ist verändert. Und ich dachte ja, ich wohne auf dem Land, aber wir haben also vor einem halben Jahr so eine Sicherheitsfirma kommen lassen. Wir haben Riegel unten an der Nebeneingangstür, an der Bar, oben so schwere Riegel. Wir haben unsere ganzen Fenster verriegeln lassen und mit Jalousien und so, die man von außen nicht hochmachen kann. Weil ich schon Leute gesehen habe, die gingen hier nachts um halb zwei bei uns einen Berg hoch, die Straße hoch. Ein Mann und zwei Frauen mit Kopftuch. Da dachte ich, und guck mal, uns in eine Einfahrt rein. Wir haben ein paar BMWs und so weiter und dann hat mein Sohn vielleicht seinen nicht in eine Garage gestellt. Die guckten und da hat man automatisch ein schlechtes Gewissen. Was macht der auf dem Land um halb zwei Nacht und glotzt sich da durch die Gegend? Ja, das machen die hier bei uns auch. Das ist dann unser Haus gesichert. Und das wäre vor Jahren, wir haben nie auf so eine Idee gekommen. Ja. Die Frauen, die latschen hier bei uns auch. Also das machen die, fahren nachts auch mit ihren Kinderwagen durch die Gegend. Darf ich mal? Aber hier ist nur Riese und Wald und sonst nix. Also wer hier kommt und guckt und guckt in den Hof rein oder in eine Einfahrt rein, da wirst du schon irgendwie ein bisschen misstrauisch. Naja. Und man sieht den Leuten ja vielleicht auch, die haben los den Unrecht. Aber es passiert einfach viel zu viel. Das ist das Elend. Das ist das Thema Sicherheit. Selbst auf dem Land ist man unsicher. Ja, darf ich mal, weil wir das Thema schon hatten, darf ich mal fragen, hat schon jemand von euch ein Problem mit Rassismus gehabt? Also ich meine jetzt ja, für sich selbst. Als Deutscher, dass man sich rassistisch beleidigt gefühlt hat. Ja. Ich wurde schon ein paar Mal als Nazi gezeichnet. Ja, genau, wollte ich sagen. Kann man den Bekanntenkreis nicht äußern, dass man AfD-Freund ist. Ja, das ist ja schon mal gar nicht. Sagen wir es mal so, das ist ja normal. Ach so. Sehr Standard. Ich hatte 1999, das ist jetzt kein Witz, ich hatte 1999 das Erlebnis, weil es kommt jetzt so raus, also mittlerweile gibt es das ja, weil es etabliert sich langsam, die Mikroaggression. Kennt vielleicht jeder Fragen, woher du bist und so ist schon eine Aggression. Ja, das war ein Film. Ja, genau, genau. Das hatte ich schon 1999. Und jetzt kommt der Witz an der Sache. Es war damals, damals war ich 15 oder 16 Jahre alt. Ich war gerade von meiner Mutter rausgegangen und wollte nach Hause fahren. Es gab damals keine Zigarettenautomaten mit Geldscheinen, sondern nur mit D-Mark und entweder hast du Kleingeld gehabt oder nicht. Und ich habe zwei ältere Herrschaften damals gefragt, das waren wohl laut meiner Überzeugung Türken. Ich gehe auf die beiden zu. Haben sie vielleicht eine Zigarette für mich. Dann schauen die sich gegenseitig an, schauen mich an und dann sage ich so, noch dazu, zusätzlich, bitte. Ja, woher du kommst? Ja, aus Schwabing. München, Schwabing halt, oder? Nein, nein, welches Land? Dann sage ich ja, Italien. Ah, Italien, hier, Zigarette, kriegst du. Und ich habe tatsächlich damals gefragt, das ist kein Witz, ich habe damals gefragt, ja, was wäre denn gewesen, wenn ich gesagt hätte, ich wäre Deutscher? Ja, ja, dann nix, Zigarette. Dann habe ich beim Weckgehen ganz laut genug gesagt, ach, so weit sind wir schon. 1999 wohlgemerkt. Nicht gestern oder 2005. Ja. Ich habe das ja damals nicht als rassistisch empfunden, sondern ich habe mir halt nur gedacht, ja gut, die haben nur ab, nein, irgendwie ein Deutscher, okay? Die hassen die Deutschen, mehr nicht. Heutzutage, wenn das nicht rassistisch ist, ja, was denn dann? Also ich meine, ich habe Italiener gesagt, ich bin aber auch Deutscher. Aber die haben ja noch extra noch mir noch bestätigt, das, was ich wissen wollte. Ja, wenn du Deutscher gesagt hast, dann gibt es keine Zigarette. Eine dumme Zigarette. Ich wollte keine Frau haben oder sonst irgendwas. Das ist das Interessante an der ganzen Geschichte. Also ich meine, heutzutage wäre sehr rassistisch. Die haben die Meinung, die vertreten, denke ich, eher die Meinung, der Deutsche, der hat schon alles, der braucht von uns nix. Na, ich würde eher sagen, der Deutsche ist ein Arschloch und der kriegt von uns nix. Ja, oder so, genau. Ja, oder so, genau. Ja, das Arschloch, ne? Ja, das Arschloch, das einen aufnimmt. Ja, genau. Ja, aber das ist ja auch, das ist ja auch, dass man jetzt nicht mehr fragen darf, meinetwegen jetzt kommt eine schwarze Frau und irgendwie, man kommt ins Gespräch und wenn man dann sagt, ach, wo kommen Sie denn her? Ja, aus Augsburg oder aus Frankfurt. Und wenn man dann sagt, nee, ich meine ursprünglich so, wo kommen Ihre Eltern? Das ist schon rassistisch. Da fühlen Sie sich schon beleidigt und ausgefragt. Und warum kann man nicht, warum muss ich mich hier rechtfertigen? Darum geht das doch gar nicht, ja? Wenn einer aus Bayern hier mit mir zusammentrifft, irgendwie bei EDEKA oder so, und ich komme mit ihr ins Gespräch, dann würde ich auch sagen, ach, wo kommen Sie denn her? Das ist doch auch nicht rassistisch. Man hört ja an der Sprache, dass sie nicht aus Norddeutschland kommt oder so. Ja. Dass sie aus Bayern kommt, ja? Ja, heute ist ja fast ja alles rassistisch. Das ist doch einfach nur nötig das Interesse, sonst nix. Also wenn ich da an meine Schulzeit zurückdenke, da war früher war das so, da haben die gleich gesagt, ich bin Portugiese. Da wusste man das und da brauchte man nicht mehr fragen. Die haben das gleich gesagt damals. Früher war das so. Ich bin Türke. Ja, da war jeder im Grunde genommen stolz auf seine Nation. Aber die Türken sind ja teilweise jetzt immer noch. Also einige. Ja, richtig. Aber früher war das normal. Ich sag mal, als Kinder ist die Situation da vielleicht noch ein bisschen anders, als wenn man da jetzt mit einem Erwachsenen auf der Ebene da redet. Aber das war früher halt so. Also da wurde gleich gesagt, ich bin dies und dann war die Sache erledigt. Da hat dann auch keiner mehr nachgefragt und da brauchte sich auch keiner mehr irgendwelche Rassismusvorwürfen stellen. Ja, was ist denn daran rassistisch, wenn ich mich interessiere, wo die, wenn die jetzt gesagt haben, ich komme aus Nigeria, da hätte ich gesagt, oh, das ist aber toll, Mensch. Wie ist es denn da so in Nigeria? Mich würde das also interessieren, wie leben die da, die Menschen oder so. Aber deswegen bin ich doch nicht rassistisch. Nur weil ich mich jetzt nicht rassistiere. Aber die fühlen sich gleich angegriffen. Nein, ich sag das. Ja, früher wurde das gleich geklärt und heute musst du fragen, weil sie es dir nicht sagen wollen. Und wenn du fragst, dass eine Frage rassistisch sein kann, kann ich auch irgendwie nicht verstehen. Wie kann eine Frage rassistisch sein? Ich kann einen höchstens rassistisch beleidigen. Ja, weil du, ja, das wird ja so ausgelegt, dass gesagt wird, du fragst die Person nur, weil du weißt, sie kommt von woanders. Ja, das ist ja aber offensichtlich. Ja, das ist ja offensichtlich. Ich meine, die schwarzen Hände, die sind nicht verheimatet. Dann kann er doch nicht interessieren, wo die herkommen, aus Amerika oder wo auch immer. Dass er nicht hier aus Deutschland stammt, ist ja wohl klar. Ja, sag ich jetzt mal. Ja, und genau diese Frage ist ja rassistisch, weil du ja siehst, er kommt von woanders her. Es ist nicht meine Auslegung, ich habe es nur gelesen. Ja, ja, ja. Es ist ja, die Intention dahinter ist, du siehst jetzt zum Beispiel den Neger, du fragst den, woher kommt der? Der sagt, ja, okay, er kommt zum Beispiel aus Düsseldorf. Und du denkst dir halt, ja, wie kann denn der aus Düsseldorf sein? Das steckt dahinter. Ich meine, früher hat es keine Sau interessiert. Mein Gott, wie oft wurde ich als Grieche dargestellt und ich bin kein Grieche. Ich habe mich auch nicht beleidigt gefühlt. Ich habe mich erst beleidigt gefühlt, als mich jemand am Flughafen gefragt hat. Als ich gerade aus Italien kam, aus dem Urlaub, kam eine Frau von American Express her. Bist du Türke? Ich so, willst du mich beleidigen oder wie? Habe ich tatsächlich so geantwortet, die hat nichts mehr gesagt. Ich bin weitergegangen und fertig. Aber ich meine nur, genau das meint ihr. Aber wenn wir zwei jetzt nebeneinander im Flugzeug sitzen und kämen ins Gespräch und ich würde dann sagen, ach, wo kommt die denn her oder so, ne? Ja, und ihre Eltern? Wärst du dann beleidigt? Ich überhaupt nicht, mir ist das scheinbar egal. Dann würde ich sagen, ach Mensch, aus Italien, aus welcher Ecke denn? Da war ich auch schon mal oder irgendwie. Ja, dann würde ich es eher als Interesse auslegen. Oder Interessensfreundliches. Das hat doch mit Rassismus so überhaupt gar nichts zu tun, meiner Meinung nach. Ja, ich würde es eher als Interesse auslegen. Ja, exakt. Deswegen frage ich mir jetzt, woher kommst du eigentlich? Ich meine, wenn ich jemanden vorverurteilen will, dann sage ich ja gleich, du bist ja, keine Ahnung, ein Türke. Ja, da wäre halt eher abwertend gemein wahrscheinlich. Man muss auch mal ganz definieren, was sind Ethnien und was sind Rassen. Ne, da ist ja auch noch ein gewaltiger Unterschied. Ja, ganz ehrlich, mir ist das eigentlich ziemlich wurscht, woher jemand kommt. Ich frage, wenn ich jemanden frage, dann frage ich aus Interesse. Das heißt ja nicht, ich habe ja nicht nach der Staatsangehörigkeit gefragt. Die sagen dann immer, ja wieso, ich bin deutscher Staatsbürger. Ja gut, auch ein Schwarzer kann deutscher Staatsbürger sein. Sprich doch gar nichts dagegen. Aber warum kann man dann nicht sagen, ja meine Vorfahren stammen aus dem und dem Land? Ja, wo liegen deine Wurzeln? Es ist Beziehungs dabei. Ich kriege auch nicht mehr, die beobachten schon die Uhrzeit so richtig raus. Ja, aber man darf doch sagen, es gibt Wurzeln liegen. Das ist ja kein Rassismus. Ne, finde ich auch. Das habe ich aber im Fernsehen gesehen, dass die Leute, ich glaube, das war auch mal irgendwo bei Harderbar Fair, dass sie sich ewig rechtfertigen müssten, wo kommen sie her oder wo kommen ihre Eltern her. Ja, das ist hier die Jepi, die hat sich darüber aufgeregt, weil sie im Flugzeug auf Englisch angesprochen wurde und nicht auf Deutsch. Ja, und diese andere Comedian da bei Harderbar Fair hat sich auch aufgeregt. Aber das waren beides ausländische Tanten, die quasi, ja, ihre ausländische Brunst da schon vor sich her tragen. Also die schon vom Auftreten her so sind, dass man sich gleich fragt, ja Mensch, aus welchem Stall kommst du denn? Ja, das ganze Verhalten habe ich auch zu meinem Mann gesagt. Da war die diese Dicke da, die da ganz links außen ist. Genau, genau. Diese Comedientante da. Ja, ich sage, weißt du, deren ganzes Auftreten, das ist schon überhaupt nicht deutsch. So würde sich ein normaler Deutscher gar nicht aufführen. So ist es, genau. In dieser Art und Weise, ne? Und wir sollen das alles hinnehmen und respektieren? Nee, verstehe ich nicht. Und dann ist mir noch was aufgefallen. Ich habe vorige Tage mal einen Film gesehen, so aus den 60er, 68er Jahren. Da habe ich die Polizei gesehen, wie die mit den, die deutsche Polizei, wie die mit den Knüppeln auf die Demonstranten eingehauen hat, ja? So würde ich mir manchmal heutzutage wünschen, wie die auf die Antifanten da reagieren müssten. 16. Juni, die haben mit dem Paz da reingeschossen. Ja, die hatten dann, wirklich, die haben richtig draufgehauen. Und das war viel nimmer anstrengend. Ja, das ist ja gar nichts gewesen. Das ist ja gar nichts gewesen. Da hätte man auch sagen können, ah ja, der Krieg ist erst 20 Jahre her oder 30 Jahre her. Ja, jetzt sind zwar 70 oder noch mehr davon entfernt und unsere Polizei, die darf nicht eingreifen, weil wir da unsere Vergangenheit mit uns mitschleppen. Guck mal nach Frankreich, was die mit den Gelbwesten machen. Ja. Und wenn die Polizei in Frankreich damit nicht klarkommt, dadurch haben wir ja den Aachener Vertrag bekommen, dann kann die französische Regierung deutsche Polizisten nach Frankreich rüber berufen, aber umgekehrt genauso. Das heißt, wenn wir hier in Deutschland einen Bürgerkrieg beginnen würden, dann könnten die französische Polizei oder der französische Militär angefordert werden, um hier in Deutschland den deutschen Staat bzw. die Regierung zu schützen. Also das liegt nicht an den Polizisten, nicht, dass da jetzt ein falscher Eindruck nimmt. Das liegt an unserer Regierung. Nein, nein, nein. Ich bin dafür, dass alle Polizisten mit Tesern ausgestattet werden. Wie sollen die sich denn wehren? Wenn ich dann sehe, die stehen dann vor denen und schreien denen ins Gesicht und in den Ohren. Also das spucken die an und sonst was alles, ja. Und was die dann auch noch an Geld bekommen, das ist doch der größte Hohn. Ja. Richtig. Wenn einer aus der Polizeischule kommt, schade, dass Angel jetzt nicht da ist, die können einem die Frage beantworten, weil das sind ja feste Sätze, da verdient ja jeder das Gleiche. Ich denke mal 1200, 1300 Euro, wenn die aus dem Dienst, aus der Schule kommen. Das ist sicherlich. Ja, das ist nix. Nee. Man hat sich doch noch anders entschieden damals. Ich bin halt froh, ich sag, guck mal, wenn du die Chaoten da siehst, da stellst du jetzt dazwischen. Ja, also, aber es ist gut, dass es Menschen gibt, die das machen und noch unsere Rechte verteidigen. Aber die müssen mehr Zugriffsrechte bekommen, mehr Durchsetzungsrechte. Ja, damit die wollen wir uns nicht genommen werden können. Die müssen ja eh, denke mal, die wurde ja noch was weggenommen. Ja. Die dürfen ja nicht. Stattdessen müssen sie sich noch rechtfertigen, wenn sie da mal irgendwie wirklich ein bisschen derber zufassen. Und müssen sich noch sagen lassen, aber man hätte ihm auch ins Knie schießen können, statt ihn jetzt umschießen. Obwohl wirklich Lebensgefahr auch für den Polizisten bestand. Also, was da abfällt, das ist unglaublich. Wisst ihr eigentlich, was es früher neben der Polizei in München gab? Also, so 70er, 80er Jahre, nicht? Die schwarzen Sheriffs. Und die waren mal viel übler drauf als die Polizei selbst. Die hätten aber volle Staatsgewalt. Die schwarzen Sheriffs. Gibt es einen bei Google, schaut euch die Berichte an. Deswegen wurden die abgeschafft, weil dann die 68er-Bewegung kam, die ganze Schmale. Ja, es wurde halt dargestellt, dass die immer auf die Leute einknüppeln und sie verdreschen, wie sie ganz lustig sind. Klar, kann irgendwo gestimmt haben, aber auch nicht. Ich war ja nicht dabei, aber die gab es tatsächlich, die hießen tatsächlich schwarze Sheriffs. Da musst du dir mal vorstellen, wie lächerlich. Da machen die dann eine Sitzblockade, um jetzt einen Demonstrationszug von der AfD zu behindern. Da müssen die Polizisten die wegschleppen. Das ist doch nicht mehr normal soweit, oder? Also warum es die schwarzen Sheriffs nicht mehr gibt, kann ich kurz erklären. Weil Sheriff ist ja rassistisch. Weil Indianer, weißt du, Indianer-Kostüme darf man auch keine mehr tragen. Und deshalb braucht man auch keine Sheriffs-Kostüme mehr tragen. Das ist alles rassistisch, damals aus der Eroberung von Amerika. Das ist alles verboten. Der Cowboy geht noch. Ja, eben als Cowboy geht noch. Ja. Weiß ich nicht, genau. Die Grünen hätten bestimmt trotzdem was dagegen, weil da geht es um Tiere und so Zeug. Ja, davon geht auch raus. Darf ich ja auch nicht mehr als Scheich verkleiden. Genau. Für jeden Polizisten eine Bodycam und einen Teser. Und schon ist Ruhe auf der Straße. Da bin ich fest von überzeugt. Ah, ich weiß nicht. Da bin ich ja auch gar nicht so sicher, weil unsere Fachkräfte, die haben ja auch eine ganz andere Mentalität. Und mehr Hunde. Polizei Hunde. Die sind auch immer gut. Also ich hätte eine andere Variante. Meintrotz, Michael und dann Oliver. Ja. Alles doch. Das große Problem, was die Polizisten hier in Deutschland haben, ist nicht das Problem, dass sie nicht nur nicht dürfen, sondern wenn sie jetzt denken, sie dürfen und es anwenden, dann haben sie das Problem, dass sie einen riesen, zeitlangen Bericht schreiben müssen zu dem Ganzen. Und wenn es nur eine einzelne Person ist, wo sie jetzt mit der Hand, die müssen einen riesen Bericht schreiben. Und das schreckt die schon ab. Das ist das Problem. Ja, und sie werden angeklagt unter Umständen ja auch. Ja, das sowieso, das sowieso, das sowieso. Verlieren ihre Pensionsansprüche unter Umständen. Genau. Also das ist ja, wenn die USA gar nicht möglich, da hat jetzt der, die USA hat ja jetzt, die ist der einen da, diese Richterin da vom europäischen oder von dem Weltgerichtshof da gegen Menschenrechte das Visum für die USA entzogen, weil die einige amerikanische Soldaten anklagen will, ja. Da stürzt der Staat noch seine Leute, ja. Ja, und du glaubst doch nicht, dass da, also... Noch. Da kann einem jeder Polizist einfach nur noch leid tun, ja. Also, ähm... Der Polizist muss doch in die Lage versetzt werden, für Recht und Ordnung, äh, die Recht und Ordnung durchzusetzen. Das ist doch nicht, wenn er das nur als Monstrant vor sich her trägt und nichts machen darf. Das fehlt, das fehlt einfach alles weg. Eine Menschenkette und, 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 ja, und, und die grönen und brüllen und, 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 und machen weiter. Das geht doch nicht. Da müssen wir auch ihr Recht und Ordnung durchzusetzen. Da müssen wir auch ihr Recht und Ordnung durchzusetzen. Es fehlt einfach der Respekt vor der Polizei, vor der Uniform. Das fehlt, das ist weg. Ganz genau, das ist gar nicht mehr da. Nee. Und ich vermute auch mal, das wird auch wohl nicht mehr wiederkommen. Nee. Wenn ich mir dann solche alten Filme, hier, äh, Snake angucke zum Beispiel, ne, mit, äh, Kurt Russell, kennt wahrscheinlich auch jeder, da gab es zwei Teile von, da haben die, äh, die Stadt New York, äh, da haben die die ganzen Kriminellen reingepackt und so weiter und dann haben die da so eine Riesenmauer drum gezogen. Da ist doch das Flugzeug mit dem Präsidenten drinnen abgestürzt. Und dann musste der den da rausholen. Ja, solche, so was wird, wird's demnächst auch so bald geben. Und da wären Städte, da kommt eine Mauer drum und dann kommen da alle rein, die, äh, die unangenehm sind. Mhm. Die Respektlosigkeit kommt ja schon in den Schulen an, das ist ja das Problem. Ja, natürlich, den Lehrern gegenüber. Und die setzen sich dann fort, ne, bei Jugendlichen, oder vor Lehrern Respekt, von Eltern nicht und auch von der Polizei natürlich nicht, ne. Und irgendwo muss dann der Mann stopp gesetzt werden, dass zumindest die Polizei, die in Deutschland zur rechten Ordnung zuständig ist, da auch entsprechend ausgerüstet wird. Ja, deswegen gehen die ja bei diesen Demos, bei diesen Freitagsdemos, auch den vollkommen falschen Weg. Die bekommen dadurch ja noch, äh, noch Rückenwind, äh, dass, dass sie den Mund aufmachen sollen und, äh, und dagegen reden, ne. Aber das ist ja keine, keine Diskussion, ne. Ne, Schülerstreik, mein Gott. Und die Grünen hatten doch jetzt noch so jemanden, äh, beantragt, der die Polizei kontrollieren soll. Mhm. Also das war der nächste Kracher. Ich wollte dem Oliver nochmal das Wort geben, weil der wollte, glaube ich, was sagen noch, oder habe ich das übersehen? Ja, nee, das ist gut. Vielen Dank. Ähm, ich wollte nochmal was sagen wegen Thema Polizei. Ähm, es ist gut, dass Polizei gibt. Ähm, das Problem in meiner Sicht ist halt hier die Politik, die dann entscheidet, äh, dass zum Beispiel, ähm, Bewerbungskriterien runtergeschraubt werden, ähm, nach meinem Wissensstand. Also was ich zumindest gelesen oder auf, also im Internet recherchiert habe, äh, war ja einstmal, äh, musste fehlerfreies Referat, äh, Diktat ablegen, äh, auf Deutsch. Und, äh, und, äh, und, äh, diverse Sachen. Und, äh, zum Beispiel, beste Beispiel ist halt, äh, Berliner Polizeiausbildung. Also, was da in letzter Zeit, ja, also, und das tut ihm, äh, generell, wenn es in die Öffentlichkeit kommt, durch die Medien und generell, Internet ist ja präsent, äh, das zieht alle runter. Ja, alle Polizisten. Also, ich hab Respekt vor den Polizisten. Ich hab auch immer was mit der Polizei zu tun gehabt. Und zwar, äh, mir wurde im Keller eingebrochen. Also, sie sind ein harmloser Fall, aber vor vielen Jahren. Und, äh, als Polizei gerufen wegen Anzeige, hier, Diebstahl, also Einbruch. Und, äh, da haben sie mich erst mal beschuldigt, dass ich das, äh, selber gemacht hätte, mit, äh, mit Absicht wegen Versicherungsbetrug. Also, finde ich erst mal schon mal scheiße. Also, dass sie so blöde und aggressiv dann so mir gegenüber kommen. Also, ähm, da gibt, es gibt auch Schlöcher bei der Polizei. Es gibt überall Schlöcher. Aber es gibt viele gute Leute. Und, äh, da sollte man schon bei der Ausbildung richtig aussortieren. Und solche Arschlöcher wie, zum Beispiel, Berliner Polizeiausbildung, äh, wo dann halt hier die Schüler den Lehrer bedrohen und sowas. Also, klein abschieben. Das Problem, was die Berliner Polizei hat, dass die von den Clans mittlerweile unterwandert wird. So, und dann, dann ist ein Clan Mitglied bei der Polizei. Also, das ist meine Meinung. Und dann wird dieser Polizist, der wird dann möglicherweise noch zu einer Schule berufen, äh, gerufen, äh, weil dort ein, äh, ein islamischer Mitbürger da Terror macht. Dann kommt er da hin und dann sagt er, ach, Onkel Mustafa, du hier. Und dann, dann geht das schon seinen Weg. Ja, und der Polizist hat ja auch die Möglichkeit, auf viele Daten zu greifen. Aber es war doch jetzt, glaube ich, die Woche der große Blitzer-Marathon wieder in Deutschland, ne? Ja, richtig, ja. Ja, eigentlich, ja, da braucht man diesen riesen Aufwand, um die armen Autofahrer zu schröpfen. Warum hat man dieses ganze Personal nicht genommen, in die Innenstädte geschickt, um mal die ganzen Migranten zu checken, ob die Messer dabei haben? Ja, das wäre meine Idee. Wahrscheinlich hätte man wirklich, äh, mehr Messer gefunden, als irgendwelche Knöllchen ausgeteilt, ja. Aber, ähm, na gut, okay, das war natürlich jetzt wieder ein ganz böser rechter Vorschlag. Ich schäme mich schon fast dafür. Ja, da war kein rechter Vorschlag, dafür musst du dich nicht schämen, ey. Doch, schämen mich nicht. Nein, da war einiges passiert. Die machen aber jetzt schon mal. Ne, das ist eine sehr gute Idee. Ich habe heute noch gesehen, in Wuppertal, da, das ist ja, ich glaube, letzte Nacht oder was, mit dem Oberbürgermeister in die T-Shirt-Bars gegangen sind. Und haben da kontrolliert und aufgeräumt. Und da habe ich jetzt schon öfter, in Essen waren sie unterwegs, bei so Clans, also da geschieht schon mehr als, als noch vielleicht vor einem Jahr. Ja, aber dann ist die Polizei ja gleich sehr rassistisch und, äh, dann heißt es ja, es wäre, ich würde dreimal an einem Abend kontrolliert. Ja, und die Polizei darf ja dann sowieso keine, keine Ausländer nach Messern kontrollieren, sondern sie müssten dann auch alle Deutschen und auch einen 70-jährigen Rentner kontrollieren, ja. Weil nur nach dem Aussehen dürfen sie ja nicht, ne. Ja, jeder normale Mensch sagt sich ganz klar, ich, ja, das wäre rassistisch, aber jeder normale Mensch sagt doch, ich, 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 ich suche mir die aus, die Zielgruppe, wo ich schon weiß, der, der, der schaut verdächtig aus. Nee, ich finde das ja schon rassistisch, dass man größer Leute kontrollieren darf. Die Polizei, die macht, die Polizei macht ihren Job teilweise gut, teilweise schlecht, eigentlich mehr gut. Aber jetzt kommt der Witz an der ganzen Sache. Ich kann nur von der bayerischen Justiz sprechen. Dann stellt sich der Seehofer hin, oder, keine Ahnung, der Söder mittlerweile, und, äh, sagt, ja, unsere Statistik ist gut, so und so viele Leute wurden festgenommen, so und so viele Leute wurden, äh, verurteilt und bla, bla, bla. Ja, so, wenn du dich mal in den Kreisen der, ähm, verurteilt und umhörst, und du musst dich nur vor irgendeine JVA in Bayern stellen, egal welche, und du hörst dir die ganze Geschichte an, schaust dir die Akten an, ich hab viele Akten gesehen in meinem Leben, dann denkst du dir, wieso wurden die eigentlich verurteilt? Wegen was? Der ist zum Beispiel schwarz gefahren mit der U-Bahn. Ja. Ähm, ähm, und gleichzeitig kommt, pass auf, gleichzeitig kommt einer frei, der, äh, was Schlimmeres gemacht hat oder ein Gefährder ist. Ja. Weißt du, warum das passiert? Das passiert deswegen, weil die kleinen Leute greifbar sind. Die sind außerhalb, also die sind eigentlich innerhalb des Schirms, man spricht in diesen Kreisen von einem Schirm, sind greifbar. Es sind keine großen Leute, die kann man leicht greifen, die sind unwichtig, sind tatsächlich kein Menschen. Und die sind nur gut für die Statistik. Das heißt, du kannst dann die Statistik gut darstellen. Das macht aber die Justiz, das macht nicht die Polizei. Ja, und, äh, das ist das. Da werden Leute verurteilt, da fasst du dir an den Kopf und denkst dir, auch Ausländer, Gott, ich will, passiert auch, nicht nur Deutsche, auch Ausländer. Da denkst du dir, ey, was ist denn hier los eigentlich? Was machen die hier eigentlich? Bei uns hier, bei uns hier im Nebenort, ne, da hat ein Asylant, der hat einen Asylantenhelfer abgestochen mit sechs Messerstichen. Das ging durch die Presse, äh, die Verhandlung war hier bei uns in Münster. Und, äh, der wurde freigesprochen. Ja. Und warum? Der Junge war aber tot. Mit sechs Messerstichen, der wurde freigesprochen wegen Notwehr. Ah ja, genau, genau. Der hat sich mit sechs Messerstichen verteidigt. Ja. Wie geht das? Das muss mir mal einer erklären. Wie kann man so viel Zeit haben, sechsmal zuzustechen? Einmal irgendwo in die Schulter rein und dann die Beine in die Hand. Das wäre der Weg gewesen. Maximal. Aber überhaupt ein Messer bei sich zu führen, das ist ja schon mal das Ding. Ähm, ne, der ist mit dem Messer ja sogar vorsätzlich dahin gegangen. Der hat das ja bewusst mitgenommen. Ja, nicht bewusst. Das gehört ja zu der Kultur. Nee, ähm. Das ist die kulturelle Bereicherung. Das darfst du nicht mehr vergessen. Nee, das war wie folgt, ähm, äh, dieser Asylbewerber, Asylant, wie man es beteiligt, wenn es ist, ähm, der hatte mehrere Mädchen, äh, in der Schulklasse oder im Studium, äh, belästigt. Und der, äh, der wollte ihn zur Rede stellen. Also Asylantenhelfer wollte ihm zur Rede und halt zurechtweisen. Also mit Worten, verbal, also Mann gegen Mann, auch verbal hier so, Junge, kannst du nicht machen und so eine Scheiß. Also. So, äh, und da ist der schon mit dem Messer angekommen, obwohl es hieß, Aussprache. Ja, das ist doch ganz klar, also, Oliver, das ist doch ganz klar, der hat doch ganz eindeutig, der Asylhelfer den, äh, den Asylanten in seiner muslimischen Ehre gekränkt, indem der sich in seine Frauengeschichten einmischt. Genau. Das ist doch ganz klar, dass man da natürlich aus Notwehr zusticht, finde ich völlig logisch. Äh, wenn du, äh, aus muslimischer Sicht ja. Ja, du bist ja Muslim, hast du gesagt. Ich bin ja jetzt ein Muslim, ja, genau. Ich kann das verstehen. Wenn du siehst, du darfst das machen, aber ich nicht. Ja. Ja, ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Ich finde, das ist einfach Mord gewesen. Ja. Natürlich war das Mord. Und da gibt's ja... Das war geplant. Das war geplant. Da gibt's ja viele Fälle, wo, Leute, wirklich, man sieht es ja auch auf politikversagen.net, eine sehr gute Seite diesbezüglich, so viele Meldungen und wahrscheinlich dort ja auch nur einen ganz, ganz kleinen Bruchteil von den ganzen Sachen, die da so entschieden werden. Ja. Weil es gibt ja auch viele Urteile, die überhaupt nicht in die Öffentlichkeit geraten. Ja, weil mir mal Ehrechen zum Beispiel. Und die auch gar nicht dann im Internet mal gefunden werden und sonst irgendwas da. Also es ist unfassbar. Also das ist ja auch ein ganz anderer, das ist ja auch ein ganz großer Vorteil, warum ich jetzt Muslim werde. Ja, weil, da kann ich jetzt falsch parken, Behindertenparkplatz, selbstverständlich. Ich bin unantastbar. Und das ist doch ganz klar, habe ich viele Freiheiten. Und hast du den Schutz deiner muslimischen Freunde, deiner Community? Ich habe den Schutz von Allah persönlich. Ja, auch noch. Ich habe mich auch den Schutz von Allah. Ich gehe nämlich jetzt ins Bett und sage Gute Nacht. Genau. Ich wollte nämlich auch schon langsam Schluss machen. Ja. Weil wir haben schon da fast drei Uhr. Ich dachte, dass ich das heute gar nicht, dass ich gar nicht heute lange so schaffe, weil ich ein bisschen erkältet bin. Aber je später der Abend ist, desto besser konnte ich durchhalten, wie auch immer. Ich würde aber jetzt trotzdem langsam hier auskehren. Und nachdem die Conny das schon angesprochen hat, würde ich das jetzt auch gleich nutzen. Okay, ich noch was sagen, bitte. Ja, aber kurz. Vielen lieben Dank für die Gesprächsrunde an alle Teilnehmer. Ja, sag ich auch. Und ich würde noch ein paar schnelle Grüßen nach Carla Radiator an Oliver Flech richten, dass er mich an euch empfohlen hat. Alles klar. Super. Also das Radio, also vielen lieben Dank. Und dann noch erholsame Sklavzeit. Jawohl. Okay, tschüss. Alles klar. Danke. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Das war's für heute bei Radio Deutschland 1. Danke fürs Einschalten. Empfehlt uns weiter. So, wir haben's geschafft. Das Wochenende kann jetzt kommen. Das war unsere Sendung heute. Ich hoffe, sie hat euch einigermaßen gefallen. Wenn nicht, könnt ihr uns natürlich auch Kritik schreiben über unsere Homepage radio-deutschland1.com. Ich wollte heute noch eine Menge anderer Sachen erzählen. Bin aber nicht dazugekommen. Macht aber nichts. Wir hören uns nächsten Freitag um 21 Uhr wieder. Die Sendung gibt's morgen bei uns im Download auf unserer Homepage. Und mehr fällt mir jetzt nicht mehr ein. Ja, dann sag ich Tschüss. Bis nächste Woche. Gleiche Stelle, gleiche Welle. 21 Uhr. Bye-bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020